Darauf live gegangen. Okay, dann drück ich mal auf live gehen. Dann drück mal auf live gehen. Wir sind live. Hallöchen. Hallo. Na, wie geht's euch allen? Ich hoffe sehr gut. Wie geht es dir, Björn? Mir geht es unfassbar beschissen. Ah, ich hasse mein Leben. Es hat gerade angefangen, dass ich Krämpfe in meiner Halsmuskulatur bekomme zwischendurch. Weil das alles so verspannt ist, dass ich mich bei einer falschen Bewegung halt wirklich einen Krampf im Hals kriege. Und den kurz nicht bewegen kann. Ich habe immer noch nicht meinen Kostenvoranschlag für meine Schiene bekommen, für meine Schlafapnoe. Und die Einlagen, die ich für meine Schuhe habe, sind eine halbe Nummer zu groß. Das heißt, ich musste mir jetzt neue Schuhe bestellen, habe dann aber aus Versehen statt 46, 36er Schuhe bestellt, auf die eine Woche gewartet, habe mir jetzt neue bestellt und die werden wieder mit Hermes geschickt, die halt wieder einfach so random mal nicht klingeln und dann sagen, es war keiner da und dir nicht Bescheid geben und ich kriege irgendwie zwei Tage später eine E-Mail, ja, wir versuchen es nochmal. Und dann ist es so, ahhhhhhhhh. Oh shit. Und ich bin vor zwei Stunden aufgestanden, weil mein Körper nicht mehr... Ich habe die Kontrolle über meinen... Also ich bin... Zum Glück kann ich noch alle Bathroom-Activities so ausüben, aber ich habe die... Ich habe ansonsten die Kontrolle über meinen Körper verloren, was so Schlaf und sowas bedingt. Oh, okay. Oh no. Du hattest doch auch mal dir hier mit deinem Kalender dann so Tagesplanung gemacht, ne? Ja, ja, genau. Das geht auch, bis auf die Tatsache, wenn ich dann... Oh Jesus. Das geht dann so weit, bis ich halt dann irgendwie sage, okay, ich will um die Uhrzeit aufstehen und mein Körper sagt aber, nee, 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 du bleibst jetzt noch bis 6 Uhr 38.000 irgendwie wach und dann kannst du danach für sechs Jahre schlafen, bevor du aufstehen kannst. Ich lasse dich physisch... Oh fuck. Ich lasse dich physisch nicht gehen. Bis ich... Das ist bei mir, das habe ich jetzt über das Jahr gemerkt, das ist halt wirklich immer schlimmer geworden, dass ich teilweise so einfach morgens aufwache und ich kann... Also ich bin physisch nicht in der Lage dazu aufzustehen. Es geht einfach nicht. Ich bin so... Ich bin so... Ich spreche als jemand, der ansonsten... Der regelmäßig 2, 3 Stunden nur geschlafen hat oder auch einfach mal gesagt hat, oh scheiße, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, dann schlafe ich noch die halbe Stunde, dann stehe ich wieder auf und mache ich weiter. So. Also ich kann mich aus dem Bett zwängen eigentlich, das geht. Aber es ist halt wirklich, du wachst auf und du bist also nicht in der Lage, wirklich so physisch aufzustehen. Es geht einfach. Dein Körper klappt sofort wieder in sich zusammen. Und ich habe nämlich gemerkt, dass die unfassbar teure Physio, in die ich das letzte Jahr 100, also über, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, wie viel 1000 Euro ich gezahlt habe für die Physiotherapie, dass die meine Situation nicht verbessert hat, sondern sie hat einfach nur meinen Körper davon abgehalten, noch mehr zusammenzufallen. Wirklich? Ja, das ist nämlich seit... Weil ich konnte es jetzt einfach nicht mehr finanziell rechtfertigen, da hinzugehen, weil das ist halt... Die haben die Preise nochmal erhöht, das heißt 70 Euro für eine halbe Stunde und ich muss noch hin und zurück 10 Euro Sprit circa zahlen, um da hinzukommen, nachdem ich umgezogen bin. Das heißt 80 Euro die Woche. Das reicht nicht, ne? Genau, ach, und nur für die halbe Stunde, nur für die halbe Stunde. Normalerweise für die richtig effektive Sitzung bräuchte ich eigentlich eine Stunde, also 160 Euro pro Woche, pro Woche wohlgemerkt. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr rechtfertigen, hab das deswegen abgesetzt und du konntest wirklich so ein Chart machen, so seitdem, wie mein Körper einfach kontinuierlich weiter zerfällt. So that's fun. Ich hoffe, dir geht's besser. Äh, ja. Die Latte ist aber auch nicht so hochgelegt. Oh Mann, ey. Auch mal kurz zwischendurch noch Hallo an den Chat. Hallo Leute. Wir haben es ja diesmal nicht so, also ich mein, das letzte Mal haben wir es auch nicht richtig früh angekündigt, aber diesmal haben wir es ja noch spontaner angekündigt, weil ich glaub, wir hatten letzte Woche nicht fest gesagt, dass es wieder Montag 20 Uhr ist. Wir meinten nur wöchentlich, aber genau. Wir sagen, wir sagen einfach mal, wenn wir nichts anderes sagen, gehen wir vom Montag 20 Uhr aus. Und falls sich was ändert, geben wir Bescheid. Wenn ihr nichts, wenn ihr nichts anderes sehen solltet in der, äh, wenn ihr wieder bis 10 Minuten davor nichts sehen solltet, dann wisst ihr 20 Uhr. Ja, vor allem, weil wir uns halt ja keinen wirklichen Plan, so, du denkst, ah, okay, 20 Uhr klappt und dann, wer kann diese Woche? Ähm, ja, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. so, ihr merkt, ihr merkt vielleicht, warum es für uns ein Problem war, Podcasts, ähm, richtig, äh, irgendwie zu mobilisieren, über die, äh, die letzten Jahre, einfach, weil so Terminplan mäßig es immer schwieriger wurde. Vor allem, als wir angefangen haben, waren halt viel mehr Leute, viel mehr Leute Studenten. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Und jetzt, Moment, ich glaube, das ist jetzt gerade das, das erste Mal, dass wir alle im festen, also ich ja eigentlich, ich meine, ich bin ja, äh, ich bin ja selbstständig momentan, aber an sich alle ne, ne, äh, festen, äh, feste Jobanstellung irgendwie, oder so, oder so eine Art haben. Mhm. Das war früher teilweise nicht der Fall. Das merkt man. Das merkt man zeitlich leider sehr. Ja, also, heute, aktuell sind es Björn und ich, äh, Lena könnte noch dazukommen und ab neun könnten noch Barker und Elena dazukommen, aber ich verspreche nichts. Äh, bisher sind wir auf jeden Fall zu zweit und mal gucken. Mal gucken, was, was noch passiert. Wir wissen es, waa, wie gesagt, wir wissen es, wir wissen es selber nicht. Wir können es, wir können es selber nicht sagen. Was spielst du denn da Schönes? Ich weiß, das ist, das ist dieser neue, das neu-released, wie heißt es, Ghosts'n Goblins? Genau, Ghosts'n Goblins, äh, Resurrection, der, äh, ich glaube, viele meinten immer, das ist so ein, ähm, äh, äh, neun Remake oder so, aber das ist tatsächlich ein komplett neues Spiel der Reihe. Also an sich sind die, sind die Spiele fast immer, das ist wie so Star Fox gewesen, das ist so ein gewisser Form, immer wieder alte Gegenden nochmal recycelt, nochmal neu auflegt, ähm, und sich dadurch fast immer wie so ein, Sequel-Nachfolger irgendwie anfühlt. Oboi, ich hoffe, da war jetzt ein Speicherplatz, weil zum Beispiel den Boss, den gab's auch früher in einem der Teile. Also das ist alles so aus verschiedenen Teilen Elemente mit rausgenommen, plus halt ganz viele neue Dinge mit reingenommen, die es halt früher nicht gab. Äh, und als es angekündigt wurde bei Capcom, dachte ich halt so, oh, das sieht halt aus wie so ein komisches Mobile-Ding wegen der, äh, wegen der Optik. Und weil ich normalerweise auch nicht so Fan von, ähm, äh, von, von so Twines bin, also diesem, diesem Animationsstil hier. Ähm, aber jetzt nachdem ich's selbst gespielt hab, muss ich sagen, das ist so gut auf dem, ah, fuck you, ähm, das ist so gut auf dem Weg, Goatee-Kandidat für mich zu sein. Das ist, glaub ich, gerade noch im Angebot. Das ist gerade noch im Angebot und, ähm, ist tatsächlich, weil, diese Spiele sind sackschwer, das ist der zweite von vier Schwierigkeitsgraden, aber es ist so aufgebaut, dass man sich quasi, äh, weil auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, es ist zwar immer noch sackschwer, aber du hast so viele Checkpoints in den Leveln, dass es immer nur so, quasi die, du musst es schaffen, so die nächsten 30 Sekunden zu überstehen. Also wenn du es so schaffst, die nächsten 30 Sekunden, 30 bis 60 Sekunden zu lernen, ähm, und zu überstehen, dann hast du wieder schon ein Checkpoint freigeschaltet und deswegen kommst du da eigentlich ganz gut durch. Ähm, plus es gibt noch eine Möglichkeit, die, du hast noch, du hast noch irgendwie so die, die Fähigkeit, in einem Menüpunkt, die, Zeit zu manipulieren. Also theoretisch kannst du dir halt so einen Schwierigkeitsgrad wählen und dann sagen, boah, spiel das jetzt nur auf 50-facher Geschwindigkeit oder so, damit du, ähm, äh, dort eben auch ein bisschen leichter irgendwie umherkommst. Äh, plus der einfachste Schwierigkeitsgrad ist wirklich, du spawnst einfach noch. Wenn du stirbst, spawnst du einfach direkt wieder. Und du hast jetzt auch auf dem Schwierigkeitsgrad mehr, äh, mehr Lebenspunkte. Also normalerweise hast du eigentlich nur, wenn du einmal getroffen wirst, du verlierst sofort deine Rüstung. Ähm, und hier ist es ein bisschen, ich glaube jetzt, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind es so, drei- oder viermal kannst du es dann irgendwie machen. Okay. Ja, plus du hast noch so Zauberangriffe, also, keine Ahnung, was der gerade gebracht hat. Ich hatte mal in das in Nintendo Online reingespielt. Das, äh, Super Ghouls and Ghosts heißt das, glaube ich. Das kann sein. Ich habe auf jeden Fall sehr schnell aufgegeben. Ja, das ist auch noch, das ist auch noch so super, also die ganzen Spiele haben auch noch immer die, das war aber beim Original schon so, die haben diese, ähm, ich will nicht sagen Angewohnheit, ähm, aber so eine fiese Mechanik da drin, dass sie, dass du sie zweimal durchspielen musst. So beim NES Original war es zum Beispiel, ähm, ich glaube auch bei der Arcade-Version, bei der Arcade-Version, ähm, war es so, du musst es, äh, einfach nur zweimal durchspielen und ich glaube beim zweiten Mal hat es sich komplett gleich gespielt, da war kein Unterschied mit dabei. Äh, und beim Super Nintendo-Version, wenn du da zum Ende kommst, dann sagt die Prinzessin, oh nein, äh, ich bin immer noch gefangen im Magic Spell und du brauchst das Amulett, äh, um, äh, um mich zu befreien. Und dann musst du das Spiel von vorne anfangen und dann dieses Mal diese Amulett-Waffe finden und dann das gesamte Spiel mit dieser Amulett-Waffe durchspielen und damit zum Ende kommen. Ähm, das ist so eine zusätzliche Stipulation. Hier bei dem Spiel ist es so gemacht, dass wenn, vielleicht sollte ich da noch hinkommen in dem Stream, ähm, wenn du, äh, äh, den normalen Playthrough durch hast, dann kriegst du so Schatten-Versionen von allen Leveln, die nochmal neue Gegner einführen, ähm, verschiedene Hindernisse, äh, so ganz neue Elemente irgendwie mit da drin haben. Also quasi wie so ein härteres New Game Plus, was die ganzen Levels nochmal bearbeitet. Ähm, deswegen, also ich find auch den Preis, es kostet normalerweise 30, es ist, glaub ich, momentan noch im Angebot für 20 oder so. Und ich würd auch sagen, also von dem, was ich bisher nur gespielt hab, die 30 sind das, sind das vollkommen wert. Also, ja, ich mein, man muss so ein bisschen auf die Art von, von Spiel Bock haben. Das, das auf jeden Fall schon, aber, ähm, das ist, glaub ich, ich weiß nicht, ob das der Director auch dieses Mal wieder ist, aber es ist auf jeden Fall der originale Entwickler von der, von der Serie, der auch, glaub ich, an allen Teilen tatsächlich, ähm, beteiligt war. der hat Capcom schon Ewigkeiten, ähm, verlassen, der Fujiwara. Das ist so der alte Capcom-Gott. Das ist so der, ähm, der Mentor von, von Shinji Mikami gewesen, ähm, der ihn auch für, äh, Resident Evil damals ausgewählt hatte, ähm, weil er ein Remake von seinem Spiel, das ist der selbe Typ, der das gemacht hat, hat, äh, Sweet Home gemacht, ähm, dessen Remake, ja, letztendlich dann Resident Evil eben wurde das erste. Ähm, und der hatte Capcom schon seit Ewigkeiten verlassen und ist aber schon mal zurückgekommen, um dieses, äh, Ghost'n Goblins auf dem, ich glaub, Ultimate hieß das, Ultimate Ghost'n Goblins auf der, äh, auf der PSP, glaub ich, zu machen. Und jetzt ist er nochmal zurückgekommen, so, acht Jahre nach dem letzten Spiel, an dem er gearbeitet hat, zeigt der, zeigt der Opa nochmal, äh, einfach hier, ja, okay, ich hab's immer noch drauf, Leute. Im Tagartox meinte, Ghost'n Goblins ist das Dark Souls der Plattformer und Cliff hat nachgelegt, Ghost'n Goblins ist das Dark Souls der Pre-Souls-Likes. Ja, es ist quasi so das alte, das, das, das alte Dark Souls. Also in sich ist es das, in sich ist es das literally wirklich, ähm, ich mein, den Vergleich hab ich ja in dem... es greift ja auch wieder alte Sachen auf, aus den Vorgängern, Ah, Scheiß, jetzt hab ich die, ah, jetzt hab ich die fucking Waffe gewechselt. Ah, fucking hell. Ähm, du willst eigentlich immer nur das Get the Knife, so, wie, wie der AVGN damals schon richtig gesagt hat, Get the Knife, Get the Knife, Get the Knife. Ähm, ich hatte das ja in dem, in dem Elden Ring Video auch gesagt, dass ich so, ähm, Dark Souls hat kein, also die Souls-Spiele haben kein wirklich herausragendes Kampfsystem, das definiert sich eher durch die Limitierungen, die du mit dabei hast und eben das, die Gegnerplatzierung und das Level-Design und die fiesen Eigenarten, die es dir darin zeigt, in seinen linearen Strukturen. Ähm, und das ist an sich eine Weiterführung von, von Ghost & Goblins. Also wenn du, also an sich, es gibt ein, es gibt eine 3D-Version von Ghost & Goblins, die aber nicht von den originalen Machern ist, das ist, glaube ich, von einem westlichen Studio, das sind die beiden Maximus-Spiele auf der PS2, aber an sich, wenn du, wenn du jemandem gesagt hättest, hey, äh, das, das Demon's Souls oder Dark Souls, das ist, äh, entstanden, weil jemand ein Ghost & Goblins Remake machen sollte oder halt ein neues, neue 3D-Auflage oder so, dann würde ich das sofort glauben, dass es daraus entstanden ist, weil das so diese, so ähnliche, ja, ähnliche Eigenschaften besitzt, nur irgendwie teilweise noch gemeiner. Also es gibt so ein paar Momente in dem Spiel, du musst einfach, also du fängst einfach an zu lachen, weil es so, weil es so unfassbar arschig ist, was einfach so fies und gemein ist, dass du einfach nicht weiter kannst, als über deine eigene Misere zu lachen. Wie findest du denn den Look? Ich schätze mal, der wurde auch diskutiert, oder? Ja, das ist deswegen, also am Anfang, als es im Trailer gezeigt wurde, fand ich das halt, äh, was ist das so für ein popliges Ding? Und jetzt mittlerweile, nachdem ich es gespielt habe, ist es, also liebe ich es halt total, auch die ganzen verschiedenen, so, dass du hier auf diesem, diesem Goo, diesem, diesem Glibber, noch den, diesen Verlauf-Effekt mit dabei hast. Nein, ich will mein, nein! Ja, fuck. Ich sterbe, ich sterbe gleich eh nochmal, dann kann ich es dann holen. Ähm, das sind die, das sind die Upgrade-Points, die man finden kann, quasi die Viecher. Boah, dieser, ja vor allem, ich mag diese, ich mag diese Mixtur, weil zum Beispiel diese, die, die Zähne, das ist zwar alles im selben Stil, aber irgendwie sehen die Zähne dann doch wieder realistischer aus. So, Ja, ich finde der Look ist so, er ist nicht so ganz, ganz einheitlich. Also ich finde, teilweise sieht das cool aus, ich finde zum Beispiel dieser Goo da hinten sieht voll geil aus, aber, weiß nicht, die Figur, die Animation ist halt schon. Ja, also, das ist halt dieses, dieses Twine-artige, was ich am Anfang auch nicht, nicht wirklich mochte. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich sollte lieber da rüber gehen. Ich sollte lieber da, Ja, es wirkt natürlich halt so ein bisschen wie diese Flash-Spiele irgendwie. Ja, aber es ist, aber es ist super gut gemacht, also in dem Look. So, ah, Ficken. Ähm, es ist, also ich glaube, besser hättest du es damit nicht umsetzen können. Das krasse finde ich, das ist auch in der RAE-Engine. Also das ist dieselbe, das ist dieselbe Engine, die, in der jetzt auch, ähm, die aktuellen Resident Evil-Spiele gemacht wurden, in denen auch Monster Hunter Rise gemacht wurde. Ähm, also Capcom und ihre Engine sind halt wirklich, also Black Magic, was die damit machen, finde ich. Also auch wie für das Gefühl, alles eingesetzt werden kann. Die hatten ja schon, ähm, damals auf, äh, auf der 360 hatten die ja schon ihre Empty Frameworks Engine genutzt. Und das, das ist das Ding, was die komplett durchgenutzt haben. Ne, wenn du jetzt so andere Entwickler hast, wo du dann denkst, ja, okay, wir haben am Anfang der sechsten Konsolengeneration hier, äh, siebten Konsolengeneration unsere Engine, vielleicht sollten wir das langsam mal austauschen. Ähm, ist nicht mehr ganz so, mehr ganz so geil. Und dann guckst du dir einfach mal die alten Titel von damals noch an, so die ersten Spiele, die sie gemacht haben, auf der Konsolengeneration mit, mit Dead Rising oder Lost Planet. Und die Dinger sehen halt immer noch geil aus, dann haben sie damit noch Monster Hunter World gemacht. Also, das ist schon, das ist schon absurd irgendwie. Ich weiß auch nie, wie aussagekräftig eine Engine so von außen betrachtet ist, weil viele Studios modifizieren die sich ja dann eh so, wie sie es brauchen. Ja, es ist... Ich meine, dass du halt, du hast ja immer noch Sachen, die dann irgendwie in der Engine von Valve gemacht werden. Ja, also du hast ja, also meistens ist es ja so, dass, ich fand das ganz gut, die Aussage letztens von John Carmack in so einem Video, wo er auch, wo er auch Zuckerberg gedisst hat auf seinen Metaverse. Ähm, äh, wo er eben meinte, dass, ne, also du, normalerweise ist es so der Fall, dass du eine Engine für einen ganz bestimmten Zweck machst. Also du machst das nicht, du machst eine Engine nicht, damit sie so ein, so eine Allzweckwaffe ist, die theoretisch irgendwie alles kann, sondern du machst sie irgendwie für einen ganz bestimmten Zweck. Äh, und er meinte eben auch, dass die, die Quake Engine, die er ja, ähm, entwickelt hat, die waren nur dafür da, um, um Quake zu machen. So, die hatte keinen, na, scheiße, die hatte keinen anderen Zweck. Äh, die, ähm, das war nur dafür da, um, äh, um Quake zu machen. Aber es hatte sich eben so ergeben, dass sie auch noch für andere Dinge genutzt werden konnte, aber in dem Bezug halt sehr gut optimiert war auf das. Ähm, und, äh, deswegen so wunderbar funktioniert hat. Und wenn du dann versuchst, irgendwie so allgemeingültige Sachen zu machen, dass es dann nochmal deutlich, deutlich schwieriger ist. Ne, das ist dann dieses, ähm, Jack of all trades, Master of none. So ein bisschen. Ja, dieses Frostbite Engine Phänomen, wenn dann, äh, Bioware gezwungen wird, äh, Ja, ja, genau. Wenn das, das ist ja nicht, das ist ja nicht die, mit der Battlefield Engine auch ein RPG zu machen. Das ist ja, das ist ja nicht die Entscheidung von DICE gewesen oder von Bioware oder so, dass die gesagt haben, ihr, wir wollen jetzt die Engine nutzen oder ihr sollt die Engine nutzen. Das war einfach EA, die gesagt haben, boah, ist doch geil, wenn wir eine einheitliche Engine haben. Was, was ja auch an sich stimmt. So, wenn du hier wie bei Capcom, ähm, jetzt alles auf, auf RE Engine eben auslegst, äh, um damit zu arbeiten. Aber, die haben ja nicht alles damit gemacht. Ich glaub, die haben so kleinere Projekte, die sind dann immer noch mit, wo sie dann gesagt haben, wir machen das damit und damit oder so. Ähm, und selbst die Prototypen damals haben sie ja von, von Resident Evil 7 haben sie in, äh, Unity gemacht. Ähm, einfach weil sie damit am, weil die noch nicht fertig war, glaub ich, zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie gesagt, damit können wir einfach schneller Prototypen jetzt entwickeln. Ähm, und dann später alles, alles übernehmen. Waaah. Jesus! Ich mein, die hier, Rayman Legends und Origins wurden ja in dieser UV Art Framework. Da hab ich, da hab ich so geile, also wirklich von, von Entwicklern so geiles drüber gehört. Ähm. Ja, weil man halt direkt in der Engine das reinzeichnen kann. Und dann direkt animieren. Äh, das, das war mal, ich war mal so ein Event in Paris, wo, ähm, da haben die gleichzeitig Shult of Light und Valiant Hearts angekündigt. Und die haben einfach auf diesem Event hat der, ähm, der eine Lead Artist einen Level kreiert. Im, während einfach die, das Event lief. Das heißt, du konntest da vorbeigehen und dem zugehen, wie er auf seinem gigantischen Tablet, ähm, den Level gerade zeichnet. Und dann so die, äh, darin alles auch, auch erstellt und, äh, den irgendwelche, ähm, Eigenschaften zuweist und alles. Also das, das war, das war unfassbar interessant. Ähm, und sollte wohl laut der ganzen, und sollte wohl laut der ganzen Entwickler, ähm, auch, ja, aber das ist immer das, das Gute, wenn ich mir das Auge kratzen muss in dem Moment. Ähm, und sollte auch laut der ganzen Entwickler extrem, einfach, ähm, Scheiße, äh, extrem einfach zu bedienen sein. Also das, äh, aber keine Ahnung. Scheint wohl, ne, Ubisoft ist ja nicht mehr interessiert an irgendwelchen kleinen Spielen. Das muss ja, Ja, leider, leider. Das ist das größte Error sein. Gerade diese, gerade diese Child of Light, Valiant Hearts, Hearts Zeit, mochte ich sehr gerne. Und dann noch Rayman. Aber sie haben sie zumindest für die ganzen Mobile-Ableger, da gab's ja auch noch ein paar von Rayman, da haben sie auch die Engine weiter genutzt. Die waren total, die war, ich, ich musste sagen, ich fand diese Rayman Legends, äh, Endless Runner, die fand ich richtig gut. Die hab ich damals auf dem, auf meinem Windows Phone geholt. Ja, da ist, da ist, da ist, glaube ich, eh nie was Richtiges drin. Du sind aber dann Windows Phone. Ich hab damals, ich hab damals, also ich muss sagen, Windows, ich kenn das auch, alle Leute, die ein Windows Phone hatten, fanden Windows Phones auch richtig geil. Das Problem war nur, dass, dass nicht genug Leute das genutzt haben und es einfach keine Apps dafür gab. das heißt, das heißt, diese ganzen, die ganzen Third-Party-Apps, die man eigentlich so, wirklich brauchte, um sein, sein Smartphone, oh, du Pisshacke, so gut nutzen zu können, ähm, gab's da drauf nicht. Und dann war halt die Unterstützung immer, immer geringer, immer geringer, das hat gefehlt, das hat gefehlt, das hat gefehlt, und irgendwann war ich dann eben auch so, ja, okay, jetzt gibt's keine neuen Guten mehr, ähm, jetzt steige ich mal, jetzt steige ich mal wieder, wieder um auf ein, auf ein iPhone oder so. Das heißt, ich bin von dem billigsten, so 65 Euro Lumia, direkt wieder so auf, ja, okay, jetzt geh ich wieder auf ein 900 Euro Handy hoch. Bei Gartox meint die übrigens noch, es hat sich ja auch gezeigt, dass sich die Doom Engine für Sonic-Plattform ereignet. Oh ja, das ist, oh, das hab ich gesehen, dieses, das hat Lena mir, glaub ich, mal geschickt, dieses Fan-Projekt irgendwann, ähm, äh, und auch so die Musik da draus, ist super. Ja. Stimmt, wo sie das nachgebaut haben, ne? Ja, das sind so, das sind so eigene Level auch, komplett. Das ist so ein komplett eigenes, eigenes Spiel. Warum, jedes Mal, wenn ich hier bin, hab ich noch einen Hit übrig? Alter, jetzt rutscht die auch noch runter. Oh, du Kacke-Arsch. Windows-Phones hatten immer die besten Kameras. Das kann, das kann sein, das weiß ich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh! I did it! Oh Leute, jetzt können wir mal was anderes vom Level sehen. Oh, die Zähne. Ich glaub, jetzt kommt der, ich glaub, jetzt kommt der Boss. über Gartox, die einzige Person, die erkannte, die ein Windows-Phone nutzt, war seine Mutter. Ja, die waren ja auch super einfach bedienbar. Also, deswegen, diese, diese riesigen Kacheln, die waren auch ganz geil. Ach komm, warte, ich mach mal kurz das Schild, dann hab ich das auch mal benutzt. Yeah, für den Erfolg. Ich war mal bei so einem Event da, da ging's um so ein Live-VR-Event, wo die Leute aber ihr Handy für nutzen konnten. Und da war ich dann da und hab da quasi so Support geleistet und die Leute beraten, so geguckt, dass das alle hinkriegen. Weil allein die Prämisse eigentlich schon ein Alptraum ist, ist, dass alle ins Museum kommen und ihr eigenes Handy nutzen, um sowas zu erleben. So, die Fehlerquelle ist da sehr hoch und ich weiß, dass, wenn jemand ein Windows-Phone hatte, sollten wir sagen, okay, damit geht's nicht. Aber ich glaub, an dem Abend war keine Person mit Windows-Phone da. Das kann gut sein. Ich versuch, ich versuch gerade überhaupt mal herauszufinden, wie ich, wie ich überhaupt gut gegen diesen Bastard vorgehen kann. Er sieht auf jeden Fall sehr charmant aus. Er sieht sehr bastardig aus, ja. So seine Öffnung unten. Ja, das ist deswegen, also das, von diesem, von diesem Horror-Design ist das, ist das richtig super, muss ich sagen. Mhm. Ich muss bei diesem grünen Schleim die ganze Zeit an Gänsehaut denken im Hintergrund. Das ist das Feeling, was ich kriege. Komm schon. Das erinnert mich so ein bisschen vom Stil her an Tormentum. Das kennt wahrscheinlich niemand das Spiel. Das ist, ich weiß grad gar nicht, ist, glaub ich, ein polnisches Entwicklerstudio. Das sagt mir auch gerade gar nichts, tatsächlich. Ja, die hatten, also die Bilder sind so ein bisschen inspiriert von HR Geiger aus. Ähm, aber vom Stil her, wie ist so alles, auch wie es animiert ist, ist das auch so ein bisschen so ähnlich. Es sieht auch, ich find so dieses, wie die Sachen so über den Bildschirm rumschieben und so, sieht halt auch nicht immer so hochwertig aus. Und diesen etwas rougheren Look hatte dieses Spiel auch. Und halt vom Stil her irgendwie, dass die Sachen so, dann doch irgendwie sehr realistisch aussehen und gleichzeitig wieder gar nicht, das hat das eben auch. Aber ja, das Spiel kennt, glaub ich, kein Schwein, wie viel, wie viel Steam-Bewertungen hat das? 2000. Dann kennst du zumindest 2000 Schweine. Ja genau, ist ein polnisches Studio. Die hatten auch Czok gepublished. Dazu hatte ich mal ein kleines Video auf meinem Kanal gemacht. Weiß das jemand gesehen? Äh, das, das sagt mir zumindest was. Ich glaub, wenn ich davon, wenn ich davon ein Bild sehen würde, dann, äh, wird mir es wieder, mir es wieder einfallen. Ja Czok war so ein, so ein Point and Click in so einem Cartoon-Stil. Ähm, aber, boah, wie viel Steam-Reviews hat das? Ich glaub, das kennt auch niemand. Ja okay, das hat 500. Weiß nur, dass von Tormentum auch seit Jahren ein zweiter Teil angekündigt ist. Aber, der immer wieder nach hinten geschoben wird. Das Spiel muss ich damals den ersten, das wollte ich mal nochmal spielen. Weil, das hat mich von der Wirkung her, obwohl das halt auch so, eher so ein Point and Click Spiel ist, was halt recht ruhig ist, aber die Grafiken und die Stimmung waren irgendwie so dark, dass mich das so runtergezogen hat, dass ich richtig depressiv wurde beim Spielen und dann hab ich das erstmal weggelegt und dann nicht weitergespielt. Das will man ja auch. Ja, also dieses Ganze, die Prämisse ist halt auch Tormentum, ne? Also, es ist halt alles auch so mit Folter und keine Ahnung. Das, ja. Nice. Kennt man, kennt man ja. Ja. Genau das, was ich in meinem, in meinem Video spielen haben will. Ach, du Bastard. Na toll, jetzt hab ich die andere Waffe aufgesammelt. Verpisst ihr euch mal? Ich hab immer noch nicht, also ich glaub, ich kann ihm, ich glaub, ich kann ihm nur Schaden zufügen, wenn er in seiner komischen Anusform ist. Oh, geil. Guck mal, wie schön weit der Schild geht. Oh, die beste Waffe für diesen Boss. Der sich immer automatisch verpisst, wenn ich zu nah dran bin. Geil. Ja, als ich das im Nintendo Online angespielt hatte, kam ich halt wirklich, ich war, ich kam, glaub ich, nicht mal irgendwie in die Gemäuer. Also, ich hab auch nicht lange gespielt, ich glaub, ich hab so 20 Minuten gespielt. Aber, die ist dafür auch nicht viel besser. Wenn man getroffen wird, immer dieser Sprung nach hinten, ne? Ich find das, ich find das geht hier in dem Spiel noch tatsächlich, weil das jetzt nicht so, wie, also bei Castle, bei Castlevania fand ich's früher immer, immer viel schlimmer, vor allem, weil du halt bei Castlevania mehr Lebensenergie hast. Und dann, in ein Loch zu fallen und so, oh, normalerweise halte ich zehn Schläge aus, wenn ich ein Loch falte, falle, halte ich gar keinen Schlag aus. Das ist immer so dieses, so wo ich so, hmm, I don't know. Ich bin vollkommen, ich bin vollkommen fair damit, wenn dir ein Loch mehr abzieht als ein Gegner. Das ist, das ist okay. Aber dieses getroffen werden, nach hinten fallen und dann sterben, das ist, das mochte ich auch so in Ninja Guiden. so nie so wirklich. Und das ist, das ist hier angenehmer. Ich war am Anfang nur ein bisschen verwirrt, weil ich das so gewohnt war, weil das, 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 oh, hervorragend, Björn. Ähm, komm, dass ich etwa sterben. Das, was ich am meisten gespielt habe, war eben dieses Super, äh, Ghosts und, äh, da hast du einen Doppelsprung. Da kannst du noch so, deswegen, da habe ich mich tatsächlich, das hat mich tatsächlich gewundert, dass wir dann hier drauf verzichtet haben. Ich meine, das Level-Design ist natürlich darauf angepasst und alles. Äh, und du hast halt dadurch noch eine größere Limitierung, aber ich war halt sehr verwundert, tatsächlich, dass man den Schritt nochmal gegangen ist. Oh, okay, ich glaube, das könnte vielleicht sogar eine gute Waffe für den Boss sein. Okay, versuchen wir das mal. Wie viele Treffer hältst du hier jetzt aus? Drei? Äh, glaube ich. Ja, okay. Ja, fuck. Ich habe nur noch nicht, ich habe nur noch nicht richtig verstanden, wie ich, am besten an dieser Gegnerseuche dran vorbei, ah, verdammt, da bin ich reingesprungen, wie ich an denen am besten vorbeikomme. So, jetzt haben sie sich einfach dazu entschieden, wegzugehen. Kann sein, dass du denen einen gewissen Schaden zufügen musst und sie dann sich irgendwie verpissen. Aber das scheint tatsächlich die beste Waffe zu sein. Einfach diese Sprunganimation, wie er einfach alle Körperteile so wegstrengt. Die ist super, die ist super. In der Super Nintendo-Version macht er, wenn er springt, in der Luft einen richtigen Spagat. Das finde ich noch am besten. Kannst du mal aufhören, die Seiten zu wechseln? Ja, Lenny, kann ich verstehen, dass du lieber Dorfromantik spielst. Ist, glaube ich, so die entspannendere Wahl für den Feierabend. Ah, verfickte Scheiße. Ich finde sowas tatsächlich entspannender zu spielen. Entspannender als was? Als Dorfromantik? Ja, ich glaube jetzt nicht entspannender als Unpacking. Das ist, glaube ich, das entspannendste Spiel, was ich dieses Jahr... Das war wirklich... Ich habe normalerweise nie dieses Gefühl von, oh, ein Spiel ist zu kurz oder so. Also eigentlich egal, wie es lange... Egal, wie lange es ist. Aber Unpacking war das erste Spiel, glaube ich, was ich seit Jahren gespielt habe, wo ich so... Boah. Also ich wünsche, da gäbe es einfach noch 20 Kampagnen. So. Das könnte ich... Das könnte ich einfach immer... Immer weiterspielen abends. Das ist so... So entspannend gewesen. Und dann habe ich es halt... Falls halt nur so zwei, drei Stunden... Also es ist, glaube ich... Wenn du effizient auspackst und es dir scheißegal ist, wo du was hinlegst, dann ist es vielleicht nur so... Oh, keine Ahnung. Anderthalb Stunden lang oder so. Und ich habe, glaube ich, schon sehr lange gebraucht mit circa vier wahrscheinlich. Oh, Jesus Christ. Aber das war mir dann trotzdem irgendwie in dem Fall so... Oh, schade. Ich hätte gerne noch mehr gehabt. Ich fand das aber tatsächlich... Das hatte für mich auch so ein paar Stressmomente. Gerade wenn... Wenn dann alles schon so gefühlt voll ist. Und dann... hört dieser Karton einfach nicht auf. Dann... muss man alles hin und her schieben. Und denkt sich... Ah, aber so sieht's scheiße aus. Ich fand das... Ich fand das war... Das hatte so richtig... Das erste Mal hatte ich das... Direkt im zweiten Level. Richtig gutes... Richtig gutes... Oh, I fucking did it. Jesus Christ. Wie viele... Wie viele... Wie viele Dinge dir aushält. Ähm... Ne, ich... Das hat ja so gutes Storytelling mit dabei. Zum Beispiel, wenn du in der WG bist und du kannst keine Gegenstände der anderen Leute bewegen. So, weil das ja nicht deine Sachen sind. Das heißt, sie gehören dir nicht. Ähm... Und wenn du nachher mit Leuten zusammenziehst, mit denen du zusammen bist, dann kannst du die Sachen bewegen. Aber zum Beispiel, wenn du mit dem Typen zusammenziehst, dann ist die Wohnung von dem schon so voll. Also, ich hab... Ich musste meine... Mein Uniabschluss, das Zeugnis, das musste ich in den Schrank packen, weil ich einfach... Ich hab keine Wandfläche gefunden, wo ich's hinhängen darf. Das fand ich halt... Da war ich wirklich überrascht, dass sie es geschafft haben, mit den Mechaniken des Spiels eine Handlung zu erzählen. Ja, das find ich auch super. Also, ich war allgemein auch überrascht, dass das dann doch direkt an Tag 1 auch irgendwie populärer wurde, als ich dachte. Also, da gab's ja direkt auch Tests von so größeren Magazinen. Ich weiß, dass die Easy Allies direkt eine Videoreview dazu hatten und so. Genau, da war ich... Da war ich sehr, äh... sehr überrascht, bei, ähm... Dass es bei Easy Allies kam. Dass halt mehr Leute drüber geredet haben, hat mich jetzt weniger verwundert, weil das schon ja was bekannter war als Spiel, glaub ich, mit der Demo und so. Weil das eignet sich halt auch super für Twitter. Ich hatte das im Sommer gespielt und fand das super, aber da hat halt niemand irgendwie drüber geredet. Und dann war es halt im Game Pass, ne? Das ist dann nochmal so... Ja, klar. Das ist eh immer super dafür. Weil dann kann es zumindest jeder mal ausprobieren. Nach einem... Nach meinem Abschluss kam mein Unizeug auch in den Schrank. Einfach... Einfach wieder weg damit. Fick den Scheiß. So, dann... Was brauch ich hier nicht? Ihr habt euer Zeug aufbewahrt. Ich dachte kurz, Björn redet über eine echte WG als über Unpacking. Ne, in der echten WG kannst du das Zeug deiner Mitbewohnerin rumräumen, aber du kriegst dann danach eine auf den Deckel. Oh, ich weiß noch... Ich kenne diese Domian-Story, wie jemand mal angerufen hat, um zu erzählen, dass er die Sachen seiner Mitbewohner sich in den Arsch schiebt. Oh, das war... Ja, so angerufen hat, also ja, ich schiebe mir halt dann auch so die Löffel und so alle, ne? War halt so... Wie man das eben so macht, ne? Ich schiebe mir halt gerne Dinge in meinen Arsch und meinte dann so, dass er irgendwann angefangen hat, so die Stifte von seinen Mitbewohnern und die Löffel und sowas alles von denen zu nehmen. Das ist so... Wenn man das so hört, stinkt das wie so ein Troll. Ja, aber die Sache ist ja, solange du nichts davon... Wenn du es nicht mitkriegst, ne? Wenn du es nicht mitkriegst, dann will ich davon auch nichts wissen. So, in der WG schieb dir gerne alle meine Zahnbürsten in den Arsch von mir aus. Wenn ich nichts davon mitbekomme, das nicht merke, dann sag's mir einfach auch nicht. Dann kann ich in dieser... in dieser Blissful Ignorance leben. Aber das ist so Cursed Knowledge. Aber einfach nur die Vorstellung. Ich sag nicht halt, wie man das benutzt, dass die Leute es dann nicht merken. Dann muss das ja zumindest super sauber gemacht werden. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt... Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich hab mir noch... Ich hab mir noch keine Dinge in den Arsch geschoben und danach, äh... Deswegen keine Ahnung. Weiß ich... Ich weiß nicht, was da so der... der Härtegrad ist von... Uh, uh, das... Oh, toll. Jetzt hab ich mal... Ich kann... Ich kann meine ganzen Schreibutensile nicht mehr nutzen, weil ich sie alle in meinen Arsch geschoben habe. Es stinkt zu sehr. Monatliche Stiftereinigung, weil alles nach Arsch riecht. Einer von diesen Domian anrufen, wo man hofft, dass einem die Stimme nicht bekannt vorkommt. So, du hörst einfach, gehst ins Zimmer deines Mitbewohnern und dann so, boah, hey Thomas, guck dir, hört ihr mal das hier an? Da ist so jemand, der schiebt die an und dann hörst du, wie am Telefon mit Domian gerade redet. Oh no, oh no. Danny meint, er hat sein Schulzeug jedes Jahr in den Papiermüll geschmissen. Das habe ich ähnlich gehandhabt. Das Schulzeugnis oder die Schulsachen? Die Schulsachen. Nein! Das Schulzeugnis ist immer in den Papier. Wenn es nicht existiert, dann kann auch niemand meine Noten sehen. Wenn man sich vorher gut abwischt, fällt das nicht auf. Das spricht jemand aus Erfahrung. Heute wieder einlauf, damit ich mir die Sachen der Mitbewohnerin in den Hintern schieben kann. Haben sie etwas, was richtig stark ist? Also ja, beim letzten Mal hat mein Mitwohner noch mitgekriegt, dass sein Stift in meinem Arsch war. Es gibt einfach so ein paar Domian-Stories, die vergisst, wenn man die einmal gehört hat, dann vergisst man die nicht. Ich glaube, das bekannteste ist ja die 60 Kilo Hackfleisch. Der Typ, der angerufen hat, der meint, er kauft sich eben einmal im Monat, geht er zum Metzger und dann holt er sich 60 Kilo Hackfleisch und dann bereitet er das in so einem präparierten Zimmer, was dann so mit Müllsäcken und Klarsichtfolie oder so ausgelegt ist. Legt er das dann hin und dann bumst er das Hackfleisch. Also macht dann so Körperformen da draus und sonst was. Und weil das halt relativ teuer ist, macht er das nur einmal im Monat. Aber ja, genau. Okay. Ich frage mich halt, kann man sein Geld nicht effizienter für sexuelle Befriedigung einsetzen? Nein. Ob er, ob er dann noch geguckt hat, dass er so, so Bio, Bio-Hackfleisch vom Bauern nebenan holt oder hat er sich dann das 1-Euro-Kilo-Hack beim Penny geholt. Nee, das ist schon beim, das ist schon beim Metzger gewesen. Ach so, ja gut, dann, dann, muss ja schon, muss ja schon ein hochwertiges Fickfleisch sein. Ja, hochwertiges, hochwertiges Fickfleisch. Ich hätte, ich hätte, ich finde einfach nur, so Domian hat vergessen, die richtigen, also die, die wirklich wichtigen Fragen so zu stellen, so was, was sich besser anfühlt, so Rind oder Schwein. Die Hackfleisch-Story ist deutsches American Pie. Nottie fragt, warum nicht einfach eine 500-Gramm-Packung? Ja, da kannst du ja keinen Körper draus formen. Das geht ja, das geht ja auch um, irgendwo um dieses, dieses exzessive Feeling, glaube ich, so ein bisschen mit dabei. Ja, wenn du einfach dich im Hackfleisch wälzt. Der Hackfleisch-hassende Zerhacker. Aber es ist ja, es gab ja auch noch so, einmal Leute, die angerufen haben, die meinten, deren Ding war es Sex im Koffer. Wo ich auch so, okay, dass sie dann zum Beispiel einfach so, so, dass sie zu zweit im Koffer sind, oder? Ja, dass sie dann halt so einen größeren Koffer holen und dann da auch so Klamotten und so alles reinlegen, so als ob man gerade in den Urlaub fahren würde. Und dann einfach in diesem Koffer so unbequem bumst. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Also das waren einfach immer so die, keine Ahnung, ich fand diese, die komischen Sexgeschichten immer am besten, genauso wie die Prostituierte, die man angerufen hat und meinte einfach so, Domian, Domian, du glaubst nicht, du glaubst nicht, wie viele, wie viele Männer einen scheiße Fetisch haben. Oh. und hat dann eben so erzählt von ihrem, ne, wenn du so eben als Sexworker, weil die meinte so, das ist auch das mit, das lukrativste eben gewesen. Übrigens, wenn du hier in dem Level runterfällst, dann musst du immer von vorne wieder anfangen und auch den Typen hier wieder klatschen. Jedes Mal. Cool. Cool. Und das geht noch, das geht ein Stück nach oben. Das geht ein Stück nach oben. Du kannst von ganz unten nach ganz unten fallen. Das heißt, die hatte dann teilweise zwei, zwei, drei, vier Leute am Tag, denen die irgendwie auf den Bauch kacken sollte und meinte dann, einfach nur um das volumenmäßig zu schaffen, hätte sie dann eben immer ganz viel Trockenfrüchte essen müssen an solchen Tagen, damit es dann, damit es dann überhaupt geht. Und sie meinte auch so, es ist so, also die Leute, die du vorstellst, die einen Kacke-Fetisch haben, genau das Gegenteil davon. So, also sie meinte so, haupt... Ich hätte mir da irgendwelche Manager vor und so Kram. Achso, ja, genau das eigentlich, ja. Also normalerweise, ich hatte mir jetzt eigentlich auch eher so, keine Ahnung, wen da vorgestellt, aber sie meinte so, das wären halt hauptsächlich so Geschäftsführer, Manager, also mehr die, mehr die erfolgreicheren Leute, die auch so einen, die so einen Kacke-Fetisch haben. So scheinbar sind auch das eher die Leute, die so Baby-Windel-Fetisch und so haben. Ja, da ist doch auch, also das die halt auch so Dominas sehr toll aufzufinden, weil sie halt sonst immer irgendwie halt viel Macht haben, so im Alltag und dann diese Umkehr der Machtposition. Ja, ich denke auch mal, lass dich doch einfach wie der Rest von uns vom Kapitalismus ficken, deswegen braucht man das dann nicht mehr. Ja, das ist halt für die wahrscheinlich der Eskapismus, wenn sie keinen Bock mehr drauf haben, können sie aufhören, you know. Das ist ja toll, dass du den jedes Mal nochmal besiegen musst. Ja, pass mal auf, pass mal auf, bis ich ganz oben bin und dann runterfalle. Deswegen, ich hab das ja, ich hab das ja auch nur hauptsächlich die, das war auch so, als ich das bei Matthew Matosus mehrmals im Stream, oh fuck, mehrfach im Stream gesehen habe und er auch so zwei, drei Momente hatte, wo er so ganz oben war und dann wieder runtergefallen. Das hat er, glaube ich, aus dem letzten einen, wo er es, ich glaube, dreimal in Folge nach ganz oben geschafft hat, im selben Leben, ohne getroffen zu werden und ist dann immer wieder runtergefallen oben. Ich mach immer denselben, ich mach immer denselben Fehler, weil das ist nicht die, aus meiner Logik heraus denke ich irgendwie immer, ah, okay, das ist, sobald du auf der Plattform warst und du dann springst, dann verschwindet die, aber es ist die Höhe, auf der du bist und das heißt, dass ich dann immer auf der einen Höhe irgendwie ankomme. Ach, du Bastard. Ach, du Bastard. Das ist eigentlich der, das Lustige ist, das ist der erste Boss vom Spiel, nur dass der halt hier wesentlich weniger aushält. Also der ist nur im Hintergrund, so da. Ja, Lucy, recht hier, kein Kingsham in hier. Wenn er sagt, dass er es gern eng mag und dann den Koffer rausholt. Aber ich glaube, ich komme, Lottie, ist der eigentlich auch bei uns im Discord? Ich sehe den aber, halt zumindest immer in deinen Livestreams. Äh, doch, oder? Ich meine ja, ich meine ja. Okay, okay. In deinen Livestreams sehe ich ihn auf jeden Fall immer. Das hier. Wichtiger Metroid 1. Oh boy, oh boy, oh boy. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Na, ah, da bleib ich auch. Ah, ficken. Der denkt sich auch wieder so, oh Gott, ich hoffe, er kommt nicht nochmal runter. Nicht nochmal sterben. Ah, Jesus. So. Jetzt. So, 1. Haha. Okay, okay. Fuck. Heißt du da 1? Oder bist du da nicht so aktiv? Waaah. Ich vergess auch, ich vergess auch teilweise, dass, dass immer, wo Leute genau aktiv sind. Wo es dann so mehr, mehr im Discord, mehr im Stream, mehr in Privatnachrichten, mehr auf Twitter, so, das ist dann, so, ich kann, ich hab immer, ich hab dann meistens, wenn es irgendwo außerhalb von, von Twitch ist, dass ich zumindest auch immer einen Icon so vor Augen habe. Aber ich kann dann teilweise nicht sagen, so, das ist jetzt explizit aus, boah, du blöde Saftarschficke. Das ist jetzt explizit da und da gewesen oder so. Und das, das geht dann irgendwie alles ineinander über. Sag mal, hast du eigentlich, hast du das, das Tim Rogers Video eigentlich schon gesehen, komplett, das Cyberpunk Ding? Äh, ja, am Wochenende hab ich's fertig. Gut. Ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt nix, nix spoilern, aber welche, welche, hattest du ne bestimmte Reihenfolge gewählt, oder? Ja, ich hatte erst ne Reihenfolge und dann hab ich halt noch die anderen nachgeguckt. Achso, ich hab's, ich hab's einfach durchlaufen lassen. Das dachte ich mir. Deswegen, ich will jetzt, ich will das jetzt, ich will das nicht spoilern, ähm, deswegen, aber ich fand, ich fand den, 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 einen Moment auf jeden Fall dadurch sehr, sehr cool. Warte, wenn ich jetzt hier hochspringe, geht das dann auch weg? Nee, okay, ich kann zumindest auf der selben Plattformen da springen. Ich hatte sogar, ich hatte, glaube ich, hier Story 5 als letztes geguckt. Das war da ganz lustig, irgendwie. Ja, nee, ich fand das, äh, also ich bin, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, ich bin jetzt bei, ich glaube, die, ach, scheiße, ich bin jetzt die Hälfte von, von sechs, glaube ich, weil ich meine, das ist ja insgesamt einfach zehn Stunden lang. so. Ja. So, Part 5 ist der kürzeste Part und der ist der einzige, der unter einer Stunde ist. Ähm, aber ich, ich finde es bisher wirklich, wirklich fantastisch. Vor allem das, was ich, also ich fand ja beim letzten Mal einfach schon dieses, ähm, dass dieses Doom-Geräusch, äh, diese Shotgun, dass die nie, das wurde einfach nie alt. Ja, das fand ich unfassbar krass, also dass sich das nicht abgenutzt hat. Und jetzt hat er einfach dieses, dieses Mario, uh, dazu genommen. Und das kommt auch während diesem Video 50, 60 Mal. Und es ist jedes Mal, das Beste ist, wenn er irgendwie sagt, in diesem einen Enden, dass sich dann der Hauptcharakter, ähm, irgendwie dann Suizid begehen kann oder so. Und du siehst das nicht richtig, das passiert wohl so offscreen. Und dann hörst du so ein ganz dumpfes, so ein ganz dumpfes Schussgeräusch und dazu das, uh. Ja. Ich fand auch irgendwie, einmal hat er irgendwas mit Animal Crossing erwähnt und dann sieht man einfach, wie der was herstellen will, so die Animal Crossing Figur und dann explodiert das so in der Hand und dann kommt auch das Geräusch wieder. Dann so, okay, damit habe ich nicht gerechnet, ich musste lachen. Ich muss aber auch lachen, wenn ich weiß, dass es kommt. Ich find, also, ich find, bei dem Doom Ding hat es irgendwie immer funktioniert, in dem hier fand ich, dass es zwar schon immer funktioniert hat, aber oft hab ich halt damit gerechnet und fand's dann halt okay. Also, nie störend. Aber manchmal hat's mich dann doch noch kalt erwischt und dann fand ich's halt noch lustiger. Was auch geil ist, ist das T-Posing. Ja. Es gibt ein, das ist, glaube ich, ganz am Anfang, wo er diese, das, das, das aufzählt, äh, mit den, äh, mit den Pads, ich lass mich jetzt einfach mal töten, ähm, wo er die Patches auflistet. Wo er dann irgendwie so, patched again! Und dann, die, alles so von, Spiel ist rausgekommen, oder, nee, Spiel wurde angekündigt, delayed, 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 released, und dann patched again, patched again, und nach dem, achten oder neunten Mal, bricht der irgendwie so kurz ab und du siehst für so drei, vier Frames, wie er vor dem Greenscreen T-Post. Ja. Oh. 16-Hour-Tim, 16-Hour-Rogers. Äh, und ja, Tokita, wir sind, äh, gerade nur zu zweit, aber, es kommen wahrscheinlich noch welche dazu. Okay. Okay. Hahaha! Scheiße! Das meint, du regelst immer noch mehr als Yamchu. Oh, fuck. Ist das nicht aufbauend? Ja. Oh, fuck, 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 fuck. Das ist ja, ich mein, du kannst die spoilern. Ja, Big Reveal. Du kannst, du kannst die, also ich find, ich find, da kannst du auf jeden Fall Sachen drauf spoilern aus der, aus der Review. Ähm, das Beste fand ich immer noch, ähm, das letzte Matthew Matosis Video, wo er auch so reinschreibt, Spoilers vor und dann die ganzen Spiele auflistet und ganz unten Matthew Matosis. So. und he's not wrong. Also wenn das das erste Video wäre, was du von ihm siehst, dann spoilert er dir Sachen aus anderen Videos. Ach man. Meine erste Route bei dem Tim Rogers Video war, ich glaub, Story 1, also der Diskurs, äh, und dann Story 6. Das ist das, dieses, äh, Season of Trash. Äh, ja, ich glaube. Ich bin leider noch nicht bei dem, bei dem Segment angekommen davon, wo ich mich am meisten drauf freue, wenn er sich über die, äh, grauenhaften Gaming Chairs aufregt. Weil das ist schon, das ist das Segment schon. Nein, nein, ich, ich weiß, dass er sich darüber, ich hab so ein, ich hab so ein, also ich mein, du, du erfährst das schon relativ früher, also ich mein, dass er das Ding auch am Ende zersägen will dann. Ähm, ja. Und ich hatte so ein, so ein Twitter-Ding davon gesehen, was so 10 Sekunden ging. Ähm, diese, diese Gaming Chairs sind so ein Pet-Pee von mir schon seit Jahren, weil ich das einfach bis heute nicht verstehe. Also wenn du keine Ahnung hast, okay, und kein, und nicht so viel Geld, dass du dann vielleicht dir aus Versehen so ein Teil holst, von mir aus, aber dass du als reiche, reicher Content Creator, dir freiwillig deinen Rücken damit kaputt machst, I don't get it. Also, da ist mir doch selbst irgendwelche, welches Sponsoring dafür nicht wert. Weil die Dinger sind einfach scheiße. Oh mein Gott, neuer, ahhh! Naaaaaah! Hahahaha, nein! Welcome back, my friend. Oh no. Oh! Ah, schön. Sehr schön. Oh, da geht's, da geht's mit meinem Leben doch direkt besser. Frog fragt, ob es das PSP-Remake ist. Nein. Das sollte man optisch, aber glaube ich, direkt erkennen, dass das kein abgescaltes PSP-Footage ist. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, was ich von dem Tim Rogers Video halten soll. Alles. So ganz. Ich, das war mir dann doch too much. Ich hab, aber er sagt es in seinem Video ja selbst, dass er drei Stunden nochmal um fünf aufbläst. Oh, Video-Spoiler. Oh, Markus einfach voll die Review hier am Spoilern. Das hat der einmal in dem Nebensatz gedroppt, come on. Es ist, also ich finde, das ist für die Erfahrung ein leichter Spoiler. I don't know. Also ich würde am liebsten nichts davon. Er sagt an einem anderen Punkt, aber man weiß ja, dass ich nicht abschweife. Ja, das ist ja, das ist ja der, das ist ja der offensichtliche, das ist ja der offensichtliche Gag. Ich hab mit Lena auch gestern mal kurz drüber diskutiert gehabt, über so ein paar, ich mein, ich hatte es noch nicht komplett gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich hab es immer noch nicht komplett gesehen, aber ich hab auf jeden Fall jetzt mehr gesehen. Und kann die Kritik in vielen Punkten jetzt irgendwie noch weniger nachvollziehen? Jetzt, wo ich die, die zu kritisierenden Stellen irgendwie selber gesehen habe. Ich find, also bisher, ich fand's von vorne bis hinten, von vorne bis hinten großartig. Das ist halt die, diese Sachen, die too much sind, das ist halt genau der Kram, den ich, den ich dabei liebe. Ich geh, ich geh in ein Tim Rogers Video nicht rein, um viel über das Spiel zu erfahren. Das ist der, das ist der falsche Ansatz. Du gehst, du guckst dir ein Tim Rogers Video an, um mehr über Tim Rogers zu erfahren. Dina schreibt kurz. Das war, ähm, äh, das ist so die, keine Ahnung, es gibt auch so ein paar, es gibt dieses, dieses auch, das eine Video bei Kotaku, wo er einfach spontan das, äh, komplette Intro von, von Link to the Past einfach, so Screen for Screen nacherzählt. Und dir halt auch, so fast zu 100% korrekt, korrekt sagt, wo alles auf dem, auf jedem Bildschirm irgendwie drauf ist. Ich bin der, der hat ja dieses, äh, oh, du fickende Arschtitte. Ähm, der hat ja dieses, dieses kranke, kranke Gedächtnis. Boah, da gibt's auch einen, äh, einen Artikel, den der mal auf, äh, Action Button geschrieben hatte, wo es so, äh, ich weiß nicht mehr, wie das, wie das heißt genau, wo er, der drüber redet. und das ist, du bist quasi in deiner eigenen Hölle von Erinnerungen gefangen. Also der, der Grund, warum er eigentlich so, sein ganzes, das alles so aus Anekdoten besteht, die so super detailliert sind, ist, weil er, äh, weil er das halt permanent in sich, in sich quasi erlebt. Also das heißt, wenn du, wenn du irgendwie denkst, diese, hm? Also ich hab nen Kollegen, der hat das in ner, nicht ganz so starken Form auch. Oh, fuck. Also der hat auch dieses, dass er sich halt irgendwie, ständig an alles irgendwie erinnern kann und dann wird es immer auch, im Kopf halt, dann immer und immer wieder abspielt. Ja, genau. Ähm, und das heißt, wenn dir das, wenn es dir so mal eine halbe Stunde auf den, auf den, auf den Keks geht, dass er irgendwelche Anekdoten erzählt, stell dir mal vor, dein Leben besteht da draus, dass das die ganze Zeit in deinem Kopf durchgeht. Deswegen ist es dann immer so, dass er dann, also ja, das ist dann an dem und dem Tag rausgekommen und das war, zu dem und dem Zeitpunkt hab ich mir das geholt, mit den und den Leuten, die dabei waren, die haben das und das getragen. Es war so und so viel Uhr. So. Ich dachte am Anfang, das wäre auch einfach nur so ein Gimmick gewesen, weil er das in seinen Texten früher auch immer gemacht hat, dass er das so genau aufgeschrieben hat und hat auch immer die, die Dollarwerte von den Preisen, die er gezahlt hat, genannt und alles und welcher Laden das exakt war und dann habe ich danach auch gemerkt, oh nee, das ist einfach nur so It's the coping mechanism. Oh Jesus, Salz aber. Also ich muss sagen, mir war es in dem Video, also gerade in der ersten Route, die ich gewählt habe, war es mir ein bisschen too much, aber in den anderen Parts, die haben es dann für mich nochmal aufgewertet und da hat er dann auch noch ein bisschen mehr über das Spiel gesprochen, weil Part 6 ist halt wirklich, ist halt einfach sehr viel über sehr viel anderes. Ja, das auf jeden Fall. Oh mein Gott, jetzt kommen diese beschissenen, oh was ist das? Icy Tower! Oh no. Ich will das, diese, das ist meine Vorhine, als du runtergefallen bist, ich habe mich kurz dabei ertappt zu glauben, dass wir weiterkommen. Das ist, wenn du das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machst, wo du halt diese, du hast nur zwei Checkpoints, also einmal zur Hälfte und einmal vor dem Boss und diesen Checkpoint, den ich gerade eben gekriegt habe, der ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nicht da. Das heißt, du kannst noch bis hierhin, das ist der eigentliche Checkpoint, den du dann erst kriegst. Das heißt, du kannst theoretisch bis dahin komplett wieder runterfallen von da oben. So, that can happen. So, jetzt sollte aber glaube ich, ich glaube, jetzt kommt finaler Boss. Die erste Phase ist die, ist die schlimmere. Okay. Dann bin ich mal gespannt. So, jetzt habe ich noch zwei Minuten. Von den Tim Rogers Videos war das Tokimeki, also von den Action-Button-Videos zumindest war das, glaube ich, mein Liebling. Ich fand das fantastisch. Das war auch das, wo er dir am meisten über das Spiel tatsächlich beibringt. Das liegt aber auch, glaube ich, Ja, das war ja wie so ein Guided Let's Play so ein bisschen plus seine Anekdoten und das fand ich super. Das liegt auch, glaube ich, ich glaube, seine Art hat sich dafür auch am besten geeignet, weil es eben ein Spiel ist, was keiner kennt. Wenn das so bei anderen Titeln ist, die du halt selber gespielt hast, ausführlich und kennst, dann geht dir das vielleicht eher auf den, auf die Nüsse oder so und bei Tokimeki Memori, wo es einfach so, die Chancen, dass du dieses Spiel überhaupt jemals davon gehört hast, ist so gering und dann funktioniert so sechs Stunden, aber das war darüber natürlich noch am besten. Aber ich habe das auch, das ist, glaube ich, das einzige von den Videos, was ich mehrfach gesehen habe. Echt? Die anderen habe ich auch nur einmal gesehen. Ja, das sind jetzt nicht die Videos, die ich mir immer und immer wieder ansehe, wie irgendwie so ein H-Bomb-Video oder so. Ja, stimmt, du hast ja so ein paar Videos, die du immer wieder guckst. Ja, ja, immer und immer und immer und immer. Also H-Bomb gehe ich wirklich so, wie in so einer nächtlichen, das ist halt zum Einpennen, wenn ich mir irgendwas anmache. Also früher, ich habe mir einfach immer Sitcoms angemacht. Also ich habe zum Einschlafen immer Friends oder so auf DVD durchgeguckt quasi. Ich muss mir merken, dass es die anderen sind, die dann hochgehen, die anderen Plattformen. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit immer Friends angeguckt und jetzt in dem Fall bin ich dann irgendwie auf so YouTube-Essay-Dinger dann zurückgewichen. Oder auch, wenn ich gerade einfach kein aktuelles Video offen habe oder mich von den aktuellen Videos, die ich noch aufhabe, keins so jetzt gerade so richtig interessiert oder kein Podcast, bla, 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 oder kein Podcast, der mich gerade interessiert, dann gucke ich die Sachen, höre ich mir die auch einfach nochmal zwischendurch so als Hintergrundbeschallung an. Also das heißt, es gibt teilweise Videos, die kann ich so halb mitsprechen. Oh krass. Ja, ich komme bei der Arbeit jetzt auch so dran, dass mir der Content ausgeht. Das Problem hatte ich davor nie. Also weil ich halt auch so ein bisschen unterteilt zwischen, was kann ich wirklich nebenher laufen lassen, so als Beschallung. da will ich halt jetzt auch viele Essays dann nicht gucken, wenn ich halt währenddessen schon noch schneide, aber hat zum Beispiel so Podcasts und so, I don't know, da geht mir gerade irgendwie das Zeug aus, weil ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viele gehört habe. Ja, wenn du, ich meine, wenn du die Sachen halt schon mal schon gesehen hast, wie ich dann auch teilweise halt mehrfach gesehen habe, dann ist es auch nicht wichtig, dass du irgendwie alles mitbekommst oder so davon. Zum Beispiel, was ich auch nicht machen kann, ist so, was andere Leute, was viele Leute machen, deswegen werden ja auch so, viele Podcasts laden ja auch ihre Ausgaben immer so um Mitternacht hoch, weil ja, dass super viele zum, ja, na, das war gemein, weil super viele das so Aaaaaaah einschlafen hören und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich will ja, ich will ja, ich will das ja mitkriegen und wenn ich dann einschlafe, weiß ich nicht, wo ich eingeschlafen bin, weil du, du weißt ja nicht, du kriegst ja nicht den genauen Zeitpunkt mit, in dem du einschläfst, das heißt, das ist dann so, okay, wo war ich, was war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, wo ist das ungefähr irgendwie, I don't know, äh, das kann ich irgendwie nicht machen, weiß ich nicht, deswegen würde ich auch meine Podcasts nie um die Uhrzeit hochladen, weißt du, ja, aber wir wollen das, wir wollen das aber gerne um Mitternacht haben, also fickt euch, das ist mein Podcast, ich lade den hoch, wann ich den haben möchte, kannst du einfach am nächsten Tag dann zum Einschlafen anhören, wo ist das Problem? Hört ihr meinen Podcast gefälligst beim ersten Mal nicht zum Einschlafen an? Ein paar Garthogs meint, Sachen so oft immer wieder schauen, dass man sie irgendwann aus dem Kopf zitieren kann, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, und für alles auf Twitter immer die passende GIF haben, das kann ich auch nicht nachvollziehen, wer sowas macht. Dafür brauchst du, dafür musst du dir auch die Ordner dafür anlegen, da bin ich einfach zu faul, da bin ich einfach zu faul für, das ist, das ist mein Problem. Ich hab am Handy ich hab einen Ordner für Bilder und da sind alle Bilder drin. So, ansonsten, ja, same. Ansonsten, ich ordne, ich ordne alles irgendwie haargenau oder teile die Sachen ein, ich mein jetzt hier selbst auf der, selbst auf der Xbox hab ich das so, dass ich hier meine, das muss alles geordnet sein, das sind die gekauften Download-Spiele, das sind die, alles was ich im Game Pass gerade runtergeladen habe, das sind meine physischen Spiele, das sind abwärtskompatible Sachen, hier ist dann, hier sind dann die, die Apps alle, bla 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 und sowas drin, ich hab hier nochmal, äh, Roguelikes und, und Jackbox und sowas, äh, oder Sachen, die ich noch einfach auf tausend bringen muss, ähm, das hab ich alles sortiert, aber Bilder oder so im Handy, nie, und da, und da kenn ich auch andere Leute, die haben dann eben ihre, ihren Reaction-Ordner im Handy quasi drin, wo die dann auch alles drin abspeichern, und ich komm, ich komm nicht mal auf die Idee, in meinem Handy Bilder abzuspeichern, weil ich das einfach nervig finde, so, keine Ahnung, ich weiß halt nicht mal, wie man das im Ordner erstellt, bei den Bildern, also ich kann's dir halt nur auf dem iPhone sagen, also da weiß ich, wie es geht, aber zum Beispiel auch, auch Bilder runterladen, finde ich, äh, finde ich da schon einfach mega anstrengend, weil es dann immer so, äh, gedrückt halten, dann hochschieben, und dann die Funktion auswählen, und am PC bin ich einfach rechtsklick, speichern, fertig. You're almost halfway there, fuck you. ja, ich schicke mir ja ganz oft Sachen immer, dann schicke ich sie mir in Telegram selbst, damit ich sie auf dem PC hab. Deswegen, ich weiß auch, Janneke hat sich auch so bestimmte, die hat sich auch so Tastenkürzel eingespeichert für, äh, für irgendwelche Aski-Smileys oder sowas auf dem Handy, wo ich auch so, Alter, ich muss schon, ich krieg schon nicht irgendwie TM hin, ich muss mir das jedes Mal, ich muss das jedes Mal googeln und dann kopieren von irgendwo her. ich auch. Ich hab das mal nachgelesen, wie das auf Mac gehen soll, und alles, was ich finde, sind veraltete Tastenkürzel, die für mich nicht mehr funktionieren. Alter, wie schnell hab ich den denn da jetzt in die nächste Phase reingebracht? What the fuck? Hellerkind Uzumaki meint, ich hab eure Anime-Podcasts so totgesuchtet zum Einschlafen, dass es mich nicht wundert, wenn ich die Hälfte der Aufrufe gemacht hab. Oh, geil. Ich hoffe, es gibt Leute, die haben sich mehrfach die, ähm, ah, fuck. Die haben sich mehrfach die Vernichtungscast von Pokémon angehört. Es ist auch echt schade, dass wir die nicht fortgesetzt haben. Ja, ich... Muss ich sagen. Deswegen, ich hatte das bei, bei letztens, als ich so Tierlisten mal gemacht habe, da kam mir so, mir hat das gefehlt, dass ich niemanden dabei habe, um darüber zu diskutieren. Ja. Vor allem halt die, die dummen Diskussionspunkte dabei, wo du einfach... Wir können gern auch mal in den Streams am Montag dann auch mal irgendwie so Quatschtierlisten machen. Wir machen einfach, wir machen einfach Subway-Tierlisten. Ach man. Ach so, Crepper meinte übrigens noch, äh, dass das Tokimeki-Video das einzige war. Das war... Ich weiß gar nicht... Crepper, dein Pronomen war Day, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tut mir leid. Sag mal das im Deutschen eigentlich so. Ja, ich glaube, ich glaube, es war mit D, also dieses deutsche Day. Dieses D-E-Y. Ah, okay. Es kann ja auch sein, dass das nicht mehr aktuell ist. Ich sag's einfach mal, Day meinte, dass, äh, dass, dass halt das Video war, das einzige von Tim Rogers. Ah, okay. Ne, das ist ja, glaube ich, das erfolgreichste von allen. Einfach weil, also wenn das auch nicht so lang wäre, wäre das auch nicht, wäre das auch nicht so erfolgreich. Ja, das ist das erfolgreichste von allen. Das hat fast, das hat, glaube ich, fast 700.000 Aufrufe. Ähm, äh, das ist auch das Video, was, was Leute, ähm, wenn sie halt vorher mit Tim, mit Tim Rogers nicht bekannt waren, ähm, immer das als das, das Video zitieren, was sie irgendwie gesehen haben oder darüber kennen. Einfach die, ohne die, ohne die, die Länge wäre das auch, äh, wäre das auch, glaube ich, nicht erfolgreich gewesen, weil du ja, du guckst dir das an und denkst, das ist ein Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. Was zum Teufel ist das? Und jemand hat einfach ein sechs Stunden Essay darüber gemacht, okay, da will ich zumindest mal kurz reingucken. So, das, diese, diese Neugier klingt man ja irgendwie. So, vor allem, wenn es ein Thema ist, wo ich keine Ahnung von habe. ich habe jetzt gerade, was ist das in meiner Abo-Box irgendwie, Quinten Reviews Video zu Victorious, keine Ahnung, irgendeine Nickelodeon Serie, von der ich niemals gehört habe. Und das ist ein sechs Stunden oder fünf Stunden Essay und ich bin eben so, okay, was da drin rechtfertigt fünf Stunden, ich muss zumindest mal kurz reinhören. So, die Neugier ist dann da. Ich glaube, das, ich glaube, das hilft. So, bei populären Sachen, da brauchst du dann nicht, okay, jetzt ist wieder ein sechs Stunden Video zu Dark Souls oder Breath of the Wild. Kenn ich. Schon, schon mal gesehen. Passt schon. Aber wenn du halt das zu einem Spiel, zu irgendwas hast, was weird, was irgendwie so aussieht, als ob das, als ob niemand überhaupt eine halbe Stunde darüber reden könnte. und dann siehst du diese immense Zahl unten. Mein vier Stunden Honeypop Video. Ja, darauf warte ich immer noch. Was ist da los, Markus? Agreppa, mein Dexiaxin. Okay. Ja. Ich versuch's. Ich kann nicht versprechen, dass ich's korrekt bemerke, aber ich versuch's. Ich kann mir nicht mal am Namen merken. Das ist... Vornamen sind das, Namen sind das Schlimmste. Oder nicht. Namen sind das Schlimmste. Das ist meine... Ich kann mir halt teilweise... Also Namen sind auch richtig schlimm. Es ist halt so, eine Person sagt mir den Namen, ich hab ihn vergessen. Ja, das ist meine schlimmste Allmann-Qualität, dass ich halt auch alles, was nicht so... Was nicht so ein Namen bin, mit deren Aussprache ich vertraut bin, die vergess ich nochmal. Oder selbst Aussprachen, die ich vertraut bin, aber die ich aus meinem privaten Umfeld nicht permanent höre. So, wenn das ein Name ist, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe, habe, dann habe ich den nach zwei Sekunden... Also, selbst wenn du irgendwie Thomas heißt, die Gefahr ist groß, dass ich nach fünf Minuten wieder vergessen habe, dass du Thomas heißt. Aber, wenn du, ähm, irgendein Name ist, den ich noch nie gehört habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 100%, dass ich nach zehn Sekunden wieder vergessen habe. Das, äh... Bei mir ist... Das ist bei mir immer so. Deswegen, auch wenn wir über irgendwelche... Ähm, auch selbst bei Anime oder so, wenn ich den nicht 5000 Mal gesehen habe und die Charaktere so auswendig kenne, selbst da vergesse ich immer, wie die heißen. Ja, ja. Weil ich außerhalb von... Außerhalb von den Sachen halt in meinem privaten Umfeld diese Namen kaum noch mitkriege oder so. Außer wenn es jetzt halt bekanntere, ähm, Namen davon sind. Keine Ahnung, wenn der jetzt halt fucking Shinji heißt oder so, dann... Dann bin ich so, ja, okay, das kriege ich noch. Das kann ich mir merken. Ah. Mir hätte letztens jemand ein Video geschickt, wo einfach... Wo es so... Wie... Wie, äh... In Norwegen Leute Björn aussprechen. Und das hat 2,8 Millionen Aufrufe. Und ich bin so, warum hat das 2,8 Millionen Aufrufe? Dass irgendjemand in irgend so'n... In irgend so'n... Lokal in Norwegen gegangen und hat die armen Mitarbeiter gefragt, wie sie Björn aussprechen. Und das wird dann in so'ner 28 Sekunden Montage irgendwie gezeigt. Und so 2,8 Millionen Aufrufe. Ich verstehe YouTube einfach nicht. Ach, Mann. So, da klicke ich drauf. Ja, wenn du das dann Jahre, Jahre alt ist und dann wird das halt wieder hochgespült. Was im Namen. Ja. Hast du, hast du mal, hast du mal YouTube Shorts ausprobiert, zu konsumieren? Äh, wie konsumiert man die? Also im, äh, ich glaub, die kannst, ich weiß gar nicht, ob die im Desktop überhaupt verfügbar sind. Äh, in der App hast... Ja eben, deswegen nicht. In der App haben die einen eigenen, ähm, haben die so eine, so eine eigene Leiste dafür unten neben den Subscriptions. Ähm, und das ist ja dieser, das ist ja dieser... Also ich hab sie nur gesehen, wenn ich auf dem Desktop auf den Kanälen sie gesehen hab. Genau. Oder in der Abo-Box. Genau, aber in, in, in der App kriegst du die auch immer unter Videos als Vorschlag und du hast eben diesen eigenen Reiter, dass du die wie so TikTok, äh, unendlich durchscrollen kannst. Aber während ich bei, bei TikTok sage, ich werde mir diese, diese App niemals installieren, weil ich, ich merke das schon, wenn ich das, wenn ich da irgendwie mit Janneke zusammen, äh, so ihren Algorithmus, äh, mal irgendwie kurz durchsehe, wie schnell du da eine halbe Stunde lang hängen bleibst. Und dann hab ich mir das auf YouTube, auf YouTube ausprobiert und ich dachte mir so, boah, auf YouTube hab ich einfach null Gefahr hängen zu bleiben. Weil das hat einfach keinen Algorithmus. Das hat einfach keinen Algorithmus. Das ist nur, das ist nur Normie-Content. Die ganze Zeit, das ist so dieser, dieses von, von YouTube quasi selektierte, das ist, was wir wollen, wofür unsere Plattform bekannt ist, Inhalte. So, keine Ahnung, das sind so 200 Science-Videos. Oh, hier, wenn wir das damit machen und das damit machen, dann kommt das dabei raus. Und das ist, ah, geil. Zwischendurch ein Jordan-Petersen-Video, wo ich mir auch so denke, nice, danke YouTube. Ähm, und das ist so, und dann wird das, und dann wird das so viel gepusht und Leute fangen halt wieder an, oh, das ist das Neue von YouTube. Okay, wenn wir das jetzt machen, dann werde ich damit erfolgreich. Also fangen alle an, irgendwie Shorts zu machen und dann gehst du auf jedem fucking Kanal, dem ich folge, der jemals einen Short gemacht hat. Das ist das Video mit der, mit der niedrigsten Aufzahl. Also das wird einfach nicht geguckt. Weil du halt nur Glück haben musst, dass es vom Algorithmus aufgefasst wird in dieser Short-Sache selber. Weil, wenn du am Desktop bist, du willst kein horizontal gefilmtes Video gucken, was eine Minute lang ist. Ja. Was soll das? Und das ist wieder so, das Geile an YouTube immer so, dass die Leute, die die Plattform betreiben, keine Ahnung haben, wie ihre Plattform oder wie generell Plattformen funktionieren. so, mach das, worin du gut bist und baue das aus und versuch nicht einfach, da ist jetzt, da ist jetzt ein Video-Competitor und die machen ganz andere Videos, die einen ganz anderen Zweck haben, aber, aber das brauchen wir jetzt auch auf unserer Plattform. Und dann nach einem halben Jahr ist es wieder vollkommen scheißegal. So every time. Ja, ich wollte es auch mal zumindest ausprobieren, weil man es dann halt direkt auf mehreren Plattformen hochladen kann. Boah, ne, ich haus... Und weil ich aktuell so Probleme habe, Skripte zu schreiben, dann dachte ich, dann könnte ich vielleicht mit diesen kleinen Videos, weißt du, dann hat man immer was fertiggestellt. Aber du kannst ja, du kannst ja kleine, aber du kannst auch kleine Videos ja auch so machen, die müssen ja nicht als, als Short im Horizontalen, weil damit es ein YouTube-Short ist, musst du die, glaube ich, in dem, das muss in dem Handy-Format gemacht werden. Du kannst, du kannst die, glaube ich, in keinem anderen, in keinem anderen Format irgendwie hochladen. Hey, Björn, was würdest du sagen, wenn ich dir vorschlage, dass du auf deinem Hauptkanal einminütige Videos holest? Ähm, weil ich... Als Short kann ich sie eher rechtfertigen, you know? Oh, Jesus. Ah! Oh, boy. Oh! Oh, heiß! Oh, heiße Kartoffel! Boah, was ist das? So, das muss man hier wieder im Chat nachholen. Hier wurde erwähnt, dass, äh, in dem... ...Geseki No Kuni, in dem Land der Juwelen, hier die Pronomen Xiex7 vorkam. Das hatte ich auch mal mitbekommen. Das finde ich gut. In dem ersten oder im zweiten? Äh, äh, wie im zweiten. Ja, ich... In welchem Ni No Kuni? Nee, im... Das Land der Juwelen Manga. Ach so, der Manga. Ach so, okay. Ja, genau. Natürlich, natürlich gibt's einen Manga. Natürlich gibt's einen Manga. Ah, hallo, Elena. Moin. Moin. Hallo, hallo. Bin auch da. So, und, äh, Kellerkind Uzumaki hat noch, auch zum zweiten Mal schon gefragt, ob wir noch einen Podcast zu Tokyo Revengers machen. So, Elena, möchtest du einen Podcast zu Tokyo Revengers machen? Boah, ich dödel so gerade auf die Bühne und so direkt Scheinwerfer auf und ist klatsch. Du kannst auch erst mal ankommen. Ich kann zumindest sagen, dass ich zumindest bei Anime Slam hatte ich da mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also ich hab... Also ich hab... Also ich weiß, dass Tokyo Revengers jetzt gerade das heiße Ding ist, wo der jetzt auch lizenziert für Deutschland als Manga, wo es direkt aus dem Omnibus rauskommen wird, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen zwei Bände pro Dings, damit wir schnell, äh, aufholen können. Oh, Chainsaw Man could never. Oh, fuck. Da müssen wir ja sie alle drei Monate warten, bis ein neuer Band rauskommt. Ich glaube, drei sind, oder? Ja. Aber das war... Äh, yo, aber Tokyo Revengers, muss ich sagen, kickt mich leider nicht. Ähm, und zwar ist... Ja gut, ich werde vielleicht jetzt mal die erste Folge irgendwann mal gucken. Bei mir ist das Problem, ich stehe halt auf dieses Delinquent-Ding, aber das Problem ist, bei mir ist es halt der 80er-Flair, der mir da fehlt. Also ich brauche meine, meine super Pompadour, meine, meine Muscle Man und alle müssen so kantige Gesichter haben, dass die, äh, Dosen damit aufmachen können. Weil für mich sehen die alle zu bischi aus. Also die haben für mich nicht die Masse und auch nicht den Look für das, was sie tun sollen. Also da kommt bei mir eher ein Podcast über, keine Ahnung, Kyokara Orewa, From Now On I Will Be oder, äh, Otoko Juku, bevor ich wahrscheinlich was über Tokyo Revengers mache. Das ist aber auch, äh, so ein Ich-Problem. Also das ist, weil ich da so in dem 80er-Geflups drin hänge. Äh, Frage kurz, ist das, ist das das, was ich mitbekommen habe, was diese Cosplay-Kontroverse hatte? Mhm, ja. Wo, weil auf den offiziellen Cosplay dieses, äh, buddhistische Hakenkreuz drauf ist. Ja, genau. Die haben halt das Manji-Symbol auf ihren Uniformen. Genau. Genau. Was in der internationalen Version vom Anime, glaube ich, sogar retuschiert ist oder geändert. In allen internationalen oder nur jetzt hier für den, den deutschen Markt? Ne, in allen. In allen. Crazy. Äh, genau. Und sowohl auch die Manga-Publisher haben bestätigt, dass sie gesagt haben, sie werden es nicht im Manga zensieren, aber sie haben gesagt, sie werden es nicht auf den Covern zeigen. Da werden sie wahrscheinlich eigene Cover machen oder sowas. Verständlich. Also, dass es im Manga nicht nicht zensiert ist, finde ich eigentlich gut. Also, weil es ist halt ein, keine Ahnung, also ich kann es halt so aus der, aus der Angst heraus verstehen, Ärger zu kriegen. Aber ich finde es halt auch irgendwie blöd, so ein religiöses Symbol dann, also was halt wirklich in der Kultur verankert ist, wegzustreichen. Weil geh mal nach Japan, mach eine Karte auf und du siehst die einfach, weil das sind die Symbole, die auf Landkarten für Tempel auch genutzt werden. Du hast halt, du machst das Ding auf und du bist so Oh, Hakenkreuz! Ja, es ist halt, eben, ich schätze halt wegen dieser kulturellen Vorbelastung. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel im Manga dann am Anfang irgendwie kontextiert, was dieses Zeichen hier bedeutet und das wäre, dass das halt schon ausreicht. Das sollten sie, das sollten sie eher machen als irgendwie Oh, Halt! Das ist ein Manga, den liest man von rechts nach links. Und Leute, falls ihr das in Deutschland cosplayen wolltet, solltet ihr das nicht auf eure Uni vorpacken. Ja, das ist, das ist, das ist ein Argument, was ich dann nicht verstehe. Weil, wenn du nicht Teil der Kultur bist, dann zählt das Argument für dich nicht. So, du kannst nicht sagen, oh, das ist aber ja Teil der Kultur und ein religiöses Symbol und deswegen, ja, deswegen kannst du das, aber wenn das nicht deine Religion ist und nicht deine Kultur, dann zählt das nicht. Sorry. Ja, aber selbst wenn ist es halt in Deutschland trotzdem ein verfassungsfeindliches Symbol, egal wie rum es ist. Selbst das, selbst das Manga-Ding davon? Ja, soweit ich weiß schon. Das auch crazy. Es gibt halt, das wurde zendiert, das auch und dann noch, ich habe das mal gesehen, irgendwann in Sozialkunde, gibt es da noch so eine ganze Palette, an was noch alles verboten ist, weil halt diese Kollegen, die sowas benutzen, halt immer wieder auf neue, spugige Ideen kommen, es halt anders zu machen, dann sagen, nein, das ist aber nicht das, was das Original, das habe ich verändert, ich habe Schleifchen dran gemacht. Also deswegen mussten wir halt auch so eine, gewisse Weise an alternativen Dingern auch mit auf der Liste. Ja, ich glaube, diese schwarze Sonne zum Beispiel ist glaube ich auch verboten. Ja, ich glaube, die gehört auch mit dazu. Es gibt eine Variante mit drei anstatt mit vier. Ich glaube, die auch. Mal gucken, ob ich in dem Podcast den Boss noch geschafft kriege. Du bist auch wieder eine Weile dran. Aber hey, kommst du immer wieder voran. Let's go, wir glauben an dich. Aber ja, also ich kann noch sagen, ich, also ich habe die erste Staffel von Tokyo Revengers geguckt und ich bin eher so semi-begeistert. Also ich weiß auch nicht mal wirklich, worum es geht. Das ist nur, jemand wird geäßigkeit durch eine U-Bahn. Ich finde die Beschreibung so geil. Geäßigkeit durch eine U-Bahn. Ich weiß sofort, was du meinst. Das ist super. Das ist eine hervorragende Beschreibung. Geäßigkeit durch eine U-Bahn. Nice. Sag mal, ist ganz eigentlich ein Isekai? Weil du bleibst ja, sie bleiben ja theoretisch noch in dir, also bis zum Ende in unserer Welt. Gut, das stimmt. Das ist keine Welt, sondern nur ein Death Game in unserer Welt. Gut, genau. In dem Sinne ist ja auch Battle Royale kein Isekai. Das sind so Leute, die auf eine Insel gehen. Ja, aber ich, es ist einfach dieses, weil dieser Start, mit dem du stirbst und kommst dann woanders hin, aber es ist halt keine andere Welt. Sie werden halt nachher Teil, also nachher kommen sie zu einer anderen Welt, wenn das Spoiler-Raumschiff kommt. Spoiler für einen über zehn Jahre beendeten Manga. Ganz hat eh ein beschissenes Ende, ist mir das auch egal. Nochmal zu Tokyo Revengers, was mein Problem so ein bisschen ist zu einem Teil zum Beispiel, ist eben, also die Prämisse ist, dass er eben, ja, er wird durch eine U-Bahn Isekai und ist dann plötzlich in seiner Jugend wieder. und dort realisiert er dann aber, also am Anfang denkt er halt, es ist alles halt irgendwie so ein Traum oder dass er sein Leben nochmal irgendwie so an sich vorbeiziehen sieht. Es gibt dann aber quasi so ein Triggerpoint, mit dem er dann wieder zurück in die Gegenwart gelangt. Es geht in beide Richtungen. Genau, es geht in beide Richtungen und dort gibt es auch einen Triggerpoint, mit dem er dann wieder in die Vergangenheit zurückkehren kann und dann macht er es sich eben zur Aufgabe, bestimmte Dinge abzuhalten, weil eben ein paar Personen, die er kennt, eben schreckliche Schicksale ereilen und er mit seinem Leben halt auch nicht zufrieden ist und dann macht er es sich eben zur Aufgabe, das alles zu verändern, indem er dann in die Vergangenheit zurückreist, dort versucht, die Sachen zu beeinflussen und dann kehrt er zwischendurch immer wieder in die Gegenwart zurück und kann dann sehen, was passiert ist. Meistens ist es so, dass alles schlimmer wurde oder halt anders scheiße ist und dann muss er halt neu ansetzen. Quibli-wobli, timey-wimey Stuff. Ja, das an sich fände ich das gar nicht so schlimm, aber das nutzt diese Zeitmechanik halt wirklich einfach nur, wie es die gerade für den Plot braucht und es bleiben einfach so viele Fragen irgendwie offen und unbeantwortet. Das war mir irgendwie too much, weil ich finde, wenn man, ich finde, Zeitreisemechaniken können halt ziemlich cool sein, aber ich finde, wenn man sie benutzt, macht man sich damit auch sehr angreifbar, weil man halt irgendwie die Regeln dann auch auslegen muss, finde ich, damit man die nachvollziehen kann. Und das hat mich hier dann schon irgendwie gestört und auch wie die Geschichte halt teilweise verläuft, weil er dann halt auch sehr ambitioniert sich Ziele setzt, was er dann machen wird und was er erreichen wird und dann ist er halt einfach, ey, übelst der Lappen. Und dann halt einfach so Sachen wie, Oh nein, es passiert, was ich dachte, was passieren wird. Und dann steht er daneben und unternimmt so kaum was. Und er will einer, er will halt richtig da aufsteigen, auch in dieser Gang, aber er lernt einfach nicht zu kämpfen. So jeder andere dort in dieser Gang kann halt Leute vermöbeln und er ist halt dann trotzdem immer noch ein Lappen, aber später ranghöher als die anderen so. Jetzt mal weiter hier. Also das war ich halt ein bisschen aufgeregt. Okay, aber jetzt wichtig, der Mann mit dem Mantel ist hier. Der einzig wahre. Der Mann mit dem Mantel? Ich trage Mantel, damit das klar ist. Das ist doch ganz gefährlich, wenn du im Park bist. Und du da sagst, oh, das ist der Mann mit dem Mantel. Ach, Junge, das ist wacker Dreck, Mann. Der ist L-Botel. Das ist ja nicht so sehr, Alter. Das höre ich öfter. Ja, zu Recht. Äh, hi Leute, Parker ist hier, hey. Wie geht's? Gut, gut, gut. Ich habe gerade noch einen Podcast aufgenommen, hey. Ich bin produktiv, auch wenn man sich merkt. Sehr gut. Ich glaube es in Goblin's Time, oder was? Genau. Final Boss sei jetzt sechs Stunden gefühlt. Ach, fuck. Das stimmt, der hat einen Mantel. Er hat einen Mantel. So ein Weihnachtsmann-Mantel. Vielleicht macht der auch eine Ansage an Zero-G. Zero-G to the E. Ist das ein Isekai, wenn Flint Hammerhead von der Steinzeit in die Zukunft verfrachtet wird? Nein, Isekai ist auch nur neue Welt, also im Grunde schon. Ja, stimmt. Aber ist es, äh, 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 ungern als einer angesehen. Weil sie ja jederzeit wieder zurück kann. So, aber ich hätte gedacht, sie fällt doch am Anfang unfreiwillig rein. Ja, aber sie hat halt immer eine Backupline, so, weißt du? Ich weiß nicht, ob das wirklich dann noch zählt. Also sie kommt halt schon sehr schnell halt wieder raus. Das ist nicht wie bei Digimon, wo sie erst mal irgendwie so zwei Drittel des Abenteuers erleben müssen, bevor sie dann irgendwie rauskommen und dann später wieder reingehen können. Das ist nicht wie fucking Planet, der Dinosaurier, was einfach der geilste Shit ever ist. Du da, die Pferde, Alter. Baka, hast du denn schon irgendeine Meinung zu Tokyo Revengers? Äh, ja, äh, schon vor einem Jahr. Äh, ich bin kein Fan davon. Okay. Okay, dann, äh, haben wir alles zusammen. Aber ich hab's noch nicht mal gesehen. Ja, es ist halt, also ich muss sagen, äh, wenn du im Manga liest, ist der Zeichenstil aber sehr schön eigentlich, weil er recht an individuell ist. Und, äh, ich mag viel mehr einen anderen Manga vom selben Manga, deswegen, also zeichnerisch ist schon stabil. Also, ja, ich hatte schon vorher angemerkt, bei mir ist da halt nicht genug Delinquent drin. Ja, ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist so, es ist halt mehr so Baby's First Delinquent Manga, so, weißt du? Also, so fangen wir nicht an, ja. Ich hab direkt schon bei, bei den 80er Jahre steht hier angefangen, also ich meine, so generell, es ist halt sehr einsteigerfreundlich, es ist nur nicht so wie der Rest des Genres, es ist so, es ist nicht irgendwie mit Schonen-Gummi oder diesen ganzen anderen, äh, wir führen jetzt Bandenkriege, die über das Schicksal der Stadt entscheiden, aber der Rest der Stadt kriegt es gar nicht mit, mäßig so, äh, stattfindet, weißt du, was ja normalerweise in diesem Genre stattfindet. Oh Mann, jetzt will ich's überhaupt gar nicht mehr gucken, es ist so, es ist so eines der Hauptdinger, oder? Ja, also es kommt schon vor, so, ich weiß, dass im aktuellen Arc so ein Krieg ist, aber es ist halt super 0815, weißt du? Das Zeitreise-Ding soll es so ein bisschen über die Bühne retten, aber ich finde, das ist der Part, über den ich mich aufreg. Ja, es zieht halt nicht wirklich, meiner Meinung nach, aber hey, viele Leute mögen's, deswegen, guck erst. Ich meine, ich hab die erste Staffel auch trotzdem fertig geguckt, aber, also man kann's schon runtergucken, aber so dolle fand ich's halt nicht. So ein bisschen, bisschen wie bei Jujutsu Kaisen, so den Hype verstehe ich nicht ganz, aber, also ich muss sagen, die beiden haben schon eine sehr ähnliche Energie, ich kann bei beiden verstehen, also ich meine das nicht negativ, du brauchst nicht zu lachen, aber ich kann halt verstehen, warum beide gleichzeitig denselben Hype erfahren, weil sie haben schon sehr stark die ähnliche Energie. Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass ich Jujutsu Kaisen etwas mehr mag. Ja, das auf jeden Fall, Jujutsu Kaisen hat wenigstens den Swag, weißt du? Ja, die haben das, das Outro, ne? Die haben das, die haben, die Openings mag ich auch total gerne, und es ist halt lustig, wenn Yuji von Jennifer Lawrence schwärmt, und so, weißt du? Kannst du nicht sagen. Ich weiß, ich habe ja Jujutsu Kaisen nur durch euren Podcast sozusagen passiv aufgenommen. Die beste Art. Die beste Art, wie ich finde. Döne. Jeder guckt bitte den Jujutsu Kaisen Podcast hier, ne? Ja, weil ich weiß nicht mehr, ich glaube, du warst das Backe, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, keine der Figuren hat irgendwie Drip, gar keiner. Die haben alle nur schwarzes Gedöns an. Ja. Wenn du mir sagst, wie sehen die Leute von Jujutsu Kaisen aus, dann sag ich, schwarz T-Shirt. Vielleicht noch was anderes. Das ist ja irgendwie, das muss ich ein bisschen schade finde, weil ich finde die Uniform, diese Schwarzen, nach wie vor super lame, aber ich bin eigentlich ein totaler Fan vom Design von Nobara, dem Girl in der Gruppe, weil ich finde schon, dass sie sehr großen Wiedererkennungswert hat, und ich mag einfach, wenn sie einen Hammer schwingt. Ich weiß nicht, das löst ja mir Gefühle aus. Ich finde, die hatte gerade gegen Ende der ersten Staffel halt noch ein paar coole Momente. Also ihre Folge am Ende der Staffel ist auch sehr, sehr cool inszeniert. Ja. Ja, ich muss sagen, so die letzten paar Folgen der ersten Staffel haben mich echt noch ein bisschen versöhnt mit dem Ganzen. Kann ich verstehen. Ich habe mir gerade das Design von ihr angeguckt, aber sie heißt Nobara, das heißt, ja, ich bin schon raus. So, sie ist ein Nobara, stimmt. Das ist ein Witz, das ist ein Witz, wenn die drei Leute im Publikum drüber nach dem Camp. Leute google ich, was war das denn. Ah, übrigens, Frage an den Chat, ich habe mir den Wort, oder wie war es denn, von der letzten Folge, vom letzten Stream angehört und da war ich sehr, sehr laut geschaltet. Wie ist meine Tonstärke, gerade weil, ich habe die gerade selber noch mal künstlich hochgestellt auf Discord. Also, wenn alles okay, schreib mal einen Daumen hoch. Warum, das habe ich nicht verstanden. Ich habe mir das nachher auch angehört, das war zu laut und im Stream haben am Anfang Leute gesagt, du wärst so leise und ich habe auf meine Audio geguckt und du warst ganz normal und habe ich gesagt, okay, wenn der Chat sagt, du bist zu leise, baller ich dich halt hoch und als ich es dann nachher gehört habe, war ich auch so, du clippst einfach nur die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die Leute gesagt haben. Aber fairerweise, Nico hat gesagt, dass alles okay war. Vielleicht hätten wir einfach auf Nico hören sollen. Nee, du hast schon geclippt, also objektiv. Nein, ich meine, bevor du mich hochgeschaltet hast. Achso, okay, das hätte ich machen können. Ich glaube, ich fand mich noch verhältnismäßig leise dann auch. Du hast einfach leise geredet. Wer weiß. Nobara ist Sakura in Nützig. Ey, Sakura hat ihre Daseinsberechtigung. Es ist nur... Also, sie hat schon, also ich habe so einen kleinen Soft-Squad für sie auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass sie brauchbarer ist als Nobara und ich sage auch nicht, dass sie eine gute Figur ist oder irgendwie eine Ikone ihrer Zeit, ihren Genres oder sowas. Aber ich finde, sie kriegt schon ein bisschen manchmal zu viel Hate ab. Ich sag's nicht, die besten Momente hatte sie halt in Boruto. Ja, das ist auch so eine Sache, dass ihre besten Momente auf Boruto verschoben wurden und dass sie halt nochmal extra erbärmlichen Naruto am Ende dargestellt wird. Das ist... Also, das kann ich auch selber nicht in Schutz nehmen. Das geht einfach nicht. Aber sie hat einen guten Weg. Sag mal so, wenn du halt irgendwie bei einer Bank arbeiten würdest und es ist dein zweites Jahr bei dem Job und so weiter und du sollst irgendwie so eine Prognose aufstellen, weißt du, so mit einem Diagramm. Was glauben wir, was projizieren wir, was in zwei bis drei Jahren bei Sakura möglich ist, dann glaube ich, dass die Kurve eher nach oben gegangen wäre. Ich glaube nur, dass was am Ende tatsächlich passiert ist, uns alle ein bisschen ernüchtert hat. Ja. Ich war halt noch nie wirklich hot auf Naruto, die Serie. Bei mir war es One Piece, die mir viel mehr gegeben hat. Aber, jo. Ich konnte mich auch nie mit irgendwie Sakura identifizieren oder es ist halt für mich irgendwie keine Frau in Naruto, die ich irgendwie ja, das fühle ich. Ich verbinde kann. Ja, absolut. Ich würde sagen, es ist nicht das Ding, was also komischerweise ist es ja wirklich ein Ding, wenn du in Real Life guckst, was viele Mädchen motiviert hat oder sehr beliebt bei Mädchen ist, auch wegen den weiblichen Figuren. Ich verstehe halt nur nicht, wie Kishimoto es trotzdem geschafft hat, so weißt du. Was hat dieser Mad-Lad geschafft, dass die Frauen Frauen dieser Welt gesagt haben, nein, ich feiere so das, was hier eigentlich passiert. Ich würde eigentlich super gerne so den Nico Robin einfach im Bild halten, so hier, da. Mir viel mehr gegeben. In meiner Vorstellung ist es so, dass Brotgruben hingeworfen wurden und man hat sich halt darauf gestürzt, was es gab. Du meinst so weibliche Fans von Death Note und dann so, welchen Charakter können wir uns jetzt aussuchen? Ich glaube, und ich meine das so positiv, wie es geht, so eine Finte, die Kishimoto geschlagen hat, auf die wir alle reingefallen sind, ist die Tatsache, dadurch, dass Kishi Frauen nicht übertrieben sexualisiert, außer wenn Naruto sich in sein Sexjutsu begibt, haben wir uns irgendwie alle eingeredet, dass auch wenn er keine guten Frauen schreiben kann, er zumindest nicht irgendwie offensive ist oder zumindest nichts Problematisches mit der Darstellung der Frauen hier tut und sein Weg war es einfach, die Frauen gar nicht darzustellen. Ey, was ist mit dieser Frau, die sich beißen lässt, dass man auch sexy findet? Ja, da war ich echt so der Meinung, so, ey Junge, wenn du hier Beißfetisch oder Markingfetisch hast, dann okay, ja, aber das würdest du niemals mit einem Typen machen. 100 Prozent. Das ist so ein Ding, wo du siehst, wenn es geschrieben ist, das würde der nie mit einem Typen machen. This week's episode, The Writers Barely Disguised Fetish. Ich meine, fairerweise, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, Madara beißt sich ja selber später auf den Arm, um sich zu heilen und ich weiß nicht, inwiefern das Sinn ergibt. Batterien im Arm, Akkuarm. Achterien im Arm. Oh, wow. Ich kann mich in zehn Jahren mit Sakura identifizieren, wenn mein Kreis von der Haos soll eine hohe Stirn gebildet haben. Oh, no. Das habe ich auch noch nie verstanden. Die hat doch gar nicht so eine hohe Stirn, oder? Leute sagen in der Serie, dass sie eine hohe Stirn hat, aber du merkst es nicht, weil Kishi Style das nicht wirklich so hergibt, finde ich. Ist das genauso was, was sich schlecht gealtert ist, wie wenn Leute Sailor Moon sagen, dass sie fett ist? Ja, ich glaube schon. Du als Konsument nimmst es einfach. Das ist in der Serie wirklich ein Ding. Das ist in der Serie so, ja. Du bist zu viel, du wirst fett und du guckst ihr Sailor Moon an und denkst, wo? Ja, ja. Sie hat voll so Spaghetti, Ärmchen, Weinchen, die Katze sagt es auch immer, ne? Luna. Oh, Mann. Die ist nicht dick, die ist Finn mit zwei N. Ja, aber das sind auch 90s Beauty Standards so. Ja, so, ich meine, was heißt, das sind so japanische Beauty Standards immer noch. Wenn du da im Klamottenladen so nach westlichen Größen suchst, dann bist du, dann musst du bei denen irgendwie den XXL-Abteilungen alles nachgucken. Das ist schon, das ist schon absurd teilweise. Pepper hat übrigens gefragt, ob wir auch planen, die Tonspur der Streams als Podcast zu archivieren und nicht nur auf YouTube, aber ich weiß halt nicht, wie viel Sinn das ergibt. Ich meine, wir sprechen jetzt nicht so viel über das Spiel, aber man hat glaube ich trotzdem die ganze Zeit den Ton vom Spiel im Hintergrund. Ich glaube, das ist halt für die Leute, die das vor allem lieber unterwegs hören wollen und jetzt zum Beispiel nicht YouTube Premium haben, um sich die Videos auf Sandy halt runterzuladen. Ja, ich kann schon verstehen, woher das kommt, aber irgendwie das auf Spotify zu ballern, fände ich irgendwie komisch, weil dann schlägt wieder mein Qualitätsanspruch aus. Ich glaube, das was seltsam wäre, ist halt, dass du dann zum Beispiel auch das Geräusch vom Spiel im Hintergrund hast und keinen Kontext zum Spiel. Wenn wir irgendwas zum Spiel gerade sagen, dann hast du das irgendwie auch nicht mit dabei. Das ist dann glaube ich ein bisschen weird oder so. Ich habe auf jeden Fall dieses Mal, weil ich habe so gemerkt, hey, bei YouTube in den, weil, wo guckst du dir YouTube-Wats an? Eigentlich nur auf YouTube. Und in den YouTube-Wats sind immer die Kommentare eh, kannst du die ein- und ausblenden. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, warum so jetzt noch extra die Mühe machen, den Chat hier einblenden zu lassen? Ach so. So bei Twitch verstehe ich das, weil dann auch nochmal so die die Logik für mich eher mit dabei ist, wenn ich das dann auf YouTube hochlade, dass da Leute weiter in den Kontext von den, ähm, der Kommentare haben. Aber so auf YouTube siehst du das ja eigentlich mit irgendwie. Und da war ich so, warum jetzt, warum die Mühe machen? Das soll, das soll möglichst chillig hier sein. Möglichst wenig Arbeit. Kann man das, ich wollte nur sagen, kann man das nicht über Discord oder sowas aufnehmen? Weil ich bin ja hier im Discord drin, bei euch, und ich höre zum Beispiel das Spiel gar nicht. Ich das abgedreht habe auf YouTube. Könnte, könnte das gehen? Ich höre das über Discord. Ja, weil Elena vielleicht nicht in den Stream, also in die Discord-Übertragung von Björn noch reingeklickt hat. Ah, okay. Deswegen, weil ich, ich teile eigentlich auch den, ähm, waaah, meine Elgato-Aufzeichnung mit euch, dass ihr das dann auch hören könnt. Ah, okay. Also ich hab, äh, ja, dann hab ich's mal falsch gemacht. Also ich bin jetzt nur dem Raum audio-mäßig beigetreten und hab nebenbei das YouTube-Fensterchen auf. Ah, okay. Also dann hab ich's eh, umständlich gemacht. Ups. Einfach Lenas Arbeit wegwerfen. Ja, Björn, was ist da los? Hallo? Hi. Kommt jetzt sofort rein, um zu sagen, warum alles. Was ist, was ist da los? Ja, Björn, rechtfertige dich. Wo, wo ist der Chat hin? Der Chat ist an der Seite, neben dem Video. Ausgebucht. Hallo, Tita. Fine. Sind wir ja doch noch eine volle Runde geworden. Nein. Eins, zwei, drei, voll. Vielleicht setzt Martin jetzt auch noch seinen Kollegen ab, dass er auch noch hinzukommen kann. Ja, genau. Ach, Mann. Darf ich erwähnen, dass ich am Samstag wieder eine Subway-Episode hatte? Ich habe es auf Twitter, glaube ich, gesehen. Es ist halt unglaublich. Also manchmal komme ich mir echt so vor, als wüssten Leute im Real Life, wer ich bin. Und die machen es mit Absicht, nur um mich zu ärgern. Es hängt so ein Bild von dir in jedem Subway. Ja, ja, ja. Ich bin wie dieses Garfield-Meme, weißt du? Und ich frage mich dann, I wonder for who this is. Es ist halt echt krass. Rida, einfach nur ein Sandwich geholt. Und sie haben, also es ist schon fast beeindruckend, wie wenig man das Gemüse auf so einem Sandwich verteilen kann, das alles am selben Spot ist. Und dann meinte ich so, sorry, wartest du auf was oder wolltest du das später noch verteilen? Und sie so, oh, ja klar. Und sie verteilt dann hier alles nur normal halt, wirklich gleichmäßig, proportional. Und dann, als die Soßen dran sind, zieht sie einen ganz sanften, dünnen Strich durch die Mitte des Sandwiches. Und so ein Sandwich ist gar nicht so wenig breit. Das heißt, selbst wenn ich die zwei Brotscheiben zusammen klatschen würde, die Soße würde sich niemals auf das Sandwich verteilen. Es würde weiterhin ein normaler Strich bleiben. Und das Ding ist, der Grund, warum sie nur diesen normalen Strich gezogen hat, war jetzt nicht, weil sie Azi sein wollte, sondern weil offensichtlich die Tube von der Soße leer war. Und sie hatte nicht vor, die Tube auszutauschen. Und dann habe ich sie gefragt so, du wirst aber jetzt schon nochmal was drauf machen, oder? Du wirst es auch nicht so lassen. Und sie so, oh, klar, natürlich. Das war schon der zweite Fauxpas innerhalb von 30 Sekunden. Und das Ganze hört dann damit auf. Ihr müsst euch vorstellen, es ist gerade 9 Uhr abends. Ich war auf dem Weg von was anderem. Ich muss mit der Arbeit irgendwo hin. Und dann wollte ich mir halt was von Subway holen. Und dann hole ich das Subway-Sandwich. Die packen es ein. Aber sie packt es halt wirklich nur ganz lose in so einer Papier, also wirklich in dieser normalen Hülle ein, in dieser normalen Papierrolle. Und ich meinte so, aber ich kriege schon noch eine Tüte, in der ich das tragen kann, sonst krümelt das ja alles. Ich versuche das schon mittlerweile pädagogisch, indem ich schon die Antwort mitgebe, warum das keine gute Idee ist, mir das einfach so zu geben. I try to help her. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das neue Video von Bruno Mars gesehen habt. Aber das war mein Mood, als ich dieses Sandwich bekommen habe. Dis, beep. So wirklich die ganze Zeit. Das war so fucking frustrierend. Oh Mann. Ich hatte heute Morgen kein Frühstück, weil ich beim Bäcker, also ich bin zum Bäcker und kam halt gerade aus der Bahn mit Mundschutz. Brille beschlagen, sehe halt nicht so viel. Und dann habe ich angefangen zu sagen, was ich möchte. Ich wollte dann einen Kakao, den hat er mir dann schon so auf die Theke gestellt. Und dann meinte ich, und dann nehme ich noch und habe so kurz gewartet und so meinen Kopf so seitlich gelegt, damit ich über die Brille gucken kann, ob die überhaupt vegetarische Pizza noch hatten, so Pizzastücke. Und dann meinte er, ja, dann nehme ich jetzt andere dran. Hier warten noch Leute. Und dann hat er drei Leute nach mir drangenommen, obwohl ich ihm einfach direkt sagen wollte, was ich wollte. Und dann bin ich einfach weggelaufen und hatte dafür dann kein Frühstück. Weggelaufen klingt aber so. Als wäre er so fucking RPG. So fuck, ich bin noch nicht gelevelt genug. Es hat mich halt angekotzt, dass der mich dann so warten lässt, weil ich war schon ein paar Mal bei dem Bäcker und dann hat der Leute hinter mir drangenommen, wo ich auch dachte so, alter. Ich habe noch gesehen, wie er mich beim Rauslaufen da noch so angeguckt hat. Sein Verlust. Ja, ich meine Gastronomie ist nochmal anders an wie so. Ja, mein Verlust des Frühstücks, aber heute war es mir das wert. Das heißt, du musst halt einen gewissen Level an Qualität bei deinem Essen. Also du darfst dir nur so viel Dreistigkeit in deinem Laden erlauben, wie gut dein Essen eben ist. Also wenn du halt super dreist und aggro die ganze Zeit bist, aber dein Essen fantastisch und die Preise super, dann bin ich halt so, ja okay, dann nehme ich das auf mich. Aber wenn dein Essen das nicht recht fertig ist, das muss, wenn du so auf x- und y-Achse das irgendwo einparkst. Das darf sich nie, das darf sich nie überkreuzen. So. Die Dreistigkeit und der Service darf nie schlechter sein, als die Qualität des Rechtfertigt. Ja schon. Weil ich hatte mal so einen, bei dem sind wir mal essen gegangen und der war super dreist. Der hat auch einfach, da hast du angerufen und wenn er einfach keinen Bock mehr hatte, dann war das so, ja ich würde gerne Pizza bestellen. Ja, kein Teig mehr. Was wollen sie haben? Ich hätte gerne, ja wir haben keinen Teig mehr. Wow. Das war halt die beste Pizzeria an dem Ort. Dennoch, du wusstest auch, wenn Leute uns gefragt haben, ja wie viel kostet denn die Pizza beim Enzo? Keine Ahnung. Und also, wie, ihr geht doch da mehrmals die Woche essen, ihr müsst doch wissen wie viel das kostet. Ja, random Preise. Du bestellst was bei dem, dann holst du das ab und dann ist der immer so, mhm, so für zwei Pizzen so, mhm, acht Euro, mhm, zehn Euro. Ich habe für eine Diavolo zwischen vier und sechs Euro alles schon bezahlt. Wow. Okay. Das ist ein Abenteuer. Jedes Mal. Ja, der war super. Das ist ja wirklich ein RPG-Battle dann. Ja, auch wenn du da, wir wollten da mal Partyblech bestellen, dann hat er, dann haben wir halt gesagt, so, ja, das sind so für ein Geburtstagsfeier so vier Partybleche. Und dann hat er das einfach vier Partybleche gehört und so, nee, das ist zu viel Arbeit, mach ich nicht. Einfach gesagt, nee, wir haben, nee, kein Teig mehr, das ist Pizzeria geschlossen. 20 Jahre alt. Alter. So gut. Der konnte es sich halt erlauben, der war, das war, das war wirklich von der, von der Qualität her super. Und der hat auch einfach genug verdient, dass der zwischendurch in den Sommer, der hat einfach die ganzen Sommerferien geschlossen gehabt, jedes Jahr. Okay. Ist immer mit seiner Familie quasi so in die Heimat gefahren und dann, ja, in drei Monaten komme ich wieder. Dann gibt es wieder Pizza. Auch gut. Hat dir vorhin jemand im Chat geschrieben, dass Barker zu leise ist, aber ich glaube, das liegt daran, dass du manchmal ein bisschen leiser bist, wenn du nur kurz was sagst, Barker. Vielleicht kamen daher auch das letzte Mal die Kommentare. Ich habe tatsächlich meine Audio ein bisschen leiser gemacht, aber nur um so ein paar Prozent. Aber dann habe ich es wieder lauter gemacht. Weil ich merke, bei mir ist der Output auf Discord gerade bei 93 Prozent. Dachte, das wäre much. Aber anscheinend nicht. Oh Gott. So, jetzt vielleicht dieses Mal. Einmal nur getroffen bisher. Ja, stimmt. Du bist immer noch beim Boss. Ja, ich glaube, ich glaube, hier ist es so, dass du nur eine gewisse Anzahl von Schaden machen kannst, bevor er wieder automatisch nach unten geht. Und dann diese nächste, äh, diese, oh, f-... Ich kann dem Spiel nicht mal böse sein in dem Moment, weil das einfach so mit so einer so gekonnt Assi ist. Das ist genauso, wie wenn du in Dark Souls oder so in den Raum reinläufst und halt nicht alle Ecken gecheckt hast. Und dann kommt von links hinten einer und backstappt dich und du bist so, fuck. Aber du kannst bei dem Spiel nicht böse sein, weil es ist so, oh. Das hat jetzt echt lange gebraucht bis zum ersten Dark Souls-Vergleich. Wow. Nee, hatten wir schon ganz am Anfang vom Stream, Lena. Tatsächlich, ja. Mehrfache. Ich weiß noch, wie ich, wie ich, äh, hier meinen Kollegen mal dazu bringen wollte, Dark Souls zu spielen. Und dann haben wir Dark Souls 2 im Stream gespielt. Oh, ganz schlechte Idee. Ein Kumpel von uns wollte dann, also wollte mit uns quasi Koop spielen, dass er uns halt manchmal so hilft. Gerade halt meinem Kollegen, der halt auch nicht so viel Erfahrung hatte und der war dann eh immer schnell frustriert. Dann weiß ich noch, dass es bei diesem Boss ist, den man so, also einer dieser hier in Heides Flametower heißt, der, glaube ich. Ja. Dieser Boss, den man so runterboxen kann, also der auf dieser runden Plattform ist. Ja, der Dragon Rider. Ja, genau, der Dragon Rider. Und ich weiß, dass, äh, während des Streams mein, äh, also unser Kumpel ist uns nachgerusht und war dann gerade da, also hat halt nachgespielt und war dann gerade da. Und er summont ihn und mein Kollege, der das, das erste Mal spielt, geht in diesen Bosskampf und fällt direkt rechts runter und hört dann auf zu spielen. Ja, geil. Das war dann gut. Oh, boy. Ich glaube echt, ich habe durch Dark Souls ein bisschen mehr Frustrationstoleranz gelernt. Ich glaube nicht, ironischerweise. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich bei Souls-Spielen toleranter geworden bin, aber bei allen Spielen, anderen Spielen so weniger. Es kommt halt immer darauf an, wie gut das Spiel designt ist und so, ob irgendetwas halt trotzdem noch fair ist oder halt nur interessant schwer oder so nervig schwer. So Dark Souls 2, weil immer so diese Grenze überschritten, wo es so, oh, anstatt jetzt irgendwie eine interessante Schwierigkeit zu machen, machen wir einfach noch fünf Ads oder so in den, in den Boss mit rein. Oh, 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 I did it. Oh, fuck, oh, fuck, okay. Ja, das ist glaube ich nicht irgendwie was, was ich durch Dark Souls so ein bisschen verinnerlicht habe, dieses, wenn man halt stirbt, es nicht als, als Niederlage zu sehen, sondern als Chance zum Lernen. Aber bei Souls funktioniert das halt wirklich noch gut. Ich habe zum Beispiel in Sekiro diesen Affen zwar übertrieben verflucht, aber ich habe immer gewusst, es liegt an mir, wenn ich den noch nicht geschafft habe, weil ich genau weiß, weil der ist eigentlich super basic, du musst nur zwei, drei Sachen machen und das kannst du auch als Kritik nehmen, dass er halt so monoton ist. Aber es ist halt deine eigene Schuld, weil du weißt, ey, hier sind zwei, drei Sachen, die du nur machen musst und du machst sie halt nicht, weil du nach zwei, dreimal irgendwie zu frustriert bist, das weiter durchzuziehen, weil du es schneller beenden willst und dein eigenes Ego steht dir da im Weg. Ich habe das Gefühl, bei dem Affen, wie der einen manchmal greift. Also gerade greifen in Souls spielen finde ich manchmal immer noch. Wenn man dann so, wenn sie einfach so einen halben Meter neben dich greifen und das zieht dich dann in diese Animation rein. Nee, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Wenn die Hitboxen nicht richtig sind, dass das Problem hat Sekiro auch teilweise, dass du neben dem Griff stehst und dann dich das trotzdem irgendwie reinholt. Das war auch als am Anfang von Dark Souls 2 die Hitboxen noch. Ich meine, das haben sie ja mittlerweile korrigiert. Aber ich weiß noch zum Beispiel bei, äh, ach Gott, diese auf dem Feuerberg, den einen Typen in der Rüstung, der dir auch so dauerhaft Feuerschaden geben kann. Dessen Hitboxen waren von dem Schwert zum Beispiel viel zu groß. Das heißt, du konntest neben dem Schwert stehen, also nach einem Schlag. Und er hat dich trotzdem getroffen, weil die Hitbox größer war als das Schwert. Und das ist dann, das ist halt dann Bullshit. Genauso wie dieser Ancient Dragon, dessen Hitboxen auch viel zu groß waren. Ich selber dödle immer noch im ersten Dark Souls fest. Ja, das ist ja auch nicht so leicht. Obwohl ich da auch gemerkt habe, ist, äh, bei meinem ersten Playthrough habe ich viel, viel länger gebraucht. Na, fuck, komm noch mal. Danach hat es meinen Spielstand weggefräst und dann habe ich das Remastered nochmal angefangen im Stream. Und habe da, glaube ich, locker doppelt so schnell den Anfang durchspielen können, weil man merkt es einfach, wie sehr sich die Skills, sozusagen, in dich reinbohren. Das ist ja, das ist ja auch hauptsächlich Knowledge. Teil 1 hat die stärkste Lärmkurve. Ja. Ich weiß noch, Teil 1, das war das erste, ich habe das noch vor Demon's Souls auch damals gespielt. Und ich habe, glaube ich, zum ersten Belltower, ich glaube, zwölf Stunden oder so gebraucht. Circa war, glaube ich, mein Spielstand am ersten Tag oder so, als ich das nix anderes gemacht habe. Und das ist halt so ein Ding, wo du mittlerweile einfach in fünf Minuten dahinläufst, so gefühlt. Ja, stimmt. Das ist halt wirklich, das ist kein, ich weiß nicht, ob Dark Souls 1 wirklich ein leichtes Spiel ist, aber es ist das Spiel, wo du halt bei dir selber merkst, wie krass Erfahrungen einfach zieht. Ja, definitiv. Allein auch schon Muscle Memory und Sachen erkennen können. Das prägt sich halt auch ein. Das ist, wenn du, du musst das beim ersten Mal so intensiv lernen, bis du es eben drin hast. Das ist dann wie Fahrradfahren. Du kannst dann, das Dark Souls 1 kannst du fünf Jahre nicht gespielt haben und du fängst das an und du weißt instant, wo alle Gegner sind. Du weißt sofort aus den Anfangsgebieten, das ist da und da und hier gehe ich lang, da steht der Gegner, hier muss ich das machen. Das, das brennt sich einfach ein. Ich hasse Dark Souls 1 einfach für diesen Bosskampf mit diesem Capra-Team und diesen zwei Runden. Ja, aber den kann man auch sehr, sehr leicht am Anfang auch schaffen. Also, es ist halt nur eine Sache, dass es super asozial ist, wenn du das erste Mal reinkommst, aber irgendwann weißt du halt, okay, ich muss direkt nach links. Wenn ich, äh, wenn es nicht klappt, dann kann ich mich noch ein bisschen aufleveln, damit ich mich mehr einstecken kann. Also, man kann den schon sich sehr leicht machen. Das ist... Aber den finde ich halt einfach nur nervig. Ja, es ist halt kein ikonischer Krampf, also keiner wird sagen, boah, mein Lieblings Boss, was in einem Videospiel so. Ich finde das, ich finde den, ich liebe den halt, weil der so, weil der halt wirklich so assi ist. Der ist dafür da, um dich zu ärgern und nur deswegen hast du auch nachher den geilen Kampf, wenn du in das, in das Lava-Gebiet unten reingehst und dir als normalen Gegner auf einmal siehst und so, oh mein Gott. Und dann stellst du halt raus, okay, ich hab halt so viel, ich bin halt so viel stärker auch von den RPG-Elementen geworden, dass das für mich kein Problem mehr ist. Aber diesen ersten Schock-Moment, den werde ich halt nie vergessen. Als ich da runtergegangen bin, habe gesehen, oh mein Gott, da stehen einfach vier oder fünf davon. Ich verpiss mich hier wieder, ich gehe immer erst woanders lang. So. I'm not doing this right now. Oh, fucking hell, ey. Can't handle this right now. Marco fragt, wie fandet ihr den Trailer zu den GTA-Remakes? Ja, Björn, wie fandest du deine Meinung? Boah. FF1 Remaster. Wie finden die Leute auf YouTube deine Meinung dazu? Boah, ich liebe einfach, ich hatte mit Lena, glaube ich, mal ein bisschen länger drüber gesprochen, wo ich auch so der Realisation kam. Wir haben keine Regeln dafür bei Spielen, was ein Remaster und was ein Remake ist. Es gibt keine festgelegte Definition davon. Jeder hat höchstens seine eigenen. Aber das, was im Diskurs vorgibt, ob etwas ein Remaster oder ein Remake ist, liegt einzig und allein nur an dem Faktor, wie die Spielefirma es nennt. Und dass das, finde ich, mittlerweile ziemlich von denen ausgenutzt werden kann. Dass wenn du zum Beispiel, oh, wir stecken jetzt nicht so viel Arbeit rein oder geben halt nicht die Ressourcen dafür, dass wir es eben halt richtig komplett neu machen können, bla 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 oder so. Dann nennen wir es jetzt die Definitive Edition. So, und dann sind für Leute, ja, okay, es wird genau das Gleiche kosten, wenn es ein richtiges Remake, also für mich ist es ein Remake, so auf dem, was da drin steckt. Ähm, aber es würde auch 60 Euro kosten, wenn es halt so auf dem Level von der Spyro-Trilogie oder, ähm, oder Crash Bandicoot oder so wäre. Aber weil Leute dann einfach nur Definitive dahinter stehen haben, was sie dann als Remaster, ähm, irgendwie, äh, so lesen, dann ist es, ja, dann ist es ja auch okay. Dann ist es ja, dann haben wir nichts anderes erwartet. Ich denke mir so, Alter, die, die Qualität sollte für sich sprechen, nicht was da irgendwie draufsteht, auf dem, auf dem Namen oder so. Das sollte nicht beeinflussen, wie du das Produkt letztendlich findest. So, das, das muss, das muss für sich stehen einfach, was die da mitgemacht haben. Das ist mir scheißegal, wie die das nennen. Aber was ist, wenn ich toll finde, wie es aussieht? Das ist ja, das ist ja vollkommen okay. Das sagt, das sagt, das spreche ich ja auch niemandem ab, aber ich hasse einfach diese Kommentare auf YouTube, die nicht mit Argumenten kommen. So, ich finde das, ich finde das dessen, also, ich finde das dessen und deswegen gut, sondern die sagen einfach, so, das ist ja auch ein Remaster, lol, äh, und das ist dann, ja, Totschlag-Argument. So, dann, das, das sind wirklich 90% der Kommentare, die ich unter dem Video kriege. Da ist, da ist kein, da ist keine Leute sehen es als, ach so, Remaster. Ja, und dann, und dann brauchst du halt kein, kein Argument dafür haben. Und dann ist es so, äh, ja, wo ist denn eine, warum findest du das denn gut? Ich würde das ja gerne wissen wollen. Und dann steht einfach so, ja, das ist ein Remaster und deswegen, da hat man ja nicht so viel erwartet. So, es gibt ja Leute, die dann auch wirklich der Kritik zustimmen und dann sagen, aber es ist ein Remaster und deswegen soll ich die Fresse halten. Oder halt generell die Leute, die immer so meinen, äh, immer nur am kritisieren. Ja, just, just consume product and then get excited for next product. Norgelbjörn, wer kennt ihn nicht? Ja, ach, ich hasse das einfach. Du hast gesagt, ich bin voll der Hype of Vice City, hab ich seit Release nicht mehr gespielt. Ich hab, ähm, GTA 3 letztens gespielt, durch die Ankündigung der Trilogie noch, bevor es überhaupt Footage gab. Und, äh, Vice City hab ich jetzt auch durchgespielt. Und jetzt freu ich mich, San Andreas dann am 11. in der Definitives Edition spielen zu können. Und dann hab ich die Trilogie auch in, äh, dieses Jahr mal durchgeballert. Das ist ja schön. Vice City ist halt echt cool. Das war, das hab ich wirklich, das muss ich, das letzte Mal gespielt haben, wie ich 10 war. Das ist auch super geil in Erinnerung. Das hat mich damals so geflasht. Also, der Hype, den Vice City damals ausgelöst hat, das war einfach unbeschreiblich. Du konntest wirklich die Spannung in der Luft greifen. Einfach jeder war geil auf dieses Spiel. Ich fand das, oh nein, warum? Wir haben einfach in den Selbstmord getrieben. Ich fand auch einen Kommentar so geil, der irgendwie meinte, und dann so, oh, wer seine 80er Jahre Musik-Nostalgie durch Vice City hat, hat eh keine Ahnung von Musik. Und ich denk mir so, was ist, was ist das denn, was ist das denn für ein Argument überhaupt? Geblockt, gebannt, weg. Alter, das ist wirklich, ich, wenn du da in diesen normalen YouTube-Algorithmus reinkommst, und diese, also wirklich, du, du siehst einfach, okay, was sind denn das eigentlich für andere Leute, die mit mir auf diesem Planeten wohnen und dafür zuständig sind, dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Das sind die. Das sind genau diese Art von, einfach, no thoughts, head empty, die ganze Zeit. Das sind wahrscheinlich alles Montana Black Zuschauer, garantiert. Ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich so, als hättest du Martin-Zuschauer abgegriffen. Es ist anders. Also, wenn ich Sachen von Nintendo kritisiere, dann habe ich eine ganz andere Art davon mit dabei. Weil dann schreiben Leute seitenweise was. Es ist teilweise immer noch Mumpitz, aber Leute versuchen teilweise zumindest Argumente zu bringen. Und das kann ich in einer gewissen Form, das kann ich anders wertschätzen. Also, das steht für mich da deutlich drüber. Aber bei diesem GTA-Ding sind halt wirklich dieses, äh, du hast keine Ahnung. Das ist das Argument von den Leuten. Du hast keine Ahnung. Dann sag mir doch, warum ich keine Ahnung habe. Nein. Das ist ja so offensichtlich, das brauche ich ja nicht sagen. Jetzt lass mich weiter Monte gucken. Ja, stimmt. Ich wollte fragen, äh, hast du, äh, ne, du hast klar ein Konto über YouTube, ja, lol. Ähm, ähm, äh, aber bei mir ist das Problem, dass mein Algorithmus mich ein bisschen zu gut kennt. Ähm, äh, der, der, der gibt mir jetzt halt so Sachen vor, dass ich schon so viele kleine Indie-Youtuber für mich entdeckt habe, die, äh, halt zum Beispiel auch entweder selber, zum Beispiel schwarz sind oder trans oder Indies oder ähnliches. Soll ich jetzt, ich glaube, in den letzten paar Wochen mindestens fünf oder sechs neue YouTuber gefunden habe, wo ich mir denke, ey, die haben vielleicht nur 10.000 Auletten, äh, sehr viel mehr als ich. Und, äh, die machen trotzdem den guten Job. Äh, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich dasselbe YouTube-Konto schon seit zehn Jahren benutze. Und, äh, oder noch länger. Fuck, wann habe ich das Ding gemacht? 2006? Ach du Scheiße, ich werde alt. Aber das, das Ding mich einfach seit 10.000 Jahren kennt. Oh mein Gott! Oh, sorry, ich hab grad. Zweite Phase. Äh, aber es gibt noch ein, also nächste, aber es gibt ein, es gibt ein Checkpoint. Oh, Gott sei Dank. Das war aber das härteste, soweit ich weiß. Oh, okay, nee, erzähl weiter, sorry. Es kam grad sehr überraschend. Ich bin nur verwundert, dass dein Algorithmus bei dir gar nicht zündet, während meiner mich viel zu sehr auf YouTube hält. Ich muss es wieder demnächst, äh, blocken in meinem Browser. Ich meinte, ich meinte, ich meinte der Algorithmus, der, in was meine, äh, in was die, die Videos da geraten. Das meinte ich. Also mein, mein, der Algorithmus bei mir, der funktioniert eigentlich sehr gut, aber er zeigt mir selten was Neues. Also mein Algorithmus ist sehr gut da drin, ich glaub, der weiß einfach, ähm, ich guck dieselben drei H-Bomb-Videos 20 Mal. Und deswegen ist in meinen, meine, die Hälfte meiner Recommendeds, wenn ich an der Seite, wenn ich was guck und ich hab an der Seite rechts was, die Hälfte davon sind Videos, wo du auch siehst, dieses Durchgeguckt-Zeichen, ist einfach schon so, ist voll. So, das hab ich letztens erst wieder komplett gesehen. Und YouTube meint so, okay, damit der auf der Webseite bleibt, äh, muss der einfach dasselbe Video nochmal gucken. Aber es stimmt. Ja, es stimmt ja. Es funktioniert ja auch. Du bist dein eigener Feind, denn. Ja. Bei mir ist der super unterschiedlich, der Algorithmus, ob ich am Handy bin oder am Desktop-YouTube nutz. Hm. Weil am Handy, da werden mir auch voll oft, wenn ich zum Beispiel von irgendeinem Nischenthema ein Video anguck, von irgendeinem Kanal, dann schlägt es mir irgendwie zwei Wochen lang dann die ganze Zeit Videos von diesem Kanal vor, auch wenn ich den nicht abonniert hab. Und auf dem Desktop ist das bei mir nie so. Äh, auf der, auf der Mobile-Form, da seh ich das einfach nie so sehr, weil du dafür die Recommendeds runterscrollen musst vom eigentlichen Video. Und auf der Desktop-Version seh ich das ja währenddessen rechts neben mir die ganze Zeit. Ich guck eigentlich nie Sachen in Fullscreen. Oh. Ich lass das in der, ich lass das, ich lass das, ich lass das in der kleinsten, in der kleinstmöglichen Version immer. Das ist das Fenster, wo ich mich dran gewöhnt habe. Und in der Version guck ich das mein restliches Leben lang. Wow. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht warum. So, ich find das auch jedes Mal, äh, wenn YouTube irgendwie Design-Sachen ändert, dann bin ich immer so, oh, das war's. Das ist, ich find das irgendwie geil, dass die zweite Form von einem Boss so viel einfacher ist als die, als die, als die, als die erste. Das ist so Victory Lab am Ende. Weil der war jetzt No-Hit. Dafür musst du in seinen Crotch gucken. GG. Aber es gibt ja noch, es gibt ja noch einen zweiten Durchgang mit härteren Leveln. Und dann gibt's noch einen True Final Boss, wenn du auch noch so, ähm, es gibt noch so Höllenabschnitte, die du in den Leveln finden kannst. Wenn du die alle noch machst, dann kriegst du, dann kannst du so einen True Final Boss freischalten, der statt dem hier, oder danach kommt. Und, oder ich glaub, statt dem hier, und dann ist es halt, das ist das super Ding. Challenge again! Ja. Was ich aber richtig, was ich aber richtig cool finde. Also, jetzt muss ich mal gucken, äh, wer der, äh, wer hier als Director irgendwie dann gleich. Pikman. Aber wer kennt sie nicht? Pikman. Woody Pig! Ich glaub, weil die, ich glaub, ich glaub nur, weil die, ähm, im Wald, im Wald vorkommen. Jetzt Cyclops, wer kennt sie nicht? Cyclops heißt Cyclops. Hieß der Mann, hieß der Mann gerade Kawaii mit Nachnamen? Aber er ist noch mit einem I. Also, wenn er Kawaii genannt, äh, das wär, glaub ich, ein bisschen, ein bisschen seltsam gewesen. Power Move. Äh. Ah, Demon Crotch nochmal. Lucifer! Demon Crotch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist es, ist es, ist es wirklich Fujiwada, der, äh, der Director war bei dem Projekt? Weil das wär, das wär fucking based. Professor F, yes. Yes, das ist ein, das ist der alte, genau, äh, Tokuda Fujiwada. Oh, fucking based. Äh, das Professor F ist sein Alter, das war früher als Capcom, ähm, äh, in der Entwicklungszeit, ähm, in den 80er, 90ern, als die noch nicht ihre Namen in den Credits hatten, weil das so nicht gern gesehen war, da die Angst hatten, abgeworben zu werden von anderen Firmen, ähm, und von Fujiwada war immer sein, sein Titel war Professor F in den Credits. Das find ich richtig nice, dass sie das hier noch so reingebaut haben, dann verändert sich das in das, ähm, äh, Fujiwada. Der Typ ist eine fucking Legende. Das ist so einer der wichtigsten Spiele-Designer aller Zeiten, ähm, war der Mentor von, von, äh, Shinji Mikami, der ihn dann ausgewählt hat, sein Remake von Sweet Home zu machen, aus dem dann Resident Evil wurde. Hm. Cool. Oh, gute Nacht im, äh, Garthogs. Ich, ich seh deine Kommentare, ich find sie meistens sehr gut, aber meistens ist es dann immer zu spät, sie noch vorzulesen, weil sie nicht mehr zum Kontext passt. In den Chat mal gucken. Ja, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst Chat, Chat vorlesen und so, ich konzentriere mich aufs Spielen. Schweinerei. Alex, der Mann nennt, based, 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 cringe, cringe, cringe. Das ist Alex bestimmt, ne? Ja, ja, Alex. A.K.A. Luca. Oh. Äh, mein Urlaub war geiler. Danke für die Nachfrage. Sehr viel. Kingdom Hearts. Sehr gut. Ah, Amy Oliver. Sehr viel. Kingdom Hearts. Ah. Kingdom Hearts, based, und cringe, das auf jeden Fall zeitgleich. Und, äh, Primes against Humanity, so. Wie weit bist du bei zwei jetzt? Ich bin in zwei durch. Ach so, komplett. Ja, ja, ich hab die Cutscene-Show von, was war das? Chain of Memories? Nein, nicht Chain of Memories. Ja, das auch, aber das andere. 358 days divided by two oder so. Ja, es heißt 358 days over two, so spricht man das aus, offiziell. Over, oder nee, over two days, oder ist das days over two oder over two days? Over two days, glaub ich. Over two days, glaub ich, ja, ne? Was null Sinn ergibt, aber ... Muss es nicht. Muss es nicht. Ja, ich glaub, das Ding ist, es spielt über so und so viele Tage und zwei Leute sind drin. Es sind eigentlich drei. Ja, aber trotzdem, jemand muss mal hier, ich weiß nicht, wer das entscheidet, ob es Nomura tatsächlich selber ist, aber jemand sollte denen mal sagen, dass es in der Mathematik feste Regeln dafür gibt, was so bestimmte Symbole bedeuten. Und du kannst nicht einfach einen Slash benutzen und nicht mal sagen, dass es ein Slash ist, sondern als Over gelesen werden soll. Ich hab die ganze Zeit gedacht so, okay, das sind 358 geteilt durch zwei, also ich hab irgendwie was mit 170 Tagen oder sowas erwartet und ich hab mich bis zum Ende gefragt, was das soll, weil es ist offensichtlich, du hast zwei Figuren, die eine Seele teilen, dies, das, aber das kann doch unmöglich das Ding sein und am Ende ist es das Ding, es ist sehr, sehr unmöglich. Mach dich drauf gefasst, dass noch mehr Namensgedöns kommt. Dinge, die aussehen wie ein X, aber es ist kein X, sondern ein griechisches Chi. Ja, Chi, das hab ich im Psychologiestudium gelernt. Es ist nicht das Keyblade, es ist das Keyblade. Weil das gibt's nämlich auch, das gibt's auch, das ist das Keyblade. Genau, das griechische. Es muss nur cool klingen, alles andere ist nicht so wichtig. Das Geile ist, weißt du, wenn du denkst, wenn du denkst, so, Kojima hat irgendwie Redconning in seiner Serie erfunden, oh, Nomura ist einfach, der ist noch fünf Ebenen tiefer. Es ist halt so random, weil da halt wirklich teilweise aus Nebensätzen ein eigenes Spiel gemacht wird, so, weißt du, und da werden so Fragen beantwortet, die ich mir nie gestellt habe. Wart mal, wart mal ab, bis du, weil das nächste, was du jetzt ja spielst wahrscheinlich, ist ja Birth by Sleep dann. Ja, genau, das spiel ich auch gerade. Da bin ich mal auf deine Reaktion gespannt, weil Birth by Sleep erklärt den Anfang von Kingdom Hearts 1 auch. So, und so Sachen, die, ich finde so ein bisschen, so ein paar Dinge aus Kingdom Hearts 1 für mich so, okay, die Erklärung macht's jetzt ehrlich gesagt weniger interessant. Kingdom Hearts 1 ist auch kein Spiel, wo ich irgendwas erklärt brauche, weil das ist das einzige Spielstand jetzt, das eigentlich isoliert so schön für sich funktioniert. Es ist halt, es hat halt seine Probleme so, aber so storymäßig hab ich da gar nichts hinterfragt, also, weil es halt so basic ist. Und das nochmal zu verkomplizieren, ich weiß auch nicht. Das ist zum Beispiel der Moment, wenn Sora sich in einen Herzlosen verwandelt. Dieser Moment hat so viele Konsequenzen für diese gesamte Serie gehabt. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Also, das hat so viel verändert. Irgendwie Riku hat einen neuen Job bekommen. Hier, Roxas und, wie hieß ich, Shion, deren Leben wurde nochmal deswegen einzeln ruiniert. Kairi schaut dabei währenddessen nur die ganze Zeit zu und ist anscheinend da, existiert. Es ist halt, in Kingdom Hearts passiert mehr, wenn der Protagonist schläft, als in der eigentlichen Hauptstory. Ja, stimmt. Kairi passiert einfach gar nichts. Das ist auch im aktuellsten, also, was aktuell in der Timeline ist, ist das Rhythm Game, das Melody of Memory oder Memories of Melody, keine Ahnung. Also, Kingdom Hearts Mom. Und, ähm, das sind Kairis Erinnerungen, in denen du drin bist. Und am Ende davon bist du so, ah, okay, jetzt gehen wir endlich los mit Kairi und mit Riku. Machen wir jetzt ein Spin-Off-Spiel, was auf Kingdom Hearts 4 losarbeitet. Wir können endlich Kairi spielen. Es ist so, nee, ich geh jetzt nochmal in den Wald trainieren und Riku macht das alleine. Tschö! Also, ich muss sagen, mich stört nichts davon. Es ist zwar offensichtlich irgendwie nicht ganz durchdacht, aber es ist noch wenigstens charmant genug, dass du dir deswegen jetzt nicht den Kopf zerbrichst und so. Und ich werde auch nicht meinen ganzen Modestil, jetzt Kingdom Hearts und Nomura so anpassen. Weil ich hab mich schon immer gefragt, so, warum hat dieses Spiel dafür gesorgt, dass so eine ganze Generation in Kingdom Hearts, äh, Kingdom Hearts Klammer so rumgelaufen ist, auf Conventions und so weiter und dann auch außerhalb. Das, das, das passiert aber auch nur, wenn du das, äh, zum richtigen Zeitpunkt konsumierst. Da bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Das ist so, I get it. So, I, I can see that, so. Ich kann's nachvollziehen. Ich bin zum Glück älter. Ich glaube, ich hab, äh, Kingdom Hearts jetzt zum perfekten Zeitpunkt, äh, nachgeholt. Da, wo, äh, Nomuras Clown keinen Einfluss auf mich haben können, so. Es ist aber dann trotzdem super weird. Wenn, ich weiß, also, guck mal, ganz ehrlich, Stand jetzt fühle ich diesen Ventus noch gar nicht. Äh, weil ich war erstmal total überrascht, dass sein Charactermodell und das von Roxas so ähnlich aussehen, obwohl die, ähm, Arts, äh, hier diese Art-Drawings, äh, von Nomura selbst komplett unterschiedlich von den beiden aussehen und der eine eigentlich blonder sein sollte. Und im Spiel selber hab ich das gar nicht gemerkt. Ich dachte halt echt, das wär Roxas nochmal. Also, ich mein, es gibt ja, es gibt ja einen Grund dafür, aber, äh, Ventus ist auch ein scheiß... Der eins, äh, das, das einzig Gute an, an, äh, Birth by Sleep ist Aqua. Aqua ist die einzig gute Figur. Ja, ja, Team Aqua. Auf jeden Fall. Es war leider ein bisschen kritisch synchronisiert, aber ansonsten, ihr Design ist halt goated. Ich muss was zur Mode sagen, das ist meine einzige Verbindung zu Kingdom Hearts. Ich hab mir mal einen Hoodie gekauft, damals, aus den USA importiert, der ein Kingdom Hearts Hoodie war, obwohl ich die Spiele nicht gespielt hab, einfach weil ich den geil fand. Und der hatte, der hatte halt so eine, äh, so eine größere Kapuze, die da so tiefer geschnitten war, dass die halt so mehr ins Gesicht hingen. Und der hatte auch noch so Ketten-Elemente dran. Also, auch so richtig schön edgy. Fancy. Oh, fuck. Sehr cool. Deswegen, ich mag auch den, also, das generelle Art-Design von den Spielen. Ja, aber ich muss sagen, also, im Spiel find ich das richtig geil. Ich bin auch bei den Cutscenes ein Fan davon, wie die Gesichter inszeniert sind. Ich finde, das bringt diesen bisschen Manga-Look noch relativ cool rüber. Aber sobald du so ein Spiel durchspielst und das Finale mit so einer einzelnen CG-Cutscene, äh, gefinished wird, die sehen jedes Mal so hässlich aus. Das ist unfassbar. Also, CG-Sora is stuff of nightmares, ey. Ich find aber, äh, dass sie ihn wirklich hervorragend in, äh, Smash eingefangen haben. Das Design. Auch zu sagen, wir machen, wir machen originales, äh, Sora-Design-based. Habe ich, äh, schon Leute gesehen, die ganze Easter Egg-Videos gemacht haben, nur zu Sora. Zum Beispiel, das wäre, sehr, 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 wenn du das Laserschwert, äh, als Item aufnimmst, dass er dann irgendwie eine spezielle, so zwei, äh, Schwerthaltung hat, die es auch im Spiel gibt. Und so, da haben sich Leute sehr, sehr drüber gefreut, auch so viele kleine, äh, coole Details irgendwie. Ja. Das ist halt Smash. Smash ist halt wirklich unwirklich, wenn du dieses Spiel an sich magst, so. So, also, die, das, die Detailverliebtheit von, von Sakurai ist halt eben auch absurd, wirklich. Also, allein wie viel, wie viele Referenzen in jedem Charakter-Trailer irgendwie drin sind und die das versuchen auch in, ähm, oh Gott, ähm, so Mitspiel-Szenen nachzustellen. Das ist krank. Übrigens, äh, Bacca, du hast es richtig gemacht, äh, wie du es machst für, für Kingdom Hearts, äh, zu machen, weil ich hab, äh, nämlich nur zwei Spiele gespielt, und zwar Chain of Memories und danach die 350. What? Ausgerechnet die zwei? Ja, weil ich keine Playstation gehabt hab, als Kido. Oh, schien. Und das heißt, ich hab alles, den Rest nur durch, äh, Social Media Osmose und, ähm, YouTube Sachen halt mitbekommen, äh, und deswegen, irgendwann hol ich das vielleicht auch nach. Allerdings muss ich sagen, was ich hab, schade finde, ist das genau die zwei Spiele, ich, super geremaked worden sind, die jetzt nur als Cutscenes, äh, gucken kannst. Ja, ich hab mir angeschaut, was mit Free Five Eight Days so ist, ne, und ich hätte das auch nicht wirklich spielen wollen, weil es wirklich so monatisch ist. Alter, der kommt. Und das ist ja grad The Point. Ja, aber, wenn der Punkt ist, dass ich mich langweile und grinde, dann verstehe ich den zwar, aber ich brauch den Punkt nicht so lange durchzuziehen. schon verständlich es ist halt damit du selber sozusagen aufmerksam ist das sozusagen nur dass das geile ist dass du am ende des tages ein seh als aber das ding ist dieses spiel ist wahrscheinlich eher für kinder gedacht die keinen job haben und ich habe einen 40 stunden job ich brauche mir das nicht vorzustellen ich lebe jeden tag aber wenn ich 40 stunden job existieren videospiele für mich nicht mehr ja es ist auch die kleine session wahrscheinlich auch der nebeneffekt dass meine spiele festplatte kaputt ist und sie tatsächlich nicht mehr auf meinem pc existieren aber da kommst du demnächst bald auch in den in den weiteren genuss der 40 stunden jobs dass wir an die spiele leisten kannst aber sie dann einfach nicht spielst dauert doch ein bisschen das ist du dir das ist so der weitere benefit davon dann kannst du zusehen wie dein backlog langsam größer wird und dann irgendwann in der rente dann habe ich zeit ich habe mir ich habe mir auch einfach gestern ich habe mir gestern smt 5 noch noch schnell vorbestellt weil ich auch so eigentlich dachte ich mir okay du wirst keine zeit dafür haben aber ich bin jetzt am wochenende tatsächlich katzenzitten von freunden und dann weiß ich so okay dann kann ich jetzt einfach da auf der couch hocken katzen streiche katzen streicheln und smt 5 spielen und zwischendurch poop aufsammeln und die beiden füttern das ist glaube ich kein verkehrtes kein verkehrtes idealen wochenende ja ich wollte sagen das ist so ich versuche ich versuche nichts an video kram mitzunehmen oder so deswegen ich nehme eigentlich nur mein laptop mit ohne festplatte dass ich nur youtube darauf konsumieren kann smt 5 spiele katzen streicheln und zwischendurch was essen und ich glaube das wird das wird für mich der erste urlaub seit irgendwie vier jahren oder so gefühlt sein zweieinhalb tage ich bin gespannt ob smt 5 was für mich wird weil ich liebe ja persona 3 und persona 4 persona 5 mag ich eigentlich auch sehr auch wenn ich es jetzt im endeffekt nicht so mochte wie 3 und 4 aber in schimmliger mit hans in nocturne nicht reingekommen ich habe 4 auf dem 3ds ausprobiert und das hat mich auch nicht abgeholt bin ich gespannt wie das damit 5 ist aber ich hab mal niedrige erwarten es kommt es kommt glaube ich drauf an okay der trick ist es einfach dass ich den boss überspringe und nur zum zum checkpoint renne jetzt gleich das ist meine taktik die was wollte ich was wollte ich gerade sagen die es kommt halt darauf an was was hat er denn an drei und vier nicht gefallen das ist ja genau das setting wie die wie story progressed ist das ist halt es ist halt dungeon crawler first person ja du hast du hast eigentlich in smt nie also apocalypse hat noch so die meiste story ist dafür aber auch mehr kritisiert worden also weil es also weil die auch nicht so dann so hervorragend war aber vielleicht könnt ihr über die das mehr gefallen fünf habe ich jetzt seitdem selber nicht gespielt da kann ich jetzt nicht nicht sagen das setting ist auf jeden fall dass mehr von drei das setting von vier hat mich halt auch nicht angesprochen und die figuren und das character ich weiß der character designer ist glaube ich dasselbe wie bei persona aber i don't know art design und wie das aussieht aber es ist ja okay muss ja nicht alles für mich sein alter kotzen das kack schwein das ist das ist auch neu das ist das finde ich das ist so du hast echt du hast echt respekt vor deinem eigenen spiel wenn du so sagst hey ich mache einfach mal die hälfte des contents pack ich dahin wo die meisten leute dann aufhören zu spielen und mache auch noch mal gibt meinen charakteren den ganzen kreaturen noch mal mehr attacken oder so frog24 im chat sagt no waifus no bye das hat den hauptcharakter direkt als waifu ich meine ein bisschen mehr waifus in engine mega mit hänze wären schön aber das ist auch das was mich so an persona 5 so enttäuscht hat dass es halt sehr viel oberflächlich richtig gut ist aber dafür halt tiefer gehen dann nicht so so nicht abgeholt da wie drei und vier und das liegt halt glaube ich auch sehr stark daran dass sie eben drauf gekommen sind also spätestens dann mit vier hey das sind ja alle lieben figuren als waifus und deswegen diesen aspekt einfach viel größer dann in fünf und die 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 also wenn man die figuren das erste mal trifft und dann ihre dungeons macht und das ganze das ist dann großartig aber ich finde dass die social links dann nicht so sehr mit ihr mit dem rest ihrer arc damit verbunden ist und dass sich das auch nicht so stark in das zentrale story thema dann zusammenfügt wie in drei und vier drei und vier und einfach die der waifu aspekt ist für mich so ein bisschen hoch gedreht worden aber das war nicht das warum ich drei und vier mochte ich mochte weil das richtig coole und runde charaktere waren und jetzt sind fünf sind es halt weniger rund mehr waifus viel mehr leute gehen darauf ab das ist ja genau das was sie damit gemacht haben aber ich fühl mich so ein bisschen zurückgelassen was mir was mir fehlt sind die runden waifus die runden die runden die runden waifus ich will dreidimensionale waifus und da geht halt kein anime weep halt mit die wollen nur ihre 2d waifus ich meinte eher die fickeren waifus ich mein guck dir den den hauptcharakter von shin megami tensei 5 an wer braucht da nur waifus ich wollt grad sagen ne das ist die du ich hab mein das ist doch der ganze main character die waifu ich hab sonst gerade eben noch eine video beschreibung hinzugefügt wird im video das heute bei mir herausgekommen ist ich habe gesehen ich habe vergessen die video direkt von youtube abgestraft hast du dich da schon in die kommentare getraut ja die sind gar nicht so schlimm welches welches video war das was du heute rausgebracht hast ich hab noch ich war ja elena hat kommentiert eben ich habe in die kommentare schon reingeguckt und ja viele sind eh so lieb wie der von elena und der rest ist hauptsächlich so ich verstehe es nicht und das ist so bisher das schlimmste was ich gesehen habe der dislike ratio ist allerdings so hoch wie wie sonst nicht ich glaube jetzt sind es bei 72 prozent likes also sehr viele dislikes aber mein ich glaube das sind leute die sich keine zeit zu kommentaren die gucken auf den titel und den würdest like und von trigger warnung getriggert werden in dem sie absolut ist ja ich wollte den ich finde den gag halt schon mega lahm dass man sagt so trigger warnung für dieses video es kommen trigger warnungen vor dann habe ich jetzt auch schon dutzend mal gesehen und ich das das beste ist von von hbomb immer noch das and when you if you have some get triggered by trigger warnings also oder have something against trigger warning i urge you to grow up you big fucking baby beziehungsweise das baby wird dann verschluckt und geht dann in das intro rüber ja ich bin sehr stolz auf das video ich habe das sogar mal überarbeitet also ich habe das zuerst auf patreon gepostet und dann ein paar wochen später habe ich mir ist es nicht meinen kopf verlassen und ich habe dann halt immer noch ein bisschen weiter sachen gelesen und und recherchiert und drüber nachgedacht und dann war ich wurde ich unzufrieden habe es dann noch mal gemacht und jetzt was jetzt heute ruf kam ist die zweite version wer die erste sehen will die kann es in meinem page mir ist was interessantes eingefallen als ein beispiel für das trigger warning spoiler sind zwar das britische age rating ist glaube ich von dem bbfc hat früher immer so gemacht dass bevor dem film das aging gezeigt wird und dann mit den gründen warum man zeigt zum beispiel ab 12 weil gewalt tot oder ab 18 weil gewaltsamer sex und da haben sich leute darüber beschwert dass das ja spoiler sind das wäre unfair dass sozusagen immer vor dem film zu zeigen sozusagen nicht nur das aging sondern gleich noch zu sagen warum dann haben sich leute beschwert dass es so ist als es gab schon im realen und ich glaube dies nach der zeit jetzt nicht mehr machen sozusagen die müsste das aging nicht mehr zeigen also ich meine dass das gab schon mal vorher sind ja okay verständlich also die beste die beste die beste lösung gibt es ja eigentlich schon du machst das im hauptmenü und sagst dann einfach so eine warnung und also hier sind die ganzen die sind die ganzen themen die könnten aber natürlich irgendwelche aspekte davon spoilern wenn ihr das wichtig genug ist dann guckst du einfach nicht an und für die leute die denen das halt wichtiger ist dass die ganzen trigger warnings zu sehen hier könnt ihr sie dann halt freischalten oder das gibt auch glaube ich ein eine sache die das mal in mehrstufigen form gemacht hat wo dir so die so die easy trigger warnings ansehen kannst die halt mehr allgemeingültig sind und dann halt so sachen wie irgendwie keine ahnung wie vergewaltigung wenn das thematisiert wird weil das für das ist auch so etwas wenn ich mir so denke das ist ein super wichtiges trigger warning auf jeden fall das drin zu haben aber teilweise kann es dann auch ebenso als boiler die man schon die ganze zeit weist okay dass das kommt irgendwie noch so du sitzt einfach da und wartest die ganze zeit bis das dann irgendwie vorkommt oder so aber das als optionale warnung zu machen geschrieben dass ich hatte das in dem indie spiel gesehen das war so was das horror märchen dicken habe ich dir leider ich erinnere mich an den namen nicht mehr die hatten es auch so gemacht mit mehreren lehren das war so hier klicken für trigger warnings dann sind die generellen themen dann so und so wird dargestellt und dann das letzte stufe war hier ist eine komplette liste auf unserer website wo dann sogar mit einzelnen chaptern und szenen aufgedröselt war was wie wo wann wo ist und das finde ich so perfekt du hast direkt alle stufen für jeden der es haben wir sogar oben die stufe 0 von ich klicke überhaupt gar nicht drauf weil ich kein spoiler haben will für mich ist das die perfekte lösung das ist ob das ist auch eine die ich sehr gut finde es ist halt das ist halt so ich finde das ist das meiste was man machen kann ich weiß nicht inwiefern also ich hatte halt noch viel weiter in details und nuancen und weitere anekdoten gehen können zum beispiel hilft so was halt nicht wirklich wenn man also ich weiß jetzt nicht genau wie das jetzt bei deinem beispiel genau funktioniert hat aber es gibt ja auch so was so was wie dass du dort da kommt wo du filme und spiele angucken kannst für verschiedene sachen wo die leute halt verletzen oder krümmen wenn sie das sehen oder halt negativ beeinflussen und das habe ich bei parasites gemacht weil ich halt wusste oder halt vom cover vom poster halt dachte so okay das wird wahrscheinlich irgendwie horror oder gewalt element drin haben da habe ich mir auch das erste mal wirklich so gedacht ich kann ja dass du dort da was passiert und da war dann halt so was drin wie wird ein hund misshandelt und dann war halt ja aber halt ohne weitere kommentar oder beschreibung oder sonst was weil es ist ja eigentlich nur binär ja nein bei den meisten sachen und deswegen habe ich mir den film erst nicht angesehen weil ich mir dachte so darauf habe ich jetzt keinen bock dann habe ich mir den film angesehen und das ist nicht wirklich es wird an einer stelle wird ein hund so mit dem bein zur seite geschoben also der hund dem geht es gut der ist kein problem ich wollte ich wollte gerade sagen ich kann mich ich kann mich nicht daran erinnern dass es überhaupt einen hund in dem film gab ehrlich gesagt also das ist das ist nicht repräsentativ war sie die die idee die du kriegst wenn du auch dass der dog die guckt wenn du so binäre ist das in dem film ja nein weil dann müsstest du eben auch gerade dazu schreiben und wie oft und ist das ist das wird darauf fokussiert oder passiert das nur ganz schnell oder im hintergrund das sind ja alles unterschiedliche gerade die da rein fallen würden und das geht halt das ist halt da ist dann jeder so individuell dass dass du bist es einfach den film rein stellen auch dass der dog die mit 1000 annotations und keine ahnung also es ist nicht einfach leider das ding ist dass der doktor hat mir schon ein paar mal geholfen weil ich was was halt so dinge habe diesen bisschen obskurer sind wo ich das halt genau wissen will und wenn ich jetzt halt aber ich habe mich erinnert bei den meisten steht aber immer was dabei und ich habe jetzt mal gerade fairzeit eingeben weil das ist genau aufgetrüstet das was die animal da genau und dann einmal zu büsten und schaffst du doch wirst du haben okay dann ist es wie ich das geguckt habe war das dann noch nicht da aber natürlich wird das ist das lebendes dokument und hier wurde dann halt so zu geht was ja gut ist aber geht das wirklich als reviews wenn du einfach mit dem bein das tier so zur seite schiebst so hast du mal versucht deswegen steht es ja dabei also der hund jault einmal aber es sieht aus als hat er nichts okay ich finde dass das hört sich halt an wieso okay wenn ich unter dem dem fall irgendwie zum beispiel tier so katzen abuse reinpacken so versuch mal einer gierigen katze essen zu geben ohne sie mit dem bein wegzuschieben und natürlich hat dann kein bock darauf meine sorge eben dabei war und deswegen ich kann es jetzt einfach so sagen weil ich jetzt frei rede aber wenn in einem video da überlege ich mir dann so relativiere ich jetzt das zu stark lasse ich jetzt dass der dog die irgendwie nutzlos aussehen weil das ist es natürlich überhaupt nicht ich bin sicher dass es leuten schon viel geholfen hat und ich bin mir auch ziemlich sicher dass die der nutzen den es hat viel stärker ist als die filme die es leute abgehalten hat zu gucken und dadurch jetzt halt quasi leute jetzt nicht filme gesehen haben die sie eigentlich sehen wollten oder so ich bin jetzt zum beispiel auch nicht bei jedem film immer dass der doch direkt schicken das sind einfach dinge wo ich mir denke ich schaue ich mal rein also für mich ist immer nur so noch die letzte kleine entscheidungshilfe oder nicht in dem sinne ich glaube ich habe bisher noch nie ein film komplett abgelehnt deswegen weil für mich ist einfach so ach so ich wurde informiert ich bin emotional vorbereitet alles klar los geht es ist eine triggerwarnung nicht nicht nur bleibt weg sondern sei emotional vorbereitet ja ich kenne das auch dass das leute das so nutzen wenn sie irgendwie sehen okay der film hat irgendwie einen hund mit dabei einfach nur so okay muss ich mich darauf einstellen dass der irgendwie verreckt oder darf ich mich emotional quasi beim film gucken an das tier binden weil du willst es halt auch nicht dass es dann irgendwie so am ende vom film und dann warst du wenig drauf es gibt ja es gibt ja auch tatsächlich filme wo es so du auch niemals damit rechnen würdest wo es einfach so vollkommen out of left fucking field kommt oder teilweise film wo es halt auch überhaupt nicht dazu passt wirklich und da finde ich das dann keine ahnung da kann ich das jetzt schon nachvollziehen dass das irgendwie nachzugucken ich finde das persönlich zum beispiel hilfreich für so so jumpscare sachen weil das ist was was ich halt wirklich also ich reagiere halt physisch negativ da drauf ja ich auch und ich habe es auch wenn ich wenn ich freunde fragt hat der film jumpscares die sagen nein dann gucke ich den film und der hat jumpscare wenn dann tut mir das leid weil ich bin jemand sonst weil ich reagiere halt so gut wie null auf jumpscares ich glaube ich vielleicht kann ich hier einfach schon voraussehen durch zehntausend jahre lang das ist mir auch ich kann ich kann wissen dass die kommen selbst wenn ich weiß dass sie kommen so ich kann ich kann ich kann zum beispiel das ist auch selbst filme die ich schon kenne wo ich exakt den den frame weiß in dem das vorkommt das ist einfach so dass es bei mir wie so so ein herzrasen auch auslöst dadurch also es hat eine richtig ungesunde reaktion dich die ich darauf habe und das deswegen halt nicht mag und daneben teilweise gerne wissen will oder was das halt für eine form ist oder so es ist auch bei mir meistens das geräusch was das schlimme ist wenn das einfach nur so was visuelles ist dann ist es mir das schatten dass mir das eher scheißegal es hat wirklich dieses laute dieses dieses laute erschrecken irgendwie so mit dabei ja und die 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 zweite anekdote die ich hier noch anbringen kann so als ergänzung zum video ist ich habe einen blog post gelesen von einer person das will ich jetzt nicht im detail ausführen aber die hatten trauer erlebt ein starkes und aus ihrer sicht helfen einerseits trigger warnungen zu diesem thema nicht wirklich auch weil sie total gern filme guckt die quasi das beinhalten was mit ihrem trauma zu tun hat weil vor allem so trashigere exploitation filme das auf eine art und weise zeigen was komplett unrealistisch ist und das hilft ihr sogar dass das hat ihr dabei geholfen die sache zu verarbeiten und sich damit zu beschäftigen auf eine art und weise und sie hat dann auch das gefühl sie hat da kontrolle drüber wenn sie eben diese filme gucken kann die dieses thema als zentrales thema oder andere sachen wie fat shaming zum beispiel da ist es da ist so eine bestimmte art von fat shaming das muss ganz auf eine bestimmte art dargestellt sein damit es sie wirklich trifft und bei ihr eine panikattacke auslöst und diese bestimmte art ist sehr persönlich für sie und sie hat noch nie gesehen dass jemand dafür quasi eine warnung ausgeschrieben hat und sie erwartet auch nicht dass das jeweils passieren wird weil das halt so um vier ecken geht oder halt so ganz spezifisch ist und so quasi dass das halt schwierig ist und ja ich finde das einfach spannend dass es quasi wir müssen trotzdem versuchen mit warnungen und allen werkzeugen die wir die wir finden können müssen wir versuchen leuten wie leuten die das brauchen zu helfen aber es scheint zumindest so dass es da keine ideale lösung gibt wo man sich dann nur annähern kann also es ist natürlich wichtig dass wir das machen und versucht aber es ist halt auch denke ich zumindest gut zu diskutieren ob inwiefern da die die verantwortung aufgeteilt werden kann weil die person die den blog post geschrieben hat die meint dann eben ich muss also ich habe jetzt einfach akzeptiert dass es an mir liegt damit umzugehen wenn das halt passiert also wenn ich jetzt irgendwie doch irgendwas getriggert werde dann ist das so das wird passieren und damit umgehen und weil es gibt mir kann da quasi nicht wirklich geholfen werden ich musste mir das einfach das leben und damit fertig werden dass das auch zum dass das auch dazu gehören wird wahrscheinlich zu dieser zu diesem thema würde ich jetzt nicht 100 prozent zustimmen weil es ist so da ist ein emotionales messer und ich bin gerade dabei rein zu laufen da würde ich mich freuen wenn jemand sagt er ist ein messer nicht rein laufen ja klar da ist es kann ich sagen oder shit ich bin messer gelaufen tja das live passt halt nicht nicht ganz so dabei weil ich frage ich hatte ja schon erwähnt diese diese mehrstufen lösung was will denn für dich dagegen sprechen nee 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 nichts das ist das ist super also wenn dir jemand sagen kann elena da ist ein messer dann dann sollen die das sagen und wenn das halt in dem fall möglich ist dann sollte es das auf jeden fall geben und ich bin hundertprozentig dafür es ist nur es gibt halt menschen sind sehr kompliziert und unterschiedlich und für manche sind das dann halt irgendwie wie fasse ich das auf diese metapher an aber das sind ja klar ich verstehe jemand der keine ahnung eine ananas hat meine leute gekillt ich will den trigger für ananas zum beispiel das ist jetzt ein albenes beispiel aber ja so in die richtung ich meine das was du was du eben meintest das kann ich mir selber halt auch gut gut vorstellen dass es so es gibt gewisse thematiken wo du so spezifisch auf etwas reagierst dass es halt fast unmöglich ist das sogar zu klassifizieren irgendwie so das ist dann du kannst halt nur auf die thematik hinweisen dass es so behandelt wird aber wie es dann so hundertprozentig irgendwie drin drin vorkommt das ist so glaube ich dann dann sehr schwer irgendwie so allgemeingültig halt für leute festzuhalten genau vor allem das ist verständlich klar wenn es so spezifisch ist weil da kannst du absolut nicht auf jemanden genau auf alle zu spielen das meinte ich und das ist aber eben auch ein schwieriges zu vermitteln und dafür bräuchte ich halt wahrscheinlich noch mal 20 minuten und dann habe ich das jetzt halt nicht ins video gepackt aber ja ich habe mich halt sehr viel mehr noch mit dem mit dem beschäftigt ja ich bin aber eigentlich ganz happy mit dem video wie es am ende geworden ist das ist ja die haupt sache ist auch so die 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 größten trigger war nicht sollte man schon ja wenn wo reinpacken weil ich habe auch so einzelne dinge persönlich ist ruhig da ist ja okay da kann die andere person du bist du weil da würden die nicht dran denken du bist du ja ja auch wenn es wenn es vielleicht zu 100 abdeckung nicht möglich ist auf jeden fall alles versuchen was wir können um unser zumindest nahe hinzukommen so nahe wie wir können genau das gut ja genau die ausfaktor bakka noch lebt ja es gab vorhin eine konkrete frage es gab vorhin auch eine konkrete frage wenn ich sie finde genau deine meinung zu tokyo google manga ist sehr schön gezeichnet über den anime reden bin ich weil der nicht existiert das ding ist bei tokyo ghoul kann ich eigentlich ein bisschen mehr als bei tokyo revengers verstehen warum der so gut bei teenagern ankommt weil es ist halt maximal dramatisch und edgy und ich meine das noch nicht mal böse es ist halt das worauf man halt so als teenager steht es keinem geht so schlecht wie mir wo mein ganzes schicksal ist einfach fucked up wir wollten nur glücklich sein und alles läuft schief und schief und das geile ist halt das ist mein leben ein sehr guter zeichner ist also wirklich das ist schon absurd wie gut der tokyo ghoul und tokyo manga aussieht inhaltlich ich sag mal so es ist nicht offensiv also es ist nicht so dass es mich gelangweilt hätte also ich habe das sehr gerne gelesen also lesen macht auf jeden fall spaß den an die beiden animes sollte keiner gucken ich glaube es gibt sogar drei ich bin mir nicht sicher aber die sind halt wirklich sensationell schlecht also das ist wirklich eines der muster beispiele dafür wie man etwas nicht adaptiert also ich habe nur den anime gesehen die erste staffel geht halt gar nicht ich dachte so am anfang die prämisse ist ja ganz cool und im verlauf dachte ich mir was machen sie denn mit dieser prämisse und dann kam diese diese letzte folge und ich dachte okay die scheiße guck ich nicht weiter weißt du wie schlecht etwas sein muss dass sogar an teku darüber schlecht redet weil er versucht immer alles aus der positiven sicht zu sehen selbst wenn es manchmal ein bisschen nicht nachvollziehbar erscheint aber er hasst diese anime über alles das gute in allem zu finden so selbst das gute noch in ich glaube die der härte test ist ob du was gutes in der deutschen synchronisation von naruto noch was sehen kannst glaube das einzig gute an tokyo ghoul ist das opening weil das ja auch so zum meme wurde allein dieses spider-man-meme wenn er halt traurig durch dieses schlachfeld passiert und so und dabei läuft das tokyo ghoul opening aber ansonsten kann ich dem ganzen auch nicht viel positives abgewinnen weil die figuren geben es mir auch nicht so sehr ehrlich hattest du eigentlich weil dadurch dass der der anime jetzt gerade läuft ich so in versuchung gerate noch mal dem ganzen eine chance zu geben platinum end weiter also weit gelesen ich habe mir damals nur den ersten band geholt und das halt irgendwie so keine ahnung also ich will jetzt nicht leuten platinum end spoilern weil der anime läuft gerade frisch aber ich sag mal so bin stell dir wirklich the worst solution vor zu einem manga mit so einer thematik und sie haben es wirklich geschafft das noch mal zu überbieten im finale also es ist halt unglaublich es ist halt es wirklich wirklich wie das finale was ich von dem death note du erwarte es war halt wirklich das was sich jeder etwa zu wünschen ich hoffe wirklich ich will dass das ein diskurs wird wenn platinum end als anime beendet ist will ich wissen wie diese ganzen edge lords die immer ein worst case scenario beschreiben in einem manga dass sie das gerne mal sehen würden und das ist so scheiße wenn dieses und jenes nicht passiert in diesem manga passiert wirklich alles was diese art von klientel sich wünscht und ich will einfach wissen ob die damit zufrieden sind oder nicht weil ich kann es mir nicht vorstellen ist es ist das so ist es so deren devil man jetzt oder ich müsste es halt ehrlich spoilern dafür ja so um devil man zu sein es ist einfach noch zu sehr death note also es ist schon leider erschreckend harmlos und belanglos in der art und weise wie ja wenig originell das ganze ist sogar für dieses duo weil es wird halt die ganze zeit wenn du den anfang liest wie dieser eine manga den die beiden jungs aus bakuman am ende droppen um halt die serie für sich zu gewinnen von wegen unser marken opus dieses kind diese finale serie die wir kreieren mit den schwarzen und weißen engel und so weiter ist genau das ja genau und es ist halt am anfang genau das und du denkst du auch cool das ist genau das was sie sich mal vorgenommen haben jetzt bin ich gespannt was da rauskommt ich will es einfach nicht also ich bin selber enttäuscht weil ich war wirklich gehypt nach den ersten zwei drei kapiteln weil es mir auch zeichnerisch am anfang gut gefallen hat aber leider geht es in der richtung mir persönlich einfach nicht so sehr zu sagen ja ich habe ich habe den ersten band damals gekauft weil das glaube ich damals das kam glaube ich genauso raus zu der zeit wo ich bakuman fertig gelesen hat und ich war so geil jetzt kann ich direkt weitermachen und es war als sie diese komischen regeln etabliert hatten und alles in die anderen figuren da drin waren und ich war so ich finde niemand interessant und dann endet der erste band mit diesem moment wo sie wo sich seine keine ahnung die dass das mail in das er sich verknallt hat sich raus stellt dass die auch an dem an dem ding teil nimmt und ihn dann so ich lasse ich jetzt zwinge ich jetzt dazu dich in mich zu verlieben blablabla oder alles für mich zu tun und das war so der punkt wo ich dann so eh ok ne oba und keine frauen schreiben können ja das war das war nämlich genau meine mein erster gedanke ich war so ich will gar nicht erst wissen was die wieder mit der figur machen ich habe angefangen zu lesen vor 10.000 jahren als ich noch ein teenage kido war und fand es cool habe danach keine ahnung irgendwie aufgehört nach drei vier bänden dann als erwachsener noch mal geschaut dann sogar eh nee boah eh geh weg ich habe keinen bock mehr darauf und ich habe auch versucht platt in einem end reinzuschauen ich habe auch keinen bock mehr drauf deswegen kidas lest ihr alle den neuen manga auf der shonenja plus app von herrn guten herrn obata wo es um schonen battle mit man sei du es geht das cool ist wie geht es um regeln von komödie wie bringt man leute zum lachen und das also schonen arg doch das gut das lest ihr alle jetzt raus finde nur mal wie es heißt ich schaue schon mal ganz kurz wie heißt das ding also ja es ist jetzt viel viel besser also ich meine ich mag ja bako man ich finde das super aber das ist wirklich so also das schlimmste ist wie sie mit der mit der freundin schrägstrich frau von dem einen umgegangen sind wo sie am anfang noch so so du hast diese kleine arc wo sie versuchen okay wir geben dir wir geben jetzt was zu tun und dann ist es so nee ich habe da wieder auch keinen bock drauf ich bin jetzt die rest der zeit einfach nur darum zu putzen also literally darum zu putzen oder zu kochen das ist eine einzige funktion in dieser handlung ich gehe ich gehe die personen persönlich kopf los und wenn ich sie mal treffen deswegen ich habe es gefunden shoha shoten ist sogar auch von mir mit anderem geschrieben ist geschrieben vor akinari asakura hat die person gemacht vorher was anderes nur eine sache genau aber das ist so halt es ist cool das gefällt mir das kann man so machen vor allem regeln der komödie und wie macht man als stand-up und vor allem diese man sei regel mit dem funny man straight man und die versuchen dann aufzusteigen in die kanal regionalen und dann aufs nationale eben also dieses dieses klassische japanische komödie duo was ist was es da ja so geht als performance genauer du hast halt den einen der super gut witze schreiben kann und der immer wieder im radio einreicht aber halt sehr schüchtern ist und der andere der so voll der outgoing typ ist der gerne auch ein kostüm in die schule kommt natürlich genau die zwei treffen sich und die versuchen dann durchzustarten hast du hast zwei kapitel gelesen hast du jacoza 5 gespielt ja genau da gibt es wo sie es in der neuen version verbessert haben bei der übersetzung weil das unmöglich war in der originalen englischen übersetzung eigentlich richtig zu verstehen und hinzukriegen das mini spiel möglich unmöglich ich habe es auf ps3 version gespielt also die alte version du schaffst es so gut wie nicht du brauchst du brauchst du brauchst ansonsten weil es du kriegst dieses es ist es geht nicht das ist das ist das ist das ist broken das ist literally broken und das das haben so in der ps5 fast noch mal angehört noch mal angefasst also jetzt quasi ps ps5 xbox version ich weiß nicht ob es auf dem pc mittlerweile doch über game pass im pc glaube ich ne i don't know ok gott sei denn oh weil ey holla die walfe war da schwer ich mich da richtig reingekniet was für arschloch gegner die gibt es in den originalen levels auch nicht da ich wollte nur sagen diese diese arschloch die sind im original im original der wir gar nicht da die sind jetzt auch nur in dieser dieser ultra arschloch version hier mit dabei was ist so gut dieses spiel ich kann es nur ich kann es nur empfehlen ich habe das gefühl leute sind nur wegen dieser hund aus simpsons bei eti und scratchy von wegen every time he is not on screen people should ask where he is jaja jedes mal wenn puji nicht da ist sollten leute fragen wo ist puji ja genau das ist für ein bugger nicht in den in den checkpoint reingestorben das ist dann wenn du nicht da bist dann ähm äh bist du auch zu deinem heimatplaneten geflogen einer schreibt dem ranking of kings sollte man gucken und ja osama ranking ist der beste anime in dieser season bitte guckt osama ranking sehr gute anime muss ich doch anfangen war das der mit diesem runden niedrigen stil ich habe außer lupin part 6 glaube ich noch gar nichts angefangen ich habe auch dieses wie hieß es tagt irgendwas geguckt was für mich aussieht wie wie fällt in billig ja aber ich fand schon nice also so screenshot weise sieht das schon okay aus also ich warte jetzt auf dass die season zu ende geht und dann will ich das auf jeden fall mal noch mal versuchen weil du bist jetzt auch schon länger in dem season der game mich ich weiß nicht für mich hat dieser anime ein vibe dass jeder über den reden wird während er läuft er in t-minus 1,5 jahren komplett vergessen sein wird ja aber das sind ja die meisten seasonals ich finde das kann auch legitim sein es ist halt so wie weißt du so wie wir dass du bestimmte sachen nur während des winters ist was sowas wie kürbissuppe oder sowas und siehst du an diese anime sind halt genau das weißt du guck sie während der season oder kurz danach und danach wieder jemand darüber problem ist weil meine zeit ist begrenzt und mein backlog ist ewig das ist ja okay ich esse jetzt die ganzen kürbisse die hier sind aber meine bude ist voll mit keine ahnung mit konserven voller rahmen aber trotzdem ist diese rahmen nicht ist das doch nicht deine eigene schuld ist tatsächlich meine eigene schuld aber ich arbeite dran ist es ist ein konzept es ist gerade lauf es ist ein konzept das gefällt mir in der theorie kann es funktionieren leute ich muss leider raus ich muss meine freundin noch helfen sie hat morgen ihre bachelor verteidigung und da helfe ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten viel erfolg viel erfolg viel glück da habe ich gefreut wahrscheinlich bis nächste woche ja hoffentlich ja hoffentlich tschüss 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 ah mein gott jetzt kommen noch steine hier hinzu und meine fresse karen mein bro was soll ich sagen ach so das eine was mich aber an osama ranking echt stört ist die art und weise wie der name im romaji transkribiert ist wie osama geschrieben ist weil die meisten leute denken halt es geht um einen typen der osama heißt und das macht glaube ich vieles kaputt ich meine es ist auch immer racist wenn es daran scheitert bei der einen oder anderen person not gonna lie so das hat auch so einen üblen nachgeschmack aber ich muss auch sagen das ist halt keine gute idee ich meine ist es nicht auch gängig gewesen dass man so fixe primär mit bindestrich schreibt also woran liegt es denn dass es hier zusammengeschrieben ist was meinst was meinst du mit bindestrich äh osama besteht aus den worten o und sama also achso also weil es ein könig ist um den es geht und es ist halt die ganze zeit im englischen wenn es nicht ranking of kings heißt als osama einfach als ein wort geschrieben also normalerweise machst du es machst du es im romaji ohne bindestrich das war glaube ich mehr so ein deutsches ding wie du bei uns auch tokyo teilweise mit mit ihm irgendwie schreibst obwohl das falsches romaji ist also ich habe es bisher tatsächlich immer nur mit o u gesehen also o umsama ja aber selbst da stört es mich vielmehr dass zusammengeschrieben ist also kannst du auch mit o u schreiben aber ich mich stört es einfach wenn ich so fixe an den wörtern drangeklatze ich finde das sieht bei keinem so fix wirklich gut aus gut der stimmt ja so wie es wie san oder sind bei würdest du ja ja genau es ist weiß wie es rüberkommt björn das ist so wie wenn hier in kennengang asch oder yamashita kasu immer zusammengeschrieben ist soja weil es sieht einfach nöt aus ja das ich kann ich kann ich kann es auf jeden fall gestimmt verstehen also gerade bei dem bei dem ding ich glaube das war einfach nur dass man es immer so gemacht hat und du kannst es es wäre es wäre glaube ich also mit dem bindestrich lässt sich glaube ich am besten lösen weil wie bei sun oder so du kannst das kannst du nicht als eigenes wort davor packen so als ein buchstabe oder so als davor packen weil das sieht dann glaube ich da denken auch leute die haben einfach eine silbe raus gelassen ich glaube mit einem mit einem bindestrich wäre es glaube ich noch besser oder dass dafür was anderes du kannst ja bei uns auch nicht so so keine ahnung ob du ob du dann als 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 wort davor irgendwie dann dann king sonst was irgendwie packst oder oder gott sonst was keine ahnung hätte man auf jeden fall ein bisschen anders vermarkten können glaube ich glaube da hätte man insgesamt viel besser das ganze managen können aber das problem ist die meisten leute lehnen diesen anime ja sowieso ab wegen dem niedlichen stil und das ist teilweise sehr sehr traurig wie manche leute reagieren wenn du halt so sachen dazu postest oder sagst was sie das gucken sollen so raffi hatte zum beispiel neulich 1 da hat er es auch wegen mir geguckt und er war total begeistert und hat seine leute auf twitter angefläht angeflähen hier guckt mit diesem anime es ist so geil und so weiter und leute kommentieren halt nur wie scheiße das aussehen soll weil der junge halt irgendwie wie eine zwiebel aussieht oder wie ein kürbis selber so leute sind aber auch schwach und überleben den winter nicht ja das ist halt schade ja jetzt ja jetzt ich sehe übrigens gerade dass raffi eine review von dieser season rausgehauen hat vor acht stunden und da ist auch der kleine könig dabei deswegen leute äh bitte guckt osama ranking oder rankings auf king auf kings das ist das ist das beste dieses season weil ich bin halt so komplett raus aus dem aus dem seasonal game momentan und ich dachte ich finde das problem ist was eigentlich das potenzial hätte kandidat zu sein wäre demon slayer aber keiner redet über diese serie weil sie halt immer noch im film arc sind ja stimmt oh mein gott ja ich bin halt komplett raus ich dachte so vielleicht ich würde mal wieder so gerne ein zwei sachen gucken die aktuell sind das eine was ich auf jeden fall gucken will ist odd taxi und ja das fehlt mir auch noch nicht gut er ist echt schön hat jemand reingeschaut in heike monogatari das von science saru ja ich habe in die erste folge geguckt und mein erster gedanke war pikty wird das lieben also ich denke das wird sehr gut nice ja als lupin kann man halt schwer leuten verkaufen wenn sie nicht drin stecken die sollen einfach die sollen einfach den 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 aktuellen film gucken das finde ich das ist ein ganz guter da kommt man glaube ich ganz gut rein also das war auch das erste was meine was meine freundin gesehen hat ja genau lupin the first das war das erste was sie davon gesehen hat und das fand sie auch klasse ist auch hervorragend vom 3d stil muss ich sagen also das was studio ghibli vollkommen verkackt hat mit dem neuesten film wo es einfach wirklich aussieht wie so richtiger billow scheiß das ist das lupin the first also hervorragende 3d anime umsetzung das sieht unfassbar aus kann man den mittlerweile irgendwo unlegal gucken ich habe ich habe letztes jahr die us blu ray gekauft die deutsche blu ray kommt im dezember kommt in zwei jahren wahrscheinlich wie bei promere ja also im dezember und da ist auch die deutsche synchro mit drauf was sehr cool ist da sehe ich glaube so gut wie alle leute aus den 90er im tv drin haben also ich jedenfalls ich mag vor allem lupin und jean sehr gerne weil es gesprochen von tilo schmitz der mann ist grundsätzlich gut ich hätte schon die französische blu ray mir holen können oder so ich hätte schon die französische blu ray mir holen können oder so ich hätte gedacht komm wachsen mal auf die deutsche oh mein gott ist der fies platziert unten holy shit ok ok also ich glaube ich hatte noch einmal etwas ich glaube nicht russisch aber hey falls ihr das nicht mitbekommen habt ich habe eine dire weller review reihe mit raffi gestartet und einen zweiten channel schaut da vorbei und macht werbung für mich oh er darf ich auch noch was pluggen ber 37 wie du willst das ist unser kick Du darfst und fragst mich, wie du möchtest. Whenever Barker pluggs his stuff, somebody should say, I have also stuff. Gucci, the dog content. Nein, hau raus. Genau, ich hab ja meinen eigenen Podcast, den Garcast. Und da haben Guder, die Kumpel und ich, Asuka, uns dran gemacht, die zwei Filme, die bei den Kampffilmfestivals liefen. Und zwar einmal Belle von Romoro Hosoda und Summit of the Gods von Jiro Taniguchi uns angeschaut, weil wir Glück hatten, dass beide relativ gut in zwei Filmfestivals in dem lokalen Kino liefen. Es lohnt sich, nah an Frankreich zu wohnen, in dem Fall. Das eine eine französische Co-Produktion ist. Und ja, ihr könnt in beides reinhören, was wir über die Filme zu sagen haben. Was das kann-Face-Off so alles kann. Auf dem Gag. Und ja, gibt auch Spoiler-Parts und nicht Spoiler-Parts. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt. Und ich hab auch noch ein kleines Wort hochgeladen. Ich war beim guten Eyepatch-Wolf in seinem Patreon-Stream. Da hat er so eine Chill-Talk-Runde gemacht. Und wir haben noch über gute kleine Sachen gesprochen. Über Frauen mit tiefen Stimmen, Short Kings und ähnliches. Was so halt wichtig ist, dass man im Leben drüber spricht. Das ist das Beste. Gar-Cast ist meins. Genau. Gar-Cast wie Podcast. Ich hab mir also das, den Talk mit dir und John hab ich mir auch angehört. Das war super. Ich find das auch klasse, dass er das immer noch weiß. So von damals den Cast. Weil ich glaub da hatte er, der hatte doch auch zu dem Zeitpunkt ein paar hundert oder ein paar tausend Subscribers, ne? Als er bei euch drin war. Ja, also ein paar tausend gehabt. Ich weiß noch aktiv, weil ich damals auf sein Konto gegangen bin. Ich glaub er hatte nur 5 oder 6 Videos oder so. Und weil ich ja damals auch sehr in Jojo drin war. Das waren halt die Jojo und Hunter x Hunter Dinger. Hab ich gedacht so, ey der ist nicht perfekt zum Reden. Ich mag wie er drauf ist. Und der war auch immer sehr chillig auf Twitter. Da hab ich den angetippt hab. Und hab gefragt so, ey, willst du mitreden? Und wir hatten damals, ich hab noch keine 300 Subscriber oder so. Aber das war so für uns auch so, wow, eine große Person will zu uns kommen und mit uns reden. Und tatsächlich ja, wie er wohl gesagt hat, weil ich nicht gewusst hab, dass ich wohl die erste Person war, die ihn in den Podcast eingeladen hat. Weil er dann sehr erfreut drüber war. Und tatsächlich, er war auch hinter den Kulissen. Der Mann ist sowas von blessed. ist einfach, äh, ein, ein super cooler Dude. Kann man echt sagen. Nice, nice. Das ist immer, das ist immer, äh, gut zu hören. Ah, freut mich. Hattest du nicht vergessen? Weil, weil ich, ich finde es gibt nichts, es gibt nichts Schlimmeres, weil ich hab immer, also gerade bei, ich mein bei ihm ist es jetzt nicht so der Fall, aber ich hab bei, bei gerade so Content-Creator oder Leuten online, die so auf aggressiv, wholesome irgendwie machen. Hab ich, krieg ich immer Bauchschmerzen. Weil das immer, weil das, weil das so oft schon als später rauskam, dass es halt alles so fake war oder beziehungsweise, dass die richtig hart Dreck am Stecken haben. Ähm, da bin ich, da bin ich seitdem, keine Ahnung. So, das, das letzte Mal war's bei, war's bei Lulu und dann war's so, oh, okay, ja. Genau das war's am Ende. Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Verständlich, dass dann die, die Alarmglocken dann anspringen. Wer ist Lulu? Das war hier Lulu-Boo, die, äh, hier die Twitter-Person, wo so rausgekommen, wo so rausgekommen ist, dass die, dass das ne, die irgendwie achte Fake-Persona war, von der, äh, von der Person. Und sich auch als ne japanische Frau ausgegeben hatte. So. Ja, ja, doch. So. Oh Gott. Das war... Keine Ahnung, wenn das halt immer so, so aggressiv, holz und bla 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 rüberkommt, dann, so mittlerweile bin ich da immer, hm, 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 hm. So, also es kommt nicht, wenn Leute einfach nur nett sind, sondern wenn das dieses, oh, wir sind alle so, so nett und best friends und, oh, ich liebe den und den und das und das und bla bla bla. Und, keine Ahnung, das, das gibt bei mir immer so, hm, bist du, bist du wirklich so drauf oder versuchst du ja einfach gerade nur irgendwas ein bisschen zu überspielen? Oh! Press X to down. Ja, press X down, das ist genau das. Okay, jetzt kommt der. Okay, der traut sich aber nicht. Ich find geil, dass der so ein Herz-Tattoo hat, dass die, die Schweine so ein Herz-Tattoo haben. Die erinnern mich tatsächlich vom Design ein bisschen. Kennt hier jemand, äh, äh, Tomba? Oder Tomba oder Tombi? Ich weiß nicht mehr, wie das, was, was original ist und was die europäische Fassung heißt. Ähm, weil da gab's auch Schweine... Tomba, oder? Tomba, genau. Also, es gibt, glaub ich, eine in... Irgendwo heißt es Tomba und irgendwo anders heißt es Tombi. Ähm, je nach Region. Ähm, und, äh, da gab's auch Schweine gegen die du gekämpft hast. Da gab's auch Schweine gegen die du gekämpft hast. Ich glaub europäisch war Tomba, weil ich erinnere mich, dass es, äh, ich glaub Bensai damals ein Video gemacht hat. Ah, okay. Ähm, wow. Und, äh, äh, ich muss grad nur daran denken, weil die Schweine mich ein bisschen an die Schweine aus Tomba, aus Tomba, oder Tomba erinnern. Ähm, und das ja tatsächlich vom selben Typen ist. Wow. Ah, wusste ich gar nicht. Das war auch am Ende noch diese, diese Firma, die da genannt wird, dieses Whoopi-Camp. Das ist, äh, das erste Spiel, was die damals gemacht haben, Whoopi-Camp, war, war Tomba. Die kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich fänd's so cool. Hm? Ich fänd's so cool, wenn Kingdom Hearts die Winnie-Pooh-Welt genommen hätte und jeden einfach edgy gemacht hätte. Und das hier grade die Ferkelwelt wäre. Ich mein mir... Also, das ist, das ist das Einzige, was sie sich immer treu bleiben in den ganzen nummerierten, ähm, Kingdom Hearts-Teilen. Das Winnie-Pooh ist einfach ein Minispiel-Stage. Das, das, das wird nie was anderes sein. Ich muss sagen, seitdem ich hier vor, was war das, vor zwei Wochen dieser eine Tweet viral ging, wo einer vorgeschlagen hat, das Kingdom Hearts-Universum einfach auf Warner Brothers mit den Looney Tunes zu übertragen, äh, hab ich mir so viel Kopfkino dazu gemacht, was für geile Crossover eigentlich möglich wären und was man aus diesem Franchise noch rausholen könnte. Wie cool wäre es zum Beispiel wirklich, wenn es eine Welt gäbe, die nur mit Slasher-Horror-Gegnern ausgestattet wäre und du wirklich mit Sora, Goofy und Donald gegen Michael Myers und, äh, keine Ahnung, äh, Ghostface und so weiter antreten musst. Ey, ich bin dabei. Das wär so cool, ey. Oder halt, du kommst dann halt wirklich in die Looney Tunes-Welt und ich weiß nicht, ich weiß, es wär unmöglich irgendwie Warner Brothers und Disney irgendwie so zu überkreuzen. Aber stell dir mal vor, Donald Duck trifft auf, äh, Duffy Duck und, keine Ahnung, da entsteht einfach Mayhem. Also wir hatten, wir hatten, es gibt ja, es gibt ja einen Film, wo es so ganz kurz passiert. Das ist ja bei, äh, hier, Who Framed Roger Rabbit, wo es auch wirklich so ein richtiges Nightmare gewesen sein muss, das irgendwie hinzukriegen, dass du Mickey und Bugs irgendwie in derselben Szene drin hattest. Aber so ein richtiges Ding fänd ich eigentlich auch ziemlich geil, vor allem, wenn man damit irgendwie spielen würde. Aber ... War nicht der neue Ace Jam auch so weird, dass der halt die ganzen Marken drin hatte? Ja. Dass da noch so Mad Max drin war und so? Ja, da war Mad Max drin, da war Rick and Morty drin, du hattest irgendwie die, die Bande aus Clockwork Orange mit dabei. Also das war alles quasi, das war so Warner Brothers. Welche Lizenzen haben wir? Welche unserer Lizenzen wollt ihr im Film haben? Ja. Du hast einfach so Duffy Duck, so weißt du, War Criminal und einfach drei Vergewaltiger aus Clockwork Orange. So, was ist das für eine Szene, Alter? Und irgendwo in der Mitte ist LeBron James, der seinen Sohn retten will. In einem Kinderfilm. Ich hab dieses eine Video auf Twitter ... Wie erklärst du deinen Kindern, wer diese Dudes sind, ey? Auf Twitter dieses eine Video, was rumging, wo es so ... Leute, das ist keine Compilation, das ist eine Szene. Wo es einfach wirklich so ... die sechs Mal den Film irgendwie wechseln und immer wieder hin und her cutten. Und dass es eine Originalszene aus dem Film sein soll, das wirkt so schizophren einfach. Also ich hab keine Ahnung, wie man sowas irgendwie herstellen konnte. Ich hab auch bisher keine Lust gehabt, den Film hier anzusehen. Also ich muss auch nicht gucken, obwohl ich eigentlich ein Braun-Guy bin. Aber da ist nichts, was mich anspricht, den Film gucken zu wollen, außer der landet zielfällig vor meine Fernbedienung. Ich glaub, ich hab Zugang drauf über ... HBO Max, glaub ich, ist der da drauf. Also ... Na ... Oh! Oh, nein! Jetzt hab ich die Scheißwaffe. Casablanca war drin. Wahnsinn. Ich wollte nur sagen, ich hab gerade auf die Uhr geguckt. Ich muss so langsam los. Die Arbeit ruf zu mich morgen. Ja, bei mir auch. Ich glaub, wir könnten bald Schluss machen. Ich bin, ich bin derweil vor vier Stunden, vor fünf Stunden aufgestanden. Das war Argas Urlaubsrückkuss. Ja. Wobei Sonntag bin ich auch erst um fünf Uhr aufgestanden. Ich bin heute um vier aufgestanden, weil ich nicht schlafen konnte. Nice. Dann war ich es fünffach, konnte noch mal bisschen schlafen. Ist doch der schlimmste Gegner gewesen. Ich hab in Unpacking, was ich gerade nebenher spiele, einen Erfolg dafür bekommen, dass ich das Glätteisen ins Waschbecken gelegt hab. Ja, das ist für irgendein Elektronikgerät ins Wasser zu legen. Ja. Das hab ich direkt beim Tod... Ich hab irgendwas ausgepackt mal in einem Bad, wo ein Elektrogegenstand war. Und ich war so, ich hab keinen Platz, ich leg dich mal kurz in die Dusche. Und dann so... Ja, ja. Das war auch bei mir der Gedanke. Das war ganz lustig. Du kriegst ja auch so Erfolge für den, den, den Rubik's Cube lösen. Oder, äh, so die, die Kappe, die du hast auf den, ähm, diese Halterung für die, äh, den Kopf, der eigentlich für die, äh, hier, Wicks zuständig ist. Wie heißt das im Deutschen nochmal? Perücke. Das war's. Wicks. Danke. Achso. Gut. Ähm, genau. Also ich würd' sagen, ich, äh, mach mich schonmal auf hier. Yes. Äh, genau. Und wünsche euch noch, äh, viel Spaß. Ebenfalls danke an alle im Chat, dass ihr auch dabei wart. Sehr viel Spaß macht. Ja. Dann schönen, schönen Abend. Ja. Schönen Abend noch. Deswegen, ich... Euch auch. Ich glaub, ich mach auch nicht mehr so lange, weil ich irgendwie spät... Im Halb wollte ich halt auch mal um, mich immer ums Essen kümmern. Ah, okay. Das ist immerhin besser als der andere Scheiß, den ich vorher hatte. Hervorragend. Ja, meinetwegen könnten wir auch jetzt aufhören. Ja, wir können... Ich kann auch versuchen, den Boss noch fertig zu machen. Dann gibt's zumindest noch so ne Befriedigung am Ende mit dabei. Der sollte auch nicht so lange dauern wie der, wie der Finale. Das war... Das war glaub ich der... Das ging ne Stunde, glaub ich, oder? Der... Diese erste Phase vom Final Boss, bis ich die geschafft hatte. Das war ein bisschen... Das ging schon lange, als ich dazugekommen bin. Ja. Aber wenigstens was im Hintergrund. Ich fand das auch ganz gut, als ich das angefangen hab zu spielen. Ich war so, oh, das ist genau das Richtige, dann... Dann kann ich mir die Zeit im Stream nehmen, um das ein bisschen weiter zu spielen. Ah, fuck you. Einfach mal so sauer sein, dass du deinen Kopf abnimmst. Ja. Wie every day, ey. Ich morgen auf Arbeit. Barker, wenn er bei Subway ist. Also, guck mal, ich bin eigentlich an dem Punkt, wo ich Subway vorschlagen will. Lass mich das Sandwich einfach selber belegen. Das wär halt echt einfacher, ne? Es wär halt wirklich einfacher. Einfach so fragen, ob du dir ne Schulung geben darfst. So, Leute. So, ich zeig ich euch mal kurz, wie man's hier richtig macht. Ich würd denen sogar auch paar Speedrun-Tricks beibringen, weil offensichtlich wissen sie nicht, was die Mechanik eines Brotes ist so. Und da gibt's so ein paar Sachen, die sie abusen können. Also, alleine, wenn man richtig mit einem Messer umgehen kann, kann man sich das Sandwich belegen so viel einfacher machen. Alter. Komm schon. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die auf dem, auf dem Schwierigkeitsgrad auch mehr, mehr Schaden einstecken. Ich hoffe nicht. Weil dann hab ich nämlich jetzt schon Angst vor dem Final Boss, dieses Mal. Vor allem stell dir mal vor, das ist ja nur der, ähm, äh, ja toll. Ähm, das ist ja nur der zweite von vier Schwierigkeitsgraden. Also, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das, ich glaub, die Bosse sind zumindest gleich. Aber du darfst halt nur einmal getroffen werden. So. So. Have fun. Ja. Komm schon. Schwierig. Ja. Das fasst das, das fasst das Spiel, glaub ich, sehr gut zusammen. Schwierig. Ja. Schwierig. Oh, Mann. Okay, Leute. Ich hatte schon, ich hatte schon bessere Ideen. Ja, fuck you. Also. Almost. Keep at it. Almost. Almost. Ein Bonn. Mal. 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 Ich hab ja grad auch keine, keine Festplatte mehr. Mit Spielen. Ich hab sehr wenig Festplattenspeicher. Irgendwo müssen ja die ganzen Pornos sind, kann ich verstehen. Ist die Priorität höher. Ja. Ne, meine zwei Terabyte Spielefestplatte ist halt kaputt. Und die ist jetzt ausgebaut, deswegen hab ich die ganzen Spiele grad nicht mehr. Ich habe aktuell auf dem PC unsighted, Unpacking und Skyrim. Und das ist alles. Ich glaub, wenn du Skyrim doch unternimmst, hättest du noch, hättest du noch wahrscheinlich Platz für 20 mehr Spiele. Ich hatte neulich so einen Cringe-Moment bei mir auf der Arbeit. So eine Kollegin, die versuchte irgendwie zwanghaft Konversation zu starten. Und dann wollte sie übers Gaming reden. Und ich war, also vielleicht war das ein Vorurteil von mir, aber ich hatte schon den Vibe, dass sie nicht wirklich ne Gamerin ist. So, ne, aber ich wollte nicht Judgmental so sein, so, ne. Und dann fragte die mich so, wie mein Urlaub war. Und ich meinte, ja, war chillig, Freunde getroffen und essen gegangen und hauptsächlich gezockt. Und dann fragte ich schon, und, was hast du so gespielt? Und ich denk mir so, hm, wird das jetzt cringe, wenn ich einfach sage, was ich alles gespielt habe? Weil ich so, ja, einfach nur so verschiedene Sachen, verschiedene Spiele. Ich wollte es hier so einfach wie möglich machen. Vielleicht hab ich da schon den Fehler begangen. Und dann fragte ich mich so, ja, was hast du denn so konkret gespielt, ne. Und ich meinte so, ja, so hauptsächlich Ghost of Tsushima. Und ich hab ein paar Kingdom Hearts Spiele nachgeholt. Und sie meinte so, cool, davon hab ich ja noch nie gehört. Ist das sowas wie Skyrim? Und ich dachte mir so, ja. Und was ich dann halt gesagt habe, also es war offensichtlich, dass sie irgendwie so zwei, drei Spiele kennt, die sie auch selber spielt. So, ne, also sie wusste, was Skyrim ist und so. Aber sie war halt nicht in diesem Gaming-Ding und sonst so drin. Und ich hab ihr halt dann gesagt so, ja, das sind so japanische Sachen. Ich glaub, äh, vielleicht ist das nicht so ganz dein Ding, so japanische Action-Spiele und so. Und sie meinte, ah, ist das wie dieses Manga? Und ich so, ja, so Ghost of Tsushima ist Manga. Ist japanisch. Hat ein japanisches Setting, da passt das schon irgendwie rein. Ich mein, Kingdom Hearts hat ja auch Manga. Oh Gott. Ah, I did it. Bei mir ersticken immer diese Konversationen direkt mit Leuten, die nicht in Videospielen tiefer drinstecken, weil ich dann irgendwelche Indie-Games nenn, die halt auch, keine Ahnung, Kumpels, die Videospiele spielen, meistens nicht kennen. Ich frag mich halt, woher dieses Selbstvertrauen kommt, von wegen, ich frage eine Person, was sie gerade konsumiert hat, und ich geh einfach davon aus, dass ich es 100% kenne. So, dieses Selbstvertrauen hätte ich nicht mal bei Filmen, weißt du? Ich würde niemals sagen, ich kenne jeden Film auf der Welt. Aber dann, wenn du halt wirklich so 0815-Ding, was so mega Mainstream ist, raushaust, wenn du nicht mal da irgendwie Anklang findest, dann wird dieses Gespräch nicht gut enden. Ich weiß nicht, ich glaub, das ist dann, in dem Moment gehst du aber davon aus, du kennst nur deine drei Sachen, und du gehst davon aus, es gibt nur diese drei Sachen, also kennt jeder andere auch nur diese drei Sachen. Das ist so, wenn du Leute ... Was hast du denn für einen Film gesehen und du antwortest etwas, was kein Superheldenfilm ist, dann ... Hä? Was? Es gibt was anderes außer Marvel? Was? Ich hab einfach auf der Arbeit immer ... Ich hab immer das Spiel gespielt, hide your power level. Ähm, weil ich kann nicht davon anfangen, wenn Leute irgendwie mir davon erzählen, dass sie halt nur Fallout und so den Kränzen, also die modernen Sachen halt, spielen. Weil das Einzige, was ich dazu sagen kann, wenn ich ehrlich bin, ist die ganzen Fehler, die ich daran, also die Probleme, die ich daran irgendwie habe. Und das darf ich vor denen nicht machen, weil sonst bin ich ja wieder der Nörgler, und dann bin ich wieder das arrogante Arschloch, der ihnen Sachen ... Obwohl ich nicht irgendwie dann sage, das darfst du nicht mögen oder so. Und deswegen muss ich immer so, ja, ja, genau, das hab ich auch da dran. Das heißt, ich muss über die zwei Aspekte reden, die mir dann daran gefallen, und ansonsten die Fresse halten. Also das ist ... Oh, geil. Weil anders kann ich dann nur über Fußball reden, und das kann ich halt gar nicht. Also das ist da so ... Das sind die zwei Arten von Gesprächsthemen auf der Arbeit, die man führen kann. Ich bin einfach kein Fan von Smalltalk. Ich bin kein Fan davon, oh, zwei Leute sind in einem Raum, also müssen wir reden. So nein, müssen wir nicht. Wir können auch einfach schweigen und uns gegenseitig tolerieren. Oh, wie beim Friseur, einfach die Fresse halten. Einfach nur, ich mach die Augen ... Das ist wenigstens Universalsprache. Wenn du beim Friseur die Augen zumachst, dann wissen die eigentlich ... Okay. Der macht von selber nicht den Mund auf, ich lass es jetzt. Das ist bei mir ... Also so bin ich auch beim Friseur. Bei mir ist das aber ... Es ist halt unangenehm, weil ich ohne Brille einfach nichts sehe, mit offenen Augen da zu sitzen. Oh, das ist ganz cool. Congratulations. Ähm, ist kein Racism in dem Fall. Das war beim originalen NES, Ghost & Goblins, war das, wenn du das Spiel durchhattest. Dann steht da Congratulations. Aber da war es Racism. Ich mein, es ist ja von Capcom selbst übersetzt gewesen. Die haben es ja selber falsch übersetzt in Japan. Wir merken uns, Rassismus ist nicht Rassismus, wenn er übertragen ist. Von Konsole zu Konsole. Die Enhanced-Version von Rassismus ist nicht rassistisch. Willst du mir jetzt wirklich weismachen, dass das, wenn man den Fehler da nochmal als Referenz mit reinbaut? Ich hab tatsächlich, mir fällt grad noch was ein, ich hab am Wochenende noch die Demo von Voice of Cards gespielt. Hier, dieses Yoko Taro-Karten-Spiel-RPG, was auch immer diese Mixtur ist. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ich hab die Vollversion nicht. Ich warte noch darauf, dass mir andere Leute sagen, ob das halt wirklich so Yoko Taro abgefuckt ist irgendwas oder doch relativ normal ist. Also es muss entweder das haben oder einen versteckten Rhythm-Game-Boss, den ich 10 Stunden spielen muss, um zu schaffen. Ja, in der Demo war es halt recht klassisch. Ich hatte schon mal, ich hatte im Hooked-Podcast so ein bisschen reingehört, als sie drüber geredet haben. Da soll es wohl zumindest im Gegensatz zur Demo mit den Tropes ein bisschen mehr spielen. Aber ich glaub, Robin meinte beim Ersteindruck, dass es bisher relativ klassisch wirkt. Ja, das hatte ich auch gehört. Aber in der Demo spielt man zum Beispiel diese Heldentruppe, aber im Hauptspiel soll man dann irgendwie so ein Arschloch spielen. Das fand ich schon ganz nett. Ja, ich mein, das ist ja, also, das ist ja Drakengard eigentlich. So die, aus Drakengard 1 und 3, du spielst die größten Arschlöcher. Also, so ist es nicht. Das ist eigentlich noch in Nier eher untypisch, wenn man das mit Drakengard vergleicht, dass du da Leute spielst, die, oh ja, die kann ich auch tatsächlich so mögen. Und nicht einfach nur aus diesem, ich will jetzt einfach, ich liebe es ein Arschloch zu sein. Alex hatte noch geschrieben, Smalltalk beim Zahnarzt. Alter, warum können Zahnärzte, warum machen die das? Warum stellen die einem Fragen? Es ist nicht schlimm genug, dass sie dir Schmerzen verursachen und den Geld abziehen. Sie müssen nicht nur noch einen bringen. Was, stellen die dir Fragen, während die an dir gerade dran sind, oder? Ja, dann reden die plötzlich und stellen einem Fragen. Das hat das bisher bei jedem Zahnarzt. Was? Und ich verstehe es nicht, weil die wissen doch, dass ich ihnen nicht antworten kann. Vielleicht machen die das deswegen absichtlich, die kriegen, die ziehen sowas da raus, diese Machtposition zu haben. Ja, aber sie wissen normalerweise auch, dass du dir die ganze Behandlung nicht leisten kannst und trotzdem geben sie dir die teuerste Variante. Ja, ich hab nächste Woche. Also, ich hab das Gefühl, sie sind einfach anders böse, oder? Ja, nächste Woche hab ich fucking meine eine Krone mit 550 Euro Eigenanteil. Oh, ich hab diese, das war ganz schlimm. Als das noch finanziell einfacher war für mich zu tragen, hatte ich bei meinem Zahnarzt tatsächlich so für die Füllung diese, wo sie mir gesagt haben, ja, das sind die Besten, die sie kriegen können und so. Was die mir aber nicht dabei, das sind auch scheinbar die guten Dinge. Ja, das, was sie mir nicht davon erzählt haben, ist, dass die aber tatsächlich schneller wieder nachgebessert werden müssen. Also, die halten nicht so lange wie normale Füllung oder so. Natürlich haben sie das nicht erzählt. Und das Problem ist, dass wenn du die einmal hast und die nachfüllen lassen musst, dann kannst du auch nur wieder den Stoff nehmen, ansonsten musst du die komplett raus, musst du die alte Füllung komplett rausnehmen lassen. Alter. Ähm, und dann, und dann wieder nach, und dann wieder nachbessern. Und das heißt, als ich das beim letzten Mal, äh, nochmal so zwei, drei kleine Löcher irgendwie, ähm, äh, die wieder gefüllt werden mussten, war's dann, ah ja, hier nochmal 150 Euro. Und das ist so, ja, jetzt verdiene ich aber nicht mehr, nicht mehr wie, wie damals. Jetzt tut das mir weh. Oh, ja. Hätte ich, hätte ich das gewusst, hätte ich mich da auch nicht in die Scheiß reinraten lassen. Ähm, gibt's das Karten? Nee, das, 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 auf welchen System gibt's denn das Joghurt? Ist das nur, äh, mobile momentan, oder? Äh, dieses, dieses Voice of Cards? Das ist auf jeden Fall auf der Switch. Ich glaub aber auch bei Steam. Okay. Auf der Xbox scheint's, glaub ich, dann, dann nicht zu gehen, weil ich hab das, ich hab das hier, ich geh eigentlich immer rigoros die ganzen neuen Releases raus. Das, was ich nochmal ausprobieren wollte, vielleicht stream ich das, äh, vielleicht war das dann nächste Woche, zeig ich das dann hier, ist das, äh, Demon Turf. Das sieht ganz geil aus. So ein 3D-Plattformer, wo die Figur aber nur in, ähm, so 2D-Animationen gezeigt wird. Was mich, was mich sehr an so Ästhetik von, von PS1, von manchen PS1-Dingern irgendwie interessiert. Ah, okay. Oh. Weißt du, ey, stell dir mal vor, du machst ein Spiel, du machst ein Spiel, und du denkst dir, boah, ich brauch Schauspieler dafür. Für eine ernste Rolle. Also wirklich eine, eine ernste Rolle, die so ein bisschen Dramaturgie drüber, ähm, rüberbringen will. Ähm. Chris Pratt. Und du holst dir einfach, nein, nein, den, das ist Chris Pratt, der, des Spielejournalismus. Ist, ähm, oh Gott, wie heißt der von, von Kinda Funny. Oh, ich, ich hasse ihn. Ähm. Ähm. Der Typ mit dem Bart. Ja, ja, der so alles, der auch 3000 Gaming-Sachen auch hier da im Hintergrund. Äh, Miller, glaub ich, irgendwas. Ähm. Ach so, den meinst du. Ja. Chris Miller, ne? Ne, wie heißt, ich glaub, der heißt irgendwas mit Miller. Ich bin, ich bin nicht mehr sicher. Und der kann halt überhaupt nicht schauspielern. Also null. Und dann versucht er so eine ernste Rolle zu spielen. Und das ist so beschissen. So unfassbar beschissen. Und du nimmst dir ein Spiel rein, weil du mit dem befreundet bist. Und das ist so. Oh. Oh Gott. Ich, ich kann auch bis heute nicht verstehen, warum der irgendwie Erfolg hatte. Greg Miller, das ist es. Greg Miller, so heißt der. Greg Miller. Warum der irgendwie Erfolg, warum der irgendwie Erfolg hatte. Also der hat keine interessanten Meinungen und ist so 0815 White Guy einfach in seiner Präsentation. Keine Ahnung. Sieht der nicht ein bisschen wie du aus? Ja, natürlich sieht der aus wie ich. Ohne Bart. Also ich hab den Bart halt nicht. Alter, weißt du, ich war auf einer, ähm, ich war auf einer Gamescom. Mir haben irgendwie zwölf Leute gesagt, dass ich aussehe wie Greg Miller. Ähm. Ja, Mann. Das wollte ich nämlich sagen. Ihr seht euch sehr ähnlich. Ja, ja, das, das, das tun wir tatsächlich. Aber ich versteh halt nicht, warum der, warum, warum das, keine Ahnung. So, das, das ist irgendwie null, null dran. I don't know. Ich hab's, ich hab's nie, ich hab's nie verstanden. Ich weiß es nicht. So, es gibt andere Leute, Moderatoren, die ich auch nicht mag, aber da kann ich's wenigstens nachvollziehen. Aber Greg Miller ist so, ist so deutsche Weißbrot-Moderator. Der Erste zu sein und keine Alternative zu haben. Weil ich hab oft das Gefühl, dass in vielen Bereichen Leute halt so einen ikonischen Status erreichen, weil die Konkurrenz seiner Zeit einfach nicht größer war. Und es ist halt manchmal wichtiger, der Erste zu sein, statt der Beste. Es ist auch, glaub ich, immer so der schon damals lauteste oder so, also quasi die Person, die sich überall in jede Sendung und alles Mögliche reindrängt. Das sind die, das ist glaub ich so. Du siehst die am häufigsten, also sind das die, die am besten, am wichtigsten irgendwie sind. Ja. Ich mein, hat man ja ... Okay, ich ... In der Online-Szene bei uns auch. Damit die Kunde mir aussieht, ihr seht euch echt ein bisschen eng. Ich streit das ja nicht mal ab. Ich seh das ja, ich sag das ja, ich seh das ja selber ein. Das ist ja nicht das Ding. Spielen wir jetzt noch ein bisschen Forza Horizon 5. So ganz am Ende noch mein Rant verpackt. Gut. Ich verabschiede mich mal. Alles klar. Ich glaub wir machen hier auch mal Schluss. Äh. Ja. Ja. Freundin will auch essen. Bis nächste Woche, Leute. Genau. Bis dann. Jo. Bis nächste Woche, Leute. Danke fürs Zugucken. Und ja. Bis denne, ne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis denne, Antenne. Alles klar. Tschö. Ciao.